Pokémon Mystery Dungeon Never Alone Prolog Unsere Geschichte Bitte wach auf! Du musst aufwachen! Wo... wo bin ich? Dieser Ort ist deine eigene Seele. Niemand außer dir kann diesen Ort betreten. Und wer bist du dann? Ich bin du! Dein Unterbewusstsein! Dein Inneres! Weshalb hast du mich hergebracht? Warum bin ich hier? Deine Vergangenheit ist völlig aus deinem Gedächtnis gelöscht. Bald wirst du erwachen. Sobald dies geschieht, werde ich fort sein. Warte, warum gelöscht? Warum sollte ich meine eigene Vergangenheit vergessen haben? Ich kann es dir nicht sagen. Ich darf es nicht. Du musst mir glauben. Es ist zu deinem eigenen Wohl. Wenn du dich erinnern würdest, wärst du nicht in der Lage, die Zukunft zu verändern. Die Zukunft? Veränder... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gar nichts. Bitte, erklär es mir. Ich weiß ja nicht einmal, wer ich bin. Ich sagte es bereits. Ich kann es nicht. Ich muss nun gehen. Du wirst bald erwachen. Es gibt nur eine Sache, die ich dir sagen darf. Dein Name lautet Fade. Sei vorsichtig. Es wird nötig sein. Pass auf, wem du vertraust. Du darfst keinem Vertrauen schenken. Unter keinen Umständen. Und woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Du vergesst nicht mir irgendetwas zu erzählen. Du hast vielleicht recht. Und du bestärkst, was ich dir sage. Wenn du nicht einmal dir selbst trauen kannst, wie willst du dann anderen vertrauen? Die Welt, die du erreichen wirst, ist voller Gier und Hass, voller Verrat, voller Trauer. Ich werde es dir nur einmal sagen. Egal was passiert, rede unter keinen Umständen mit anderen Pokémon. Du musst diesen Kampf alleine bestreiten. Du musst alleine sein. Das Einzige, was du verdienst. Freundschaft kann nur schmerzen. Und jetzt geh. Aber, aber. Kein Aber. Geh. Jetzt. Und vergiss nie meine Worte. Bleibe alleine. Du darfst nur kämpfen. Bringe der Welt die Finsternis. Wir werden uns wiedersehen. Aber du wirst mich nicht erkennen. Tätest du es jedoch? Dein Leben würde auf der Stelle enden. Ich konnte der Stimme nicht mehr antworten, bevor Licht um mich herum alles erfüllte. Ich hörte eine leise Stimme. Wach auf. Bitte. Er kann nicht noch einen Unschuldigen töten. Dies waren die ersten Worte, welche ich auf meinem Abenteuer hörte. Die ersten von Millionen. Und so begann meine Reise. Eine Geschichte über Reue, Verzweiflung und Hass. Aber auch über Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Dies ist meine Geschichte. Nein, das ist falsch. Dies ist unsere Geschichte. Kapitel 1 Der Retter. Felssicht. Wach auf. Bitte. Er kann nicht noch einen Unschuldigen töten. Als ich dies hörte, löste sich die Dunkelheit um mich herum langsam auf. Mein Körper fing an, überall zu schmerzen. Die Gegend um mich herum begann auszusehen wie ein tatsächlicher Raum. Er war nur sehr klein und hatte kaum Möbel. Von dem Punkt, an dem ich lag, konnte ich gerade so ein großes Fenster, ein kleines Nachttischchen und eine Tür sehen. Ich selber lag auf einer Art Strohbett. Auf dem Nachttischchen stand eine Schale Wasser und eine Schüssel mit blauen Beeren. Heute weiß ich, dass diese Beeren Sienelbeeren genannt werden und für ihre heilende Wirkung und ihren guten Geschmack bekannt sind. Was ich jedoch nicht sah, war das Pokémon, von welchem die Stimme kam, welche ich gehört hatte. Stattdessen entschied ich mich, zu inspizieren, wie mein eigener Zustand wirklich war. Und offen gesagt, ich sah furchtbar aus. Ich war komplett in irgendwelche Verbände eingewickelt. Offenbar sehr schwer verletzt. Zudem hatte ich starke Schmerzen. Mir war nicht wirklich bewusst, wie ich in so einem Zustand überhaupt am Leben war. Aber noch wichtiger, ich wollte wissen, wer mich gepflegt hatte. Wer mein Retter war. Da ich mich fühlte, als hätte ich Jahre nix gegessen oder getrunken, entschied ich mich, mich erst zu stärken, bevor ich versuchen würde, ihn zu finden. Unbekannte Sicht Ich wusste wirklich nicht weiter. Es war inzwischen beinahe zwei Wochen her, dass ich das verwundete Wulpix im Wald gefunden hatte. Anfangs war ich noch relativ optimistisch gewesen, dass ich sie retten würde. Ihre Verletzungen waren vermutlich sehr schmerzhaft und hätten definitiv tödlich enden können. In dem Moment, als ich sie erblickte, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich kann nicht zulassen, dass noch ein unschuldiges Pokémon so sterben muss. Der zweite Grund war etwas persönlicher. Nachdem ich meine Schale Wasser geholt hatte, tat ich wieder, was ich derzeit am meisten tat. Warten. Ich ging nie nach draußen und saß einfach neben dem Bett, für ihre Gesundheit betend. All diese Zeit sah ich niemanden. Keiner meiner Freunde versuchte je, mich zu besuchen. Andere wären darüber vielleicht sauer. Ich genoss die Ruhe jedoch. Außerdem, viele Freunde, die mich besuchen könnten, hatte ich sowieso nicht. Wenn man es genau wissen will. Ich hatte genau einen. Und dieser verreiste oft längere Zeit. Irgendwie ist es ironisch, dass wir überhaupt Freunde sein können. Das Einzige, was uns wirklich verbindet, ist, dass wir beide das Konzept der Freundschaft sehr sinnlos finden. Anders gesagt, wir sind nur Freunde, weil wir beide keine Freunde wollen. Aber das ist nicht das Thema. Also zurück zum Punkt. Ich ging mal wieder in den Raum, um zu warten und zu beten. Ich wunderte mich wirklich, wer dieses Pokémon war und vor allem, warum er, ein normales Pokémon, wie sie angreifen würde. Ich wollte dies alles einfach herausfinden. Noch wichtiger war mir jedoch, dass ich ihm diesen Sieg nicht lassen konnte. Und so ging ich wieder in den Raum. Doch heute war etwas anders. Als ich den Raum betrat, war das Wulpix tatsächlich wach. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit fühlte ich mich aufgeregt. Vielleicht etwas zu sehr. Du bist wach? Dank Arceus, ich dachte schon, ich wäre zu spät gewesen. Das fuchsartige Pokémon hatte meine Anwesenheit offensichtlich noch gar nicht bemerkt, da sie sich bei meinem plötzlichen Ausbruch sehr erschreckte. Musst du dich so anschleichen? Ich hätte mich fast verschluckt. Tut mir leid, aber ich habe mich definitiv nicht angeschlichen. Ich bin ganz normal in den Raum gekommen. Meine neuere Bekanntschaft schien sich wieder zu beruhigen. Nein, es war meine Schuld. Ich habe mich nur etwas erschreckt. Hast du mich gerettet? Ja, ich habe dich bewusstlos im Wald gefunden. Ich habe dich hierher gebracht, um dir helfen zu können. Was ist dir denn passiert? Warum hat er dich angegriffen? Für einen Moment überlegte sie. Wen meinst du mit er? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich war ziemlich verwirrt. Wie meinst du das? Du musst es doch wissen. Was ist denn passiert? Wieder dachte sie einen Moment nach. Ich auf einmal wirkte sie panisch. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an gar nichts. Warum? Was ist mit mir passiert? Wieso erinnere ich mich an nichts? Beruhig dich. Ich sammel dich erst mal und versuche vielleicht, dich an etwas Kleineres zu erinnern. Dein Name oder sowas. Das Wulpix atmete tief durch, kam wieder runter und konzentrierte sich. Mein Name. Mein Name. Mein... Ich glaube... Ich glaube, ich erinnere mich. Mein Name ist Fade. Fade? Das ist ein... Interessanter Name. Meiner lautet übrigens Fanda, falls es dich interessieren sollte. Zum ersten Mal lächelte sie. Danke, Fanda. Ich bin dir wirklich was schuldig. Leider hörte sie sofort wieder auf zu lächeln. Kannst du mir bitte erklären, wer dieser... Er ist? Glaubst du, dass er derjenige war, der mich so zugerichtet hat? Ihr Blick wirkte gleichzeitig neugierig und ängstlich. Ich wusste, dass ich ihr am besten alles erklären sollte. Über... ihn. Über den Tyrann, der das gesamte Land terrorisierte. Den Anführer der Sklaven. Der Dunkelheit. Fadesicht. Also gut. Bevor ich dir etwas über dieses Pokémon erzähle, muss ich wissen, ob du dich in irgendeiner Form an eine Gruppe namens Sklaven der Dunkelheit erinnern kannst. Ich dachte wirklich nach, aber es hatte keinen Zweck. Nichts. Es war einfach so unfassbar frustrierend. Mein Gesicht muss den Frust wieder gespiegelt haben. Da Fanda nicht einmal auf meine Antwort wartete. Also erinnerst du dich nicht. Mach dir darüber keine Gedanken. Deine Erinnerungen kommen bestimmt bald wieder. Für den Moment heißt das bloß, dass ich dir wohl etwas mehr erklären muss. Also mach's dir bequem, denn das kann jetzt eine Weile dauern. Ich entschied mich, mich einfach wieder hinzulegen. Dann begann er. Also gut, beginnen wir am besten ganz am Anfang. Weil, naja, diese Welt ist das genaue Gegenteil von friedlich. Es gibt im Moment so ziemlich drei Sorten von Pokémon. Die unschuldigten, unbeteiligten Pokémon. Die Pokémon, die gegen die Sklaven der Dunkelheit kämpfen. Und die Sklaven selber. Nicht viele wissen, was ihr Ziel wirklich ist. Aber was jeder weiß, dass sie nichts Gutes im Sinn haben. Sie rauben Leute aus, attackieren Unschuldige. Sie versuchen einfach allen zu schaden. Ich unterbrach seine Erläuterung. Und, auf welcher Seite stehst du? Gehörst du zu den Unbeteiligten? Alles, aber definitiv nicht das. Ich bekämpfe sie seit inzwischen zwei oder drei Jahren. Ich weiß mehr über diese Organisation als die meisten anderen. Ich helfe der Polizei und natürlich dem Officer im Kampf gegen sie. Du wirst ihn bestimmt auch bald treffen. Und, warum bekämpfst du diese Gruppe? Möchtest du Unschuldigen helfen, so wie mir? Für einen Moment verstummte er. Es ist Ich kann es dir nicht sagen. Meine Gründe sind persönlich. Also, frag nicht nach, okay? Zum ersten Mal wirkte er sich unsicher. Was mich nur noch neugieriger machte. Trotzdem entschied ich mich dagegen nachzuhaken. Er wechselte schnell das Thema. Die Sklaven, wie ich sie oft kurz nenne, weil ihr Name viel zu lang ist. Sortieren ihre Mitglieder nach fünf Rängen. Die niedrigsten von ihnen sind die Schergen. Die meisten von ihnen sind neu bei der Gruppe und sind wirklich schwach. Den zweit niedrigsten Rang haben die Ganoven. Dieser Rang ist der häufigst besetzte. Ungefähr 70% aller Sklaven sind Ganoven. Sie übernehmen die schmutzigen Jobs wie Diebstahl oder öffentliche Angriffe. In der Mitte der Hierarchie stehen die Krieger. Sie verteidigen die Organisation und ihre Basis und sind in der Regel sehr stark. Viele Ganoven wollen diese Position erreichen. Seit ihre Basis entdeckt wurde, bewachen die Krieger sie Tag und Nacht. Sie sind der Grund, warum niemand lebend hinein und auch wieder hinausgekommen ist. An zweiter Stelle stehen die Generäle der Vereinigung. Es gibt genau drei von ihnen. Und sie sind diejenigen, denen der Anführer wirklich vertraut. Aber nur das Vertrauen des Anführers ist nicht alles, was man braucht. Stärke und Intelligenz sind ebenfalls vonnöten. Wie bereits erwähnt, gibt es drei von ihnen. Gaven, das Knackrack. Blast, das Logok. Und Tyrant, das Despotar. Der oberste, der Generäle. Nur ein Pokémon hat das Recht, ihnen etwas zu befehlen. Der Anführer der Sklaven der Dunkelheit persönlich. Er ist ein mystisches Pokémon. Eines der Sorten, die man nur einmal im Leben sieht. Er ist der König der Albträume. Gerissen, mächtig und gewissenlos. Er behauptet, die Organisation selbst gegründet zu haben. Sein Name, er lautet Darkrai. Das schlimmste Pokémon, welches je das Licht der Welt erblicken durfte. Niemand weiß etwas über seine Motive. Niemand weiß, wie er so viele Pokémon ansammeln konnte. Niemand weiß irgendetwas über ihn. Jedenfalls nichts Bedeutendes. Ich bin ihm erst einmal begegnet. Das war der Tag, an dem ich mich entschied, die Sklaven zu bekämpfen. Das war für mich natürlich eine Menge zu verarbeiten. Er hatte mir wirklich alles über diese Gruppe erzählt. Außer dem, was ich wissen wollte. Das ist ja alles echt interessant, aber was hat es mit dem Angriff zu tun? Hat der Angriff etwas mit diesen Sklaven der Dunkelheit zu tun? Erneut wirkte Fanda unfassbar unsicher. Ich bin mir sehr sicher, dass es Darkrai selbst war. Meine Verwirrung wuchs bloß an. Bitte, was? Wieso sollte dieser Kerl so jemanden wie mich angreifen? Wieso bist du dir so sicher, dass er es war? Gerade sagtest du doch noch, dass du ihn erst einmal getroffen hast. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, als er dich angriff, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass er es war. Es ist wegen deinen Wunden. Darkrai ist das einzige Pokémon, welches andere mit der Energie der Nacht selbst verletzen kann. Und du wurdest eindeutig von dieser Macht verletzt. Und weshalb er dich angegriffen hat, das werde ich herausfinden. Darkrai kämpft nie selbst. Dafür ist er zu feige. Er schickt sonst immer Ganoven oder Krieger für die Scheißarbeit und lehnt sich selbst zurück. Du musst irgendwas getan haben, was ihn wirklich angepisst hat. Ich kann mir nicht vorstellen, was. Soweit ich weiß, hat erst ein einziges Mal selber jemanden angegriffen. Er hatte anschließend auf zu reden. Für einen Moment verstummte er, bevor er erneut das Thema wechselte. Also, was hast du jetzt vor? Hast du schon eine Idee, wie du jetzt weitermachst? Ohne meine Erinnerung und ohne mein Wissen würde ich diese Schlacht nicht alleine schlagen können. Vor allem, wenn eines der wohl berüchtigsten lebenden Pokémon anscheinend mein Feind war. Und wenn Darkrai mich wirklich hasste, dann musste er etwas über mich wissen. Über meine Vergangenheit. Ich musste ihn finden. Alleine würde dies jedoch nicht möglich werden. Und bisher kannte ich nur ein Pokémon in dieser Welt. Wenn du diese Pokémon bekämpfst, dann will ich dir auch helfen. Kann ich hierbleiben und dem Kampf beitreten? Er betrachtete mich überrascht und auch etwas argwöhnisch. Du willst mir helfen. Warum das? Was soll ich sonst tun? Ich erinnere mich an nichts. Und wenn Darkrai mich tatsächlich angegriffen hat, muss er meine Vergangenheit kennen. Ich muss ihn finden. Sein Blick wurde nachdenklich. Ich bezweifle, dass ich dich abhalten kann. Habe ich recht. Ich schüttelte den Kopf. Bereute es jedoch sofort, als Schmerz mich durchzuckte. Bleib ruhig. Du musst dich noch ausruhen. Aber wenn du drauf bestehst, dann werde ich dich mitkämpfen lassen. Vorher wirst du jedoch den Officer treffen müssen. Ruh dich am besten ein paar Tage lang aus, dann trete ich mit ihm in Kontakt. Aber wie gesagt, erst ruhst du dich aus. Nachdem diese Worte gesprochen waren, verließ er den Raum. Dies war der erste Tag unseres Abenteuers. Wenn wir damals gewusst hätten, was die Zukunft für uns bringen würde, wäre wohl alles anders gewesen. War es aber nicht. Und so vergingen die Tage. Kapitel 2 Officer G von Metro Village Feldsicht Für die nächsten Tage konnte ich eigentlich nichts Bedeutendes tun. Die meiste Zeit lag ich einfach im Bett, versuchte zu schlafen und sprach seltener mal mit meinem neuen Freund. Er konnte mir viele bedeutende Dinge über diese Welt erzählen. Ich versuchte außerdem auch noch einmal, Fanda dazu zu bringen, mir etwas über sich selbst zu erzählen. Allerdings weigerte er sich weiterhin, mir irgendetwas zu erzählen, was ich noch nicht wusste. Es war ziemlich enttäuschend für mich, aber ich konnte es ihm wohl nicht übel nehmen. Was auch immer in seiner Vergangenheit geschehen sein muss, es muss schrecklich gewesen sein. Außerdem kennt er mich ja kaum. Auch wenn ich diesen Fakt definitiv noch ändern wollte. Aber wie sollte er mich überhaupt besser kennenlernen, wenn ich mich selber nicht einmal kannte? Trotz allem sprachen wir häufiger mal miteinander und ich hatte auch das Gefühl, dass wir uns zumindest etwas näher kamen. Ich kann allerdings auch nicht sagen, wie er das Ganze wahrnahm. Fanda ist ein sehr ernstes Pokémon und scheint oft in Gedanken versunken zu sein. Teilweise mache ich mir wirklich Sorgen. Auch wenn ich nicht genau wissen konnte, weshalb, fiel mir oft auf, dass er eindeutige Anzeichen, die auf Depressionen hinweisen, hatte. Sollte diese Theorie meinerseits stimmen, würde das auch noch einmal untermalen, was ich bereits vermutete. Irgendetwas war in seiner Vergangenheit geschehen, das ihn fürs Leben geschädigt hatte. Etwa eine Woche später schaffte ich es, wieder zu laufen. Fanda wirkte davon deutlich erstaunter als ich selber. Das ist wirklich ungewöhnlich. Nach dem, was Darkrai dir angetan hat, wäre es normal, wenn du mindestens einen Monat brauchen würdest, um wieder laufen zu können. Und das auch nur mit Glück. Am wahrscheinlichsten ist es jedoch, dass ein Pokémon, das von Darkrai angegriffen wird, nie wieder laufen könnte. Natürlich, falls es überlebte. Noch am selben Tag entschied er sich, dass es für mich Zeit wäre, den Police Officer zu treffen. Immerhin würde er, da ich immer noch fest entschlossen war, mich auf Fandas Seite zu stellen. So etwas wie mein Chef werden. Der Besuch bei ihm war auch der Grund für mich, zum ersten Mal seit meinem Erwachen Fandas Haus zu verlassen. In dem Moment, als ich aus der Tür trat, fehlten mir wirklich die Worte. Die Stadt war viel größer als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Fandas wirkte von meiner Reaktion sehr amüsiert, zumindest für seine Verhältnisse. Es kann einen wirklich umhauen, wenn man es zum ersten Mal sieht. Aber du wirst dich bald daran gewöhnen. Aber für den Moment, willkommen in Metro Village. Mit 100 Einwohnern, derzeit eine der aufstrebendsten Metropolen unserer Zeit. Als ich ihn darum bat, stimmte er zu, mich herumzuführen, bevor wir Officer Gennion, auch oft G genannt, besuchen würden. Und schließlich ist das hier unser Ziel, die Polizeiwache. Wenn du die Position eines der wichtigen Orte vergisst, fühl dich frei, mich zu fragen. Vielen Dank, Fanda. Du bist wirklich eine riesige Hilfe für mich. Ich glaube, der Moment, in dem er mir darauf antwortete, war das erste Mal, dass ich ihn jemals irgendwie fröhlich sehen konnte. Mit Freuden. Es ist meine Pflicht, anderen zu helfen. Also, bereit einzutreten? Ich nickte bloß. Im Inneren war die Polizeiwache deutlich moderner, als sie von außen aussah. Was von außen wirkte wie ein altes Gebilde, beinhaltete bereits in der Eingangshalle Unmassen an Technologien, die ich noch nie gesehen hatte. Viele Pokémon rannten wild durcheinander, offensichtlich sehr gestresst. Die meisten schleppten irgendwelche Papiere mit sich herum. Ein paar wenige stoppten kurz, um Fanda zu grüßen, gaben sich danach jedoch sofort wieder ihrer Hektik hin. Mich schienen die meisten nicht einmal zu bemerken. Ein paar wenige Minuten später erreichten wir eine stämmige Holztür. An ihr hing ein Schild, welches die Aufschrift Officer G trug. Fanda trat ohne zu zögern ein. Als wir beide den Raum betraten, sah das anwesende Pokémon nicht einmal in unsere Richtung. Er war gerade am Telefonieren und wirkte, sagen wir, weniger gut gelaunt. Seine freie Hand nutzte der Officer, um uns klarzumachen, dass wir uns setzen sollten, während er in das Gerät schrie. Während er so vor sich hin brüllte, hatte ich die Chance, seine Spezies auszumachen. Er hatte eine raue, schuppige, blaue Haut und einen großen Mund. Heute weiß ich, dass diese Spezies den Namen Kanimani trägt. Zumindest ist es das, was Fanda mir erzählt hatte. Der Raum war dekoriert mit Unmengen von Fotos. Auf ihn waren teilweise Bilder von sehr gewalttätig aussehenden Pokémon. Auf der anderen Seite war eine ganze Wand voller Auszeichnungen und Medaillen. Als ich das sah, wusste ich bereits, dass mein neuer Chef auf jeden Fall ein guter Polizist war. Als er jedoch erneut ins Telefon schrie, machte ich mir Sorgen, er könne vielleicht etwas unhöflich sein. Einige Minuten vergingen noch, bevor er sprach, Nein, das ist mein letztes Wort. Leb damit oder du bist gefeuert. Ist das klar? Er knallte den Hörer geradezu auf den Tisch und stöhnte. Als er endlich mit seinem Prozedere fertig war, wandte er sich an uns. Ansehen tat er uns aber immer noch nicht. Dafür waren wir ihm wohl nicht wichtig genug. Er starrte einfach an die Decke. Also, was wollt ihr von mir? Ich hab mehr als genug zu tun, also macht's schnell. Ich wusste nicht ganz, wie ich mit dem grimmigen Pokémon umgehen sollte. Fanda schien jedoch eine Ahnung zu haben. Ich weiß, dass du gestresst bist, aber es gehört sich trotzdem, sein Gegenüber zumindest anzuschauen, G. Endlich löste der Officer seinen Blick von der Decke und warf einen wütenden Blick zu Fanda, bevor er ihn erkannte. Ach, du bist es, Fanda. Du warst schon lange nicht mehr hier. Ich hatte schon langsam vermutet, du wärst verschwunden. Da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich bin immer noch hier. Ich musste wichtige Dinge erledigen. Zum ersten Mal, seit ich das Gebäude betreten hatte, sah mich tatsächlich jemand an. Ich seh schon was Loses. Du hast wieder einen von ihnen erwischt, nicht? Also, Spuck aus Mädchen, was war dein Drecksjob? Die Art, wie das Kanimani mich anstarrte, beunruhigte mich dezent. Fanda stellte klar, weshalb ich wirklich hier war. Nein, nein, da liegst du falsch, G. Sie gehört nicht zu den Sklaven. Auch wenn er sich offensichtlich etwas beruhigte, sah er mich immer noch seltsam an. Wenn es so ist, warum hast du sie dann hergebracht? Ich will auch im Kampf gegen die Sklaven helfen. Der Ausdruck des Polizisten änderte sich schnell. Erst wirkte er verwirrt, bevor er in Gelächter ausbrach. Das ist wirklich ein klasse Gag. Nach all der Scheiße diese Woche habe ich den Lacher gebraucht. War's das dann? Ich hab grad keine Zeit für... Als er die Gesichter von mir und Fanda sah, stoppte er. Äh, warte. Ihr meint das ernst, oder? Ja, das tun wir. Hast du ein Problem damit? Die Heiterkeit verschwand wieder aus seinem Gesicht. Ja, natürlich habe ich das, Fanda. Du von allen musst doch wissen, dass wir hier nicht einfach jeden mitmachen lassen können. Wir brauchen starke Kämpfer, nicht irgendwelche dahergelaufenen Mädchen. Du darfst natürlich nicht beitreten. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mit dieser Antwort gerechnet, daher war ich zunächst ziemlich schockiert. Fanda behielt jedoch die Ruhe. Sie ist besonders G. Ich kenne die Regeln und hätte sie nicht hergebracht, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass sie in unsere Gruppe gehört. Sie ist anders als andere. Ich habe sie vor etwa drei Wochen verwundet und bewusstlos im Wald gefunden. Ich habe sie gepflegt, damit sie sich wieder erholt. Und ich habe die Wunden gesehen, die sie hatte. Wieder kehrte Sorge in seinen Blick zurück. Sie wurde nicht einfach von irgendeinem Schergen angegriffen und verletzt wie viele andere. Sie wurde von der Energie der Nacht selbst verwundet. Es muss Darkrai gewesen sein, der versucht hat, sie zu töten. Wieder startete G mich an. Darkrai hat sie angegriffen. Der Darkrai. Warum sollte er das tun? Das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Als ich bei Fanda zu Hause wieder aufgewacht bin, waren alle meine Erinnerungen verschwunden. Im Blick des Karnimani zeigte sich keine Spur von Glauben oder Vertrauen. Also fassen wir zusammen. Ihr beiden kommt hierher und stört mich bei der Arbeit, um mir zu erzählen, dass Darkrai, der große Anführer und Gründer der berüchtigten Sklaven der Finsternis und der größte Feind der Gesellschaft selbst, persönlich versucht hat, dieses kleine Wulpix hier zu töten und es nicht geschafft hat. Dummerweise könnt ihr mir allerdings nicht sagen, weshalb er dich angegriffen hat, weil du zufällig all deine Erinnerungen verloren hast. Glücklicherweise konntest du dich, abgesehen davon, innerhalb einer einzigen Woche nach deinem Erwachen wieder von deiner Nahtoderfahrung erholen. Ich sah nervös in Richtung Fanda, dessen Gesicht jedoch, wie so oft, nichts verriet. Bevor der Officer weitersprach. Das ist verdammt cool. Endlich passiert mal was Spannendes in dem Laden. Du bist dabei, Mädchen. Nun war ich wohl an der Reihe, damit verwirrt zu sein. Was, dachtest du, ich würde euch nicht glauben? Ich sag dir eins, Mädchen. Wenn ich meinen eigenen Leuten nicht vertrauen würde, könnte ich auch gleich den Sklaven beitreten. Wenn Fanda sagt, dass es wahr ist, glaube ich euch das. Und weil ich weiß, dass es wahr ist, will ich definitiv wissen, was zur Hölle du getan hast, um Darkrai so anzupissen. Außerdem, wenn ich dich nicht mitmachen lassen würde, würdest du mit Darkrai an deinen Fersen wohl kaum überleben. Ich war wirklich überrascht und glücklich darüber, dass G mich tatsächlich akzeptiert hatte. Vielleicht auch etwas arg glücklich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz warum, aber ich war einfach glücklich und viel Fanda um den Hals. Als ich bemerkte, was ich getan hatte, stieß ich mich von ihm ab. Er sah mich sehr verwirrt an und lief etwas rot an. Und ich kann es zwar nicht sicher wissen, aber ich tat sehr sicher dasselbe. Der Officer begann zu lachen. Wenn ihr beiden euch so gut versteht, dann arbeitet ihr zusammen. Für heute ruht ihr euch noch einmal aus. Ab morgen wirst du Fanda im Kampf gegen die Sklaven assistieren. Da du heute erst beigetreten bist, hast du logischerweise keine Erfahrung und bist noch ein niedriges Mitglied. Da Fanda einen höheren Rang hat als du, wirst du ihm assistieren. Er wird dein Chef sein, bis du reif für eine bessere Rolle bist. Geh klar, Boss, das mache ich. Der Officer lachte einfach wieder. Du musst mich nicht Boss nennen. Nenn mich einfach Officer Ganyons, so wie jeder andere. Oder Officer G, das bevorzuge ich persönlich. Fanda stieß mich in die Seite. Komm mit, wir sollten G seine Arbeit weiterführen lassen. Kaum hatte er ausgesprochen, klingelte das Telefon erneut und G verabschiedete sich kurz, bevor wir gingen. Kapitel 3 Die Fehlgestalt Fandas Sicht Als wir wieder nach Hause liefen, wirkte Fade immer noch sehr glücklich. Alles war genau nach Plan verlaufen. Mir war schon klar gewesen, dass G genauso neugierig über Fades Geschichte wäre, wie ich es war. Außerdem, auch wenn er nach außen wirklich rau wirken kann, war er schon immer ein freundliches Pokémon. Ich hatte bereits erwartet, dass er Fade dazu auffordern würde, mit mir zusammenzuarbeiten. Nun, wo das Wichtigste geklärt war, wollte ich ihr beibringen, wie man die Sklaven am besten bekämpfen kann. Wir brauchten nur ein paar Minuten, um wieder nach Hause zu kommen, und als wir um die letzte Ecke liefen, sah ich ein Pokémon an meiner Haustür stehen. Fade schien vom Anblick des seltsamen Wesens sehr verwirrt. Ich grüßte ihn jedoch einfach. Hey, SD, auch wieder da. Er wirkte ziemlich froh, als er mich sah. Wenn das nicht mein bester und einziger Freund Fanda ist. Wie geht's? Wie steht's? Als ich mit meinem Freund, dem lila Wulpix, sprach, merkte ich, wie Fade sich hinter uns auch näherte. Komm schon, Fade. Du musst keine Angst vor ihm haben. Sie wirkte zwar sehr unruhig, jedoch trat sie nun neben mich. Wer bist du denn? Hast du etwa ein Mittel aufgeschnappt, während ich weg war? Vermutlich lief ich genauso rot an wie Fade. Nein, wir kennen uns erst seit rund einer Woche. Wir sind nicht zusammen. SD begann zu lachen. Naja, zumindest war ich überzeugt, dass dieses eigenartige Geräusch ein Lachen sein sollte. Als Uneingeweiter würde man sich vermutlich Sorgen machen, dass er gerade am Ertrinken wäre oder etwas Ähnliches. Fade sah mich an. Sie verstand genauso wie die meisten nicht, was mit ihm los war. Du weißt es dich nur auf, zieh, Kumpel. Aber im Ernst, wer bist du, Wulpix? Zum ersten Mal in der Anwesenheit meines einzigen Freundes sprach sie. Mein Name ist Fade. Ich bin heute der Polizei beigetreten. Wieder lachte das eigenartige Pokémon. Kein Grund, so nervös zu sein, Fade. Alle Freunde von Fanda sind auch meine Freunde. Bei der Menge ist das auch relativ einfach zu handhaben. Aber wie habt ihr den alten Jiden dazu überredet, dich beitreten zu lassen? Wer das erste Mal, dass er ein Mädchen aufnimmt? Ich zögerte nicht, ihm alles zu erklären. Und jetzt ist sie den Polizisten beigetreten, um ihre Vergangenheit zu erkunden. Ich helfe ihr dabei. Zum ersten Mal heute schien es dir darüber nachzudenken, was er sagte. Also, ist da kein hinter dir her, Fade. Mädel, ich will nicht wissen, wie du es geschafft hast, ihn so zu nerven. Ich mein, ich hab schon versucht, ihn so weit zu bringen, aber ich hab's nicht hinbekommen. Wenn du dich erinnerst, dann sag mir Bescheid, okay? Fade kam offensichtlich immer noch kaum auf, die sehr eigene Persönlichkeit hatte bloß den Kopf, als er wieder begann zu lachen. Unbekannte Sicht. Sie ist hier. Und sie hat schon ein paar tolle neue Freunde gefunden. Obwohl ich ihr befohlen hatte, es nicht zu tun. Ich hab ihr erklärt, was geschehen würde, sollte ich ihr je begegnen und trotzdem... Sie wagt es trotzdem mir zu widersprechen. Aber vielleicht kann ich die Situation ja nutzen, um... Fade Sicht. Mein neuer Bekannter verwirrte mich wirklich in jeder Form. Er wirkte zwar wie ein freundlicher und lustiger Geselle, aber gleichzeitig auch ziemlich durchgeknallt. Was mich jedoch noch mehr wunderte war, was er über Fander gesagt hatte. War er wirklich ein derart einsames Pokémon? Wieso war das bei einem derart freundlichen Pokémon so? Es erklärte jedoch auch, warum ich nie von jemand anderem etwas mitbekommen hatte. Für den Moment entschied ich mich jedoch, dass es besser war, das Thema nicht weiter zu verfolgen, da ich Angst hatte, ihn zu kränken. Stattdessen versuchte ich, diese unangenehme Debatte zu beenden. Es ist wirklich schön, dich zu treffen und alles, aber müssen wir das alles wirklich hier draußen besprechen? Fander wird etwas verlegen. Äh, natürlich nicht. Tut mir leid, ich war wohl etwas aufgeregt. Kommt rein, ihr beiden. Fander betrat das Haus, jedoch wurde ich gestoppt, bevor ich ihm folgen konnte. Von Esti. Hey, warte eine Sekunde. Ich würde gern kurz eine Sache unter vier Augen besprechen. Neugier packte mich und ich wollte erfahren, was er wollte. Nur eine ganz kleine Sache. Auf einmal begannen seine roten Augen zu glühen und sein Fell sah aus, als würde es brennen. Solltest du jemals auch nur ein einziges Mal meinem Kumpel wehtun, dann werde ich dich finden, egal wo du dich versteckst. Ich werde dich finden und dir mehr Qualen bereiten, als du dir je vorstellen könntest. Verstanden? Dieser plötzliche Auftritt machte mir wirklich Angst. Ja, verstanden. Sofort sah er wieder normal aus. Sehr schön, dann können wir, glaube ich, gute Freunde werden. Ohne auf eine Reaktion zu warten, trat er in Fanders Haus ein und ließ mich sprachlos stehen. Als ich mich von dem Schock erholt hatte, entschied ich mich, ihm zu folgen. Kaum hatten wir uns zusammengesetzt, fasste Fanda die Situation zusammen. Also, unser Problem ist jetzt, dass wir nicht genug Raum für alle haben. Fade, du musst wissen, dass er es dir in der Regel hier bei mir übernachtet, wenn er gerade nicht reist. Weil er nie lange in der Gegend bleibt, wäre es in jeder Form eine Verschwendung, wenn er sich ein Haus kaufen würde oder sowas. Daher lasse ich ihn immer hier bleiben. Aber jetzt, wo du auch da bist, haben wir nicht mehr genug Räume für jeden. Habt ihr Ideen, wie wir damit umgehen können? Der Gedanke, dass das Wulpix, welches mir gerade noch gedroht hatte, nun ein Mitbewohner sein würde, stimmte mich nicht so fröhlich. Ich wusste immer noch kaum etwas über ihn. Deshalb wusste ich auch noch nicht, was ich wirklich von dem seltsam gefärbten Pokémon halten sollte. Ich entschied für den Moment jedoch, dass er wohl in Ordnung sein musste, wenn Fanda ihm vertraute. Bevor ich jedoch überhaupt anfangen konnte, über das erwähnte Problem nachzudenken, präsentierte es die bereits seinen Ansatz. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich viele Optionen haben. Entweder müssen sich eben zwei von uns ein Zimmer teilen oder irgendjemand muss woanders bleiben. Und wenn ich an die Umsetzbarkeit denke, bleibt uns eigentlich nur Option eins. Wir haben kaum eine andere Wahl. Fanda dachte ebenfalls über diese Option nach. Ich fühlte mich nicht sonderlich wohl, dabei mir ein Zimmer teilen zu müssen. Es würde mich definitiv nicht umbringen, aber es würde seltsam und unangenehm werden, da ich beide nicht sonderlich gut kannte. Vor allem natürlich erst die nicht. Gleichzeitig wusste ich jedoch, dass in diesem Trio ich derzeit die Fremde war. Daher wäre es auch kaum sinnvoll, mich entscheiden zu lassen. Trotzdem fühlte ich mich etwas unwohl, als beide zu einem Entschluss kamen. Wir sind hier trotz allem immer noch in deinem Haus, Fanda, du lässt uns nur hierbleiben. Die einzig faire Option wäre es, wenn dich und fällt uns ein Zimmer teilen, meinst du nicht auch? Nein, meine ich nicht. Jedoch sprach ich meinen Gedanken nicht laut aus. Fanda wirkte auch etwas unsicher, wahrscheinlich mit einer Ahnung, was ich dachte. Naja, wäre das für dich in Ordnung fällt. Ich entschied mich dieses Mal nicht ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Es würde nur Probleme machen und außerdem hatte es dir im Prinzip ja recht. Es war die faireste Option. Ja, es wird schon klappen. Fanda wirkte nicht sonderlich überzeugt von meiner Antwort, belies es aber trotzdem dabei. Na dann, ihr zwei solltet euch vermutlich etwas einrichten. Ihr solltet die Zeit nutzen, um euch etwas besser kennenzulernen. Ich denke, ich mache uns in der Zeit was zu essen oder so. Nun verließ er den Raum und ging in die Küche. Auch SD stand auf. Er nahm jedoch die Tür an meiner linken Seite. Mein Unser Raum. Ich folgte ihm, auch wenn ich immer noch nicht ganz glücklich über meinen neuen Zimmerkollegen war. SD's Sicht. Nur kurze Zeit, nachdem ich den Raum, den wir nun teilen mussten, betrat, bemerkte ich, wie man mit Wulpix mir folgte. Auch wenn sie eindeutig versuchte, es zu verstecken. Ihr Unmut über meine Anwesenheit war mehr als eindeutig. Ohne zu sprechen, schob sie ihr Bett zur Seite, damit wir genug Platz für einen weiteren Heuhaufen haben würden. Ich bemerkte die missgünstigen Blicke, die Feld mir oft zuwarf. Jedoch weigerte sie sich weiterhin zu sprechen. Vermutlich war es das Beste, die Stille zu brechen. Eine kleine Konversation würde das Eis vielleicht brechen können. Oder zumindest anschmelzen. Du kannst aufhören, mich so anzustarren. Ich weiß, dass du mich nicht hier haben willst, aber du musst trotzdem damit leben. Das weiß ich und das akzeptiere ich auch. Trotzdem muss es mir nicht gefallen, oder? Nein, aber es würde allen helfen, wenn du wenigstens versuchen könntest, deinen Unmut nicht so raushängen zu lassen. Erst wirkt es so, als würde sie ihre Sicht weiterhin verteidigen wollen, stoppte sich jedoch selbst. Es tut mir ja leid, es ist nur... Woher weiß ich denn, dass ich dir vertrauen kann? Ich wünschte, ich könnte dir einfach vertrauen. Glaub mir, aber egal wie oft ich mir selber sage, dass es okay sein muss, wenn Phan da dir vertraut, es klappt einfach nicht. Wenn das Problem ist, dass du mir nicht trauen kannst, dann beweise ich dir halt, dass du es kannst. Ich bin es ja sowieso gewohnt. Ihr Blick war dieses Mal nicht von Missgunst, sondern von Mitleid abfüllt. Es liegt an deinem Aussehen, oder? Wow, du denkst ja sehr schnell nicht. Als wäre es meine Schuld, dass ich so geboren wurde. Mein Zorn entging ihr natürlich nicht, daher versuchte sie mich zu beruhigen. Mach dir nix draus. Ich weiß schon, dass die meisten Pokémon in dieser Welt anscheinend Idioten sind. Mich interessiert nicht, wie du aussiehst, sondern wie du handelst. Also, lass uns einfach die Betten fertig machen und dann Phan da helfen. Gut. Wir taten genau, was sie vorschlug. Und beim Abendessen merkte ich bereits, dass Felt mir gegenüber bereits deutlich sicherer und offenherziger wirkte. Obwohl ich eigentlich nichts dafür getan hatte? Dieses Mädchen ist wirklich was Besonderes. Kapitel 4 Traumatisiert Feldsicht Am nächsten Morgen wurde ich durch den Ruf meines neuen Zimmergenossen wach. Komm schon aufwachen! Vergiss nicht, dass du heute deine erste Aufgabe als Polizistin haben wirst! Trotzdessen nahm ich mir meine Zeit, um aufzustehen. Dir auch einen guten Morgen, Esti? Exakt in dieser Sekunde betrat auch Phan da den Raum. Ah, ihr seid beide schon wach. Sehr gut. Kommt mit mir in die Küche, ich habe uns schon Frühstück gemacht. Zu dritt hatten wir ein ruhiges, angenehmes Frühstück. Anschließend erklärte Phan da uns, was wir heute machen würden. Also, ihr wisst ja beide, dass heute dein erster Tag bei der Polizei wird, Feld. Ich vermute mal, dass du dich nicht an irgendwelche starken Attacken erinnerst mit deiner Amnesie. Richtig? Nach kurzem Denken schüttelte ich den Kopf. Nein, ich weiß nicht, wie ich kämpfen sollte. Tut mir leid. Mach dir keinen Kopf darüber. Alles in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt schon erwartet, dass das so kommt. Du wirst heute keine schwere Aufgabe bekommen. G hat mir den Standort von einem einzelnen Schergen verraten. Er versteckt sich anscheinend derzeit im Wald direkt hinter der Stadt. Es ist ein Unlichttypen Zickzacks. Heute wirst du einfach ihn bekämpfen. Sollte trotz allem etwas schief gehen, werde ich da sein und aushelfen. Ich habe schon hunderte von der Sorte bekämpft. Ich weiß schon lang nicht mehr, wie viele genau. Noch Fragen? Ich hatte keine Frage mehr. Es die schon? Ja, ich habe eine. Darf ich auch mitkommen? Für einen Moment dachte Van danach. Ich denke, es geht in Ordnung. Aber misch dich nicht ein, solange nicht nötig. Gut, das hier wird Fates erste Aufgabe als Polizistin. Sie muss das alleine schaffen. Das ist mir klar, aber ich will sie auch kämpfen sehen. Van der Wegte etwas verwirrt von diesem Enthusiasmus. Ja, klar. Also, bist du bereit, Feld? Ich machte mir Sorgen, da ich wusste, ich würde heute kämpfen müssen, auch wenn ich wusste, dass eigentlich nichts schief gehen konnte. Hatte ich ziemliche Angst. Aber an sich wusste ich ja, selbst wenn ich diesen Schergen nicht besiegen könnte, würden Van der und S.D. einschreiten. Ja, ich denke schon. Wir brauchten etwa eine Stunde, um das Zentrum des Waldes zu erreichen. Als wir den Rand der Lichtung erreichten, auf der sich der Scherge aufhalten sollte, signalisierte mir Van der, die Lichtung zu betreten. Er sprach nicht, damit er unentdeckt bleiben würde. Ich tat eigentlich genau, was er sagte. Als ich die große Fläche betrat, sei ich dort niemanden. Diese Leere machte mich nervös. Hallo? Ist hier jemand? Kaum hatte ich ausgesprochen, hörte ich ein seltsames Rascheln. Im nächsten Moment sprang ein kleines, schwarz-weißes Pokémon aus einem Baum. Was machen du hier, Mädchen? Du verbisst dich besser ganz schnell wieder. Hast Glück, dass ich heute gute Laune habe. Wenn du jetzt rennst, lass ich dich sogar wegkommen. Das Auftreten dieses kleinen Fellballs überraschte mich durchaus. In meinem Kopf war jeder der Sklaven ein großes, bösartiges und muskulöses Pokémon gewesen. Auf dieses Fellknoll traf exakt keine dieser Beschreibungen zu. Bist du der Kerl, den ich hier suchen soll? Du gehörst nicht wirklich zu den Sklaven, oder? Offenbar fühlte der kleine Dachs sich von meinen Worten wirklich gekränkt. Was? Natürlich tue ich das. Ich bin einer der stärksten Schergen, die sie jemals hatten. Warum suchst du mich ein Mädchen? Willst du bei uns mitmachen? Definitiv nein. Im Namen der Polizeikräfte von Metro City. Du bist verhaftet. Der Dachs sah mich auf einem ganz anderen Level verwirrt an. Anschließend begann er zu lachen. Du glaubst mir nicht, dass ein so großartiges Pokémon wie ich zur Weltelite gehört, aber dir soll ich abkaufen, dass ein Mädelpolizist in unserem alten G ist? Sowas Lustiges habe ich schon länger nicht gehört. Hör auf zu lachen und ergib dich. Ich sagte, dass du verhaftet bist. Tatsächlich hörte er zumindest zum Teil auf mich und hörte auf zu lachen. Ist das wirklich dein Ernst? Naja, wenn du meinst, aber aufgeben werde ich nicht. Dich mache ich fertig. Große Worte für ein kleines Wesen. Und zwar eindeutig zu groß. Mein Gegner schien nicht mehr Kampferfahrung zu haben als ich. Er versuchte nur mich zu tacklen, während ich nebenbei austestete, was ich im Kampf überhaupt alles anrichten konnte. Natürlich konnte ich ebenfalls tacklen und den Gegner beißen. Ich schaffte es jedoch auch, kleine Flammen zu spucken. Ein Angriff mit dem Namen Glut. Sagen wir es freundlich. Der Dachs hielt weniger lange durch. Er rannte schlicht gegen einen Baum und fiel zu Boden. Mich hatte er nicht einmal getroffen. Ich war wirklich von seiner Blödheit überrascht, aber war froh drum und begab mich zu seinem regungslosen Körper. Im Augenwinkel sah ich im Gebüsch Pfander, der mir zulächelte. Doch in der Sekunde, in der ich den regungslosen Dachs wegbringen wollte, geschah etwas. Irgendetwas bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit zu mir. Mitten im Boden. Es sah aus wie die Rückenflosse eines Hais? Ich sprang schnell zur Seite, als ein drachenartiges Wesen aus dem Boden sprang. Wer zur Hölle bist du? Gehörst du zur Polizei oder was? Die bloße Ausstrahlung dieser Bestien nahm mir die Sprache. Jedoch schien er sowieso keine Antwort zu erwarten. Ich wusste nicht, dass die heutzutage so Erschwächlinge wie dich nehmen. Diese Idioten müssen wirklich ziemlich verzweifelt sein. Endlich brachte ich ein paar Sätze zusammen. Ich gehöre zur Polizei. Ich will dieses Zickzacks festnehmen. Ich nehme einfach mit und verlasse dann dein Territorium. In Ordnung? Der Drachenhai lachte auf. Du denkst, das hier wäre mein Territorium? Sehe ich aus wie irgendein wilder Abfall? Ich lebe dort wo ich will und leider kann ich den nicht erlauben den Idioten da mitzunehmen. Sklaven sind dazu verpflichtet einander zu helfen. Er nahm eine Kampfposition ein. Ich tat es ihm nach. Nur, dass ich hierbei eindeutig zitterte. Ich konnte Fanda nicht mehr sehen. Aber ich machte mir Sorgen, da er nicht reagierte. Aber dieser kleine Schauer war nichts verglichen mit meiner Todesangst nach den letzten Worten vor Beginn des Kampfes. Bei den Sklaven kämpft jeder für jeden. Selbst ein General tut alles um einen Schergen zu retten. Und daher um meinem Rang gerecht zu werden werde ich Gaven dich vernichten. Bevor ich überhaupt die Chance hatte noch etwas zu sagen griff mein Gegner mich an offensichtlich mit dem Plan es schnell zu beenden. Ich kam nicht einmal dazu anzugreifen. Ich musste mich komplett darauf fokussieren nicht getroffen zu werden. Der Schaden den der Drache verursachen würde könnte für mich sehr leicht tödlich enden. Ich hatte keine Idee wie ich überleben sollte. Das Schlimmste war für mich jedoch das Fanda sich immer noch nicht rührte. Wieso half er mir nicht? War er überhaupt noch hier? Diese Gedanken halfen mir jedoch kein bisschen weiter. Im Gegenteil dadurch dass ich mich selber ablenkte konnte der General der Sklaven mich kalt erwischen. Ich wurde heftig weggeschleudert und kam sehr ungünstig auf. Direkt beim Aufprall konnte ich eines meiner Beine nicht mehr fühlen. Vermutlich war es gebrochen oder etwas in der Art. Jedoch hatte ich so Probleme zu stehen. Mein Feind bemerkte dies und begann mich zu verhöhen. Das war's schon! Ich wusste zwar dass diese Namen verzweifelt sind aber was ist mit denen los dass sie so jemand schwächlichen einstellen. Rechnen sie überhaupt damit dass du kämpfst? Ich bemühte mich gar nicht erst zu antworten. Hier würde ich sterben bevor ich überhaupt meine erste Mission bestehen konnte. Und noch mehr als das. Ich war enttäuscht wütend auf Thunder dafür dass er mich einfach so im Stich gelassen hatte. Ich erinnerte mich wieder an die Stimme die vor meinem Aufwachen mit mir gesprochen hatte. Sie hatte gesagt ich dürfte niemandem vertrauen. Wusste sie dass so etwas geschehen würde? Wusste Thunder vielleicht dass Gavin hier sein würde? Vielleicht wollte er vielleicht sogar dass ich hier starb? Doch all diese Fragen würden mir nun nicht mehr weiterhelfen können. Sie würden mich auch nicht mehr retten. Meine letzten Momente kamen schneller als ich doch als Gavin gerade damit fertig war mich zu verhöhnen und meine Reise beenden wollte wurde er aus dem Hinterhalt getroffen. Ich hatte gehofft dass Thunder doch noch gekommen war um mich zu retten. Daher kann ich nicht guten Gewissens behaupten dass ich nicht etwas enttäuscht war als dort SD stand und das Knackrack angriff. Sein können überstieg meines bei weitem. Er schaffte es zumindest Gavin so sehr zu nerven dass dieser sich für den Rückzug entschied. Leider packte er gerade noch das Zickzacks bevor er sich in den Boden eingrub und sich entschied dass wir seine Mühe nicht wert waren. Als er endlich weg war eilte SD zu mir um mir zu helfen. Ist bei dir alles in Ordnung Fade? Tut mir leid dass ich so lange gezögert habe aber ich sollte ja nicht eingreifen und hatte gehofft du würdest es irgendwie alleine schaffen war wohl ziemlich dumm von mir tut mir leid ich versuchte wieder einen festen stand einzunehmen scheiterte jedoch aufgrund meines beines mir geht es großteils gut dank dir wenn du mir nicht geholfen hättest dann wäre ich jetzt tot wieder weilte wut in mir auf und wo wir gerade von tot reden ich humpelte zu dem Busch hinter hast du nichts getan ich schritt durch den Busch in der Erwartung niemanden anzutreffen doch wieder erwarten war Fanda tatsächlich noch hier er wirkte jedoch irgendwie abwesend seine Augen wirkten leer und glasig und er zitterte unfassbar stark ich war mir nicht sicher ob er überhaupt ein Wort von dem gehört hatte was ich sagte auch SD folgte mir und wirkte erschrocken als er ihn nun so sah er begann Fanda zu schütteln komm schon Kumpel reiß dich zusammen Fanda seine Bemühungen schien etwas zu erzielen da Fanda langsam aufhörte zu zittern sein Blick wirkte wieder etwas normaler als wäre er wieder ins hier und jetzt zurückgekehrt aber seine Augen füllten sich mit Tränen es es tut mir so unendlich leid es als ich ihn gesehen habe es ging alles so schnell und auch wenn ich gerade noch wütend war merkte ich dass irgendwas am auftritt des generals offenbar etwas in ihm ausgelöst hatte er muss irgendwie traumatisiert geworden sein ich wusste nicht wie ich die Situation handhaben sollte es wäre ungerecht wenn ich ihn dafür beschimpfen würde dass er nicht geholfen hatte wenn er anscheinend tatsächlich nicht in der Lage dazu war er schluchzte leise und SD versuchte kläglich ihn zu beruhigen irgendwie musste ich es auch versuchen ich umarmte ihn sanft und versuchte ihm gut zuzureden es es ist alles in Ordnung Pfanda mir geht es gut niemand wurde ernsthaft verletzt hör bitte auf zu weinen tatsächlich schien mein Versuch ihn aufzuheitern von Erfolg gekrönt die Tränen verschwanden aus seinen Augen als er die Umarmung erwiderte also also bist du nicht wütend ich wäre es wenn es nicht eindeutig wäre dass es nicht deine schuld war ich löste seinen Griff und sah ihm in die Augen Pfanda ich sehe genau wie verletzt du innerlich bist und du weißt das ich will dir helfen so wie du mir geholfen hast bitte erzähl mir noch endlich was los ist ich kann dir nicht helfen wenn du mir nicht sagst doch bevor ich hoffen konnte gab er die Antwort die ich bereits öfters bekommen hatte ich es tut mir leid aber es geht nicht ihr versteht vielleicht nicht weshalb aber ihr müsst mir einfach glauben wenn ihr das Problem kennen würdet dann würdet ihr euch bloß wünschen es nichts zu wissen ihr beiden kennt mich nicht gut genug ihr wisst nicht wer ich wirklich bin ich will nicht dass ihr zuerst wollte ich debattieren doch schnell wurde mir klar dass es keinen zweck hätte jedoch nahm ich mir fest vor es eines tages herauszufinden wir sollten wohl besser gehen bevor Gavin sich entschließt zurückzukehren ich versuchte vorauszugehen vergaß hierbei jedoch mein verletztes Bein weshalb ich unsanft auf den Boden knallte Fanda und SD kamen mir besser mal angucken lass uns gehen so endete meine erste Mission und wir machten uns wieder auf nach Metro Village während Fanda mich stützte damit ich laufen konnte Kapitel 5 Weihnachtszeit Fandas Sicht wir brauchten einiges an Zeit um das Krankenhaus nach Gavins Angriff zu erreichen mein Gewissen plagte mich immer noch aber ich konnte einfach nix tun es ging einfach nicht trotzdem wurde Fade wegen mir verletzt und ohne SD's Hilfe wäre sie ich sollte besser nicht drüber nachdenken wenn ich meine Fehler jetzt überdenke helfe ich damit keinem mehr nachdem Schwester Shanera Fade kurz untersucht hatte bestätigte sie meine Vermutung ihr Bein war gebrochen aber zumindest war es nix Schlimmeres aber was uns auch allen klar war schlimm würde es noch werden sobald wir G berichteten dass Fade fürs erste arbeitsunfähig sein würde immer noch mit Schuldgefühlen meldete ich mich freiwillig um diese Aufgabe zu übernehmen Fade Fade selber konnte es ohnehin nicht und damit dass ich G's Arrange aushalten würde könnte ich ihnen vielleicht zumindest einen kleinen Gefallen tun mein Besuch bei dem Kanimani verlief sehr wie erwartet als ich G Shaneras Diagnose mitteilte die Fade drei Wochen Ruhe verschrieb brüllte er mir so ziemlich alles um die Ohren was er an seinem Job hasste und das war vieles mir war schon klar gewesen dass es so kommen würde G nutzte diese Situation gerne um den gesamten Frust der sich mit der Zeit in ihm ansammelte an jemanden raus zu lassen nach ein paar sehr lauten Minuten wurde er etwas ruhiger und gab mir Zeit ihm genau zu erklären was vorgefallen war als ich ihn von dem Überraschungsangriff erzählte begann er mehr Verständnis zu zeigen also wenn das wirklich die Story ist kann ich euch eigentlich nichts vorwerfen keiner hätte erwarten können dass gerade Gavin sich in der Gegend des Versteckes von so einem schwachen Schergen aufhalten würde für einen Moment dachte er darüber nach was er nun mit uns tun sollte zurück bei mir zu Hause wurde ich bereits von Fat und SD erwartet ganz wie wir es abgemacht hatten er hat dich komplett gut war etwas anderes zu erwarten ich wusste ja worauf ich mich ein lasse als Fat mich ansah bemerkte ich Mitleid in ihren Augen es widerstrebte mir da ich nicht der Meinung war es verdient zu haben und was hat er gesagt ich konnte mir mein grinsen nicht ganz unterdrücken es war sehr untypisch für G doch er war tatsächlich sehr großzügig gewesen ich habe tatsächlich gute Nachrichten für euch G meinte dass morgen ja ohnehin der Dezember startet er hat uns allen den ganzen Monat freigegeben so kannst du dich in Ruhe erholen und wir können die Weihnachtszeit genießen einen Monat ganz ohne Polizeiarbeit es würden bestimmt gute Ferien werden die gesamte Zeit die wir in van der heim verbrachten war für uns alle unfassbar entspannt am Anfang war ich sehr besorgt da es die meistens für den Großteil des Tages weg war da ich mich erholen musste konnte ich ihm es nicht gleich tun jedoch rechnete ich sehr damit dass Phan das tat und ich die meiste Zeit alleine wäre aber aber sich schnell herausstellte hatte er nicht geplant weg zu gehen deswegen verbrachten wir die meiste Zeit zu zweit unsere gemeinsame Zeit war relativ ähnlich wie die Zeit in der ich mich von den Verletzungen durch Darkrai erholte wir redeten über viele verschiedene Dinge der größte Unterschied war dass wir nicht mehr miteinander sprachen als wären wir fremde sondern als wir Freunde außerdem leistete es die uns Gesellschaft im Verlauf der Tage und Wochen begann ich ihn um einiges mehr zu mögen es ist wirklich so wie Fanda es gesagt hatte es die ist sehr eigen aber sehr nett wenn man ihn besser kennen lernt als Weihnachten sich näherte wirkte auch Fanda glücklicher als als sie diese Schichten begann sprach ich oft auch mit es die über Fanda ich stellte ihm viele Fragen die ich mich nicht traute Fanda persönlich zu stellen weißt warum Fanda oft ebenso ist wie er ist du weißt schon traurig da fragst du das falsche Mon ich bezweifle dass irgendjemand außer Fanda das weiß ich habe keine Ahnung wie er so geworden ist das einzige was ich mein er versucht zwar das zu verstecken aber ich denke das erkennt man doch sehr schnell ich mache mir teilweise wirklich Sorgen um ihn zwar hatte ich mit dieser Bestätigung gerechnet doch trotzdem vergrößerten sie meine Sorgen nur es war für mich schwer genug nicht ständig an den Vorfall im Wald zu denken und mit dem Bewusstsein dass mein Freund wirklich depressiv war und ich kannte Fanda inzwischen gut genug damit ich mir vorstellen konnte dass er sich vielleicht wirklich etwas antun könnte es die Sorge in meinem Blick sofort du magst Fanda wirklich gern nicht ich konnte mich ja nicht selber sehen aber ich spürte eindeutig wie ich rot an lief naja er ist mein bester Freund in dieser Welt ich kenne einfach nicht viele Pokémon hier und er ist immer so freundlich zu mir er hat mir mein Leben gerettet nachdem Dark Remig angegriffen hatte ich will ihm auch helfen ich weiß doch wie er leidet aber ich weiß nicht weshalb ich habe Angst ihn zu verlieren wenn wenn sowas wie im Wald noch mal passiert ich schien es die jedoch nicht ganz überzeugt zu haben sicher dass das alles ist du willst dich einfach nur revanchieren ganz sicher nix anderes sein Blick zeigte mir dass er eigentlich alles wusste es hatte ohnehin keinen Sinn es ihm zu verschweigen nun naja gut ich kann dich nicht anlügen ich glaube fand das Sicht nur noch wenige Tage lagen vor dem Weihnachtsfest es war schon spät in der Nacht und ich versuchte verzweifelt einzuschlafen ich arbeitete so viel wie selten zuvor weshalb ich wirklich müde war und trotzdem schaffte ich es nicht zur Ruhe zu kommen ich machte ihm einfach zu viele Sorgen ich hatte so viele Fehler in meinem Leben gemacht und ein Fehler würde das gesamte Gerüst der Lügen zum Einsturz bringen und wenn es so weit kommen würde andererseits konnte ich nicht für immer lügen vor allem gegenüber meinen Freunden Estir und Fanda machten sich so viele Sorgen um mich und ich weigerte schwankte ich zwischen den Optionen was ich mich immer selber fragte was wäre das Beste für die beiden vermutlich wäre es für sie besser als nicht zu wissen aber zurück zum Thema an diesem Abend versuchte ich stundenlang vergeblich einzuschlafen als mich meine Müdigkeit langsam ermüdete entschloss ich mich mir etwas Wasser zu holen als ich jedoch am Zimmer welches von Fade und Esti bewohnt wurde vorbeilief hörte ich die beiden reden anscheinend konnten sie auch nicht schlafen zuerst ignorierte ich ihr Gerede was sie besprachen sollte nicht meine Angelegenheit sein aber auch wenn ich es ungern zugebe siegte letztendlich meine Neugier und ich lauschte ein bisschen die erste Stimme gehörte Fade und und deswegen glaube ich dass ich mich verliebt habe ich bemühte mich keinen Mucks zu machen beide im Raum wurden kurz leise bevor Esti begann amüsiert zu kichern ich würde jetzt überrascht spielen wenn ich nicht so ungern lügen würde ich wusste schon das sind doch tolle Nachrichten ich kann es mir nur vorstellen aber so wie ich Feld kennen lief sie rot an du wusstest bescheid aber Esti stoppte sie ich weiß deutlich mehr als du denkst aber das ist gerade zweigrangig ich werde dich unterstützen versprochen an diesem Punkt entschied ich mich zu gehen mein gewissen unterstützte mein lauschen immer noch nicht und ich entschied mich so zu tun als hätte ich nichts gehört aber ehrlich gesagt sah ich es ähnlich wie Esti es war kein großes geheimnis gewesen von dem tag an an dem gelben feld attackiert hatte verstanden sie und es die sich mit jedem tag besser als ich versagt hatte hatte es die ihr das leben gerettet und damit auch endlich ihr vertrauen gewinnen können jeden tag kamen sie sich näher und sprachen viel und vertraulich so dass ich mich das Feld sich vielleicht in meinen Freund verguckt hatte dass die beiden derselben Spezies angehörten war nur die Kirsche auf der Torte nur war es schade dass ich nicht offen mit ihnen darüber reden konnte bis sie es mir selbst anvertrauten innerlich freute ich zu erzählen wenn sie danach nichts mehr mit mir zu tun haben wollen hätten sie immer noch einander und das würde es für sie einfacher machen noch eine Sorge mehr super naja die nächsten tage verging wie im flug ich versuchte mich etwas abzulenken und bereitete ein weihnachtsfest vor das größte problem war definitiv geschenke für meine freunde zu finden vor allem für fate da ich wirklich nicht einschätzen konnte was ihr gefallen würde deshalb kaufte ich ihr auch nichts exotisches heilig abend kam überraschend schnell fate konnte inzwischen wieder ziemlich normal laufen ihr bein war geheilt daher bestand sie darauf mir zu helfen ich war gespannt wie gut sie kochen könnte daher ließ ich sie das essen übernehmen während ich das haus dekorierte nachdem alles geschafft war saßen wir zusammen im wohnzimmer und aßen fätsuppe vielleicht klingt das ein bisschen gemein aber es schmeckte deutlich besser als ich erwartet hatte es liegt nur daran dass ich nicht dachte dass jemand ohne erinnerung und ohne ein rezept wirklich gut kochen könnte den rest des abends verbrachten wir zusammen als ich ihnen meine geschenke gab war beide sehr glücklich fällt sogar mehr als es die was mich wunderte war dass beides geschafft hatten heimlich das haus verlassen und mir geschenke zu kaufen oder sich bemerkt hätte gerade bei fate als die nacht voranschritt endete unser kleines fest es die ging bald schlafen während ich mich noch auf einen kleinen spaziergang aufmachte ich lief für rund eine halbe stunde mitten durch den wald dies tat ich öfter wenn ich alleine war jedes mal wanderte ich so durch die natur zu einem kleinen cliff um mich zu entspannen die aussicht von dort ist wunderschön man konnte weit bis zum horizont über das meer sehen es ist so etwas wie mein geheimer ort als ich mich einfach hinsetzte und ausnahmsweise einfach mal in den himmel starrte und mein Leben genoss hörte ich eine vertraute stimme thunder fate stand am rand der lichtung ich hatte was tust du hier fate wie hast diesen ort gefunden sie stockte kurz ich ich bin ihr gefolgt ich musste etwas wichtiges erzählen ich ahnte ja bereits worum es ging nicht kapitel 6 du weißt nichts über mich fand das sicht ich ich möchte dir etwas wichtiges erzählen als fate dies sagte war ich mir bereits im klaren darüber was geschehen würde fate würde mir endlich von ihrer beziehung zu sd erzählen und ich könnte offen mit ihnen darüber reden aber gleichzeitig zeigte sich wieder mein schlechtes gewissen obwohl sie sich besser nicht zu stark belasten sollte war fate mir durch den ganzen wald gefolgt nur mir etwas zu erzählen was ich bereits wusste es geht um das gespräch zwischen dir und sd vor einigen nächten nicht sie starrte mich fassungslos an was du weißt bescheid es tut mir leid aber ja ich konnte in der nacht nicht schlafen und wollte mir etwas was was holen da habe ich euch reden gehört du hättest es mir selber erzählen wollen nicht fate wickte unfassbar verlegen und stammelte etwas vor sich hin bevor sie sich langsam wieder fing naja ich kann es nicht ändern und was denkst du darüber ich kann schwer beschreiben welche emotionen das in ihrem blick war es wirkte wie nervosität hoffnung und spannung ich wollte sie nicht schon wieder an lügen ich würde lügen wenn ich sagen würde ich hätte es nicht erwartet erneut lief sie rot an woher weißt du sowas immer so schnell ich lachte ein wenig ich hätte es vielleicht nicht so schnell gewusst wenn du es zumindest irgendwie versteckt hättest es war einfach offensichtlich aber ich hatte gehofft dass es dazu kommt der blick des wulpix wandelte sich zu purer freude mich wunderte das zwar weshalb sie wirklich so glücklich war aber ich ließ ihr ihre freude du hast es gehofft meinst du etwa warum soll ich das denn nicht hoffen ich freu mich wirklich für euch beide die freude in fans gesicht wandelte sich schnell wieder und zwar zu verwirrung wie was was meinst du mit euch zwei ihre frage verwirrte nun auch mich wie was meinst du es die und du wen soll ich sonst meinen ihre verwirrung schien nur zu wachsen wovon wovon rede was hast du in dieser nacht gehört alles was ich hören musste ich hab gehört wie du es die sagtest du habest dich verliebt und er schien sehr froh darüber zu sein und hat unterstützend gewirkt eben alles was nötig war um zu wissen dass ihr zueinander gefunden habt endlich verschwand die verwirrung aus felds augen sie schien endlich zu verstehen was ich meinte also war das alles was du gehört hattest sie trat neben mich und setzte sich zu mir fanda du hast nicht alles gehört du hast den wichtigsten teil unserer diskussion nicht gehört eigentlich sie atmete tief durch ich hatte große angst vor dem was sie sagen würde fanda die weit ist dass ich mich nicht in er stil verliebt habe er ist ein toller freund aber mehr nicht fanda ich ich habe mich in dich verliebt feld sicht nie zuvor fühlte ich mich so erleichtert wie nach diesen worten es war als würde eine riesige last von meinen schultern fallen endlich hatte ich mich getraut ihm die wahrheit zu sagen auch wenn ich einiges an unterstützung gebraucht hatte um mich zu trauen viel von sds unterstützung was in der nacht damals wirklich geschehen war war nämlich folgendes sd erzählte mir dass er bereits wusste dass ich in fanda verliebt war deswegen erklärte ich ihm alles und er wollte mir unbedingt helfen er war derjenige der mir sagte ich solle auf diesen heiligabend warten und ihn zu seinem lieblingsort begleiten sd hatte mir wirklich sehr geholfen als die worte endlich aus mir heraus kam verfiel fanda in stille er sah mich fassungslos an und begann komisch zu zittern es machte mir wirklich sorgen denn es war ähnlich wie bei meiner mission im monat zuvor er löste seinen blick von mir und richtete ihn auf das amulett in seiner hand ich hatte es ihm erst an diesem abend geschenkt er hörte einfach nicht mehr auf zu zittern und starrte auf den gegenstand in seiner hand ich sah tränen in seinen augen vanda ist ist alles okay geht es dir gut er mummelte ein paar schwer hörbare worte es es geht nicht bitte geh meine sorge um ihn wuchs ich legte eine Pfote auf seine schulter vanda bitte sag etwas überraschenderweise tat er das als er meine Pfote fühlte schüttelte er sie sofort ab und brüllte mich an verpiss dich fade was denkst du dir überhaupt wie kannst du so eine scheiße glauben du weißt nichts über mich du weißt nicht wer ich wirklich bin wie willst du wissen dass du mich liebst ohne mich überhaupt zu kennen er starrte mich an ich war vollkommen schockiert von dieser reaktion vor allem nach all dem zuspruch von sd ehrlich gesagt hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet dass er mich ablehnen würde vor allem so fand das ausdruck auch er hatte immer noch Tränen in den augen fate es tut mir leid ich er stand auf und rannte weg er ließ mich einfach alleine zurück ich muss etwas wichtiges erledigen unbekannte sicht es hat geklappt mein plan war erfolgreich nun kann sie an eigenem leib spüren wieso sie niemandem vertrauen darf ich habe ihr gesagt dass vertrauen sie verletzen wird und nun ist es eingetreten die zeit ist gekommen mein plan schien zu scheitern doch ich habe das rad herum gerissen ihre seele bricht die zeit des endes naht ihr wille wird brechen sie wird wahren verrat spüren sie wird ihren platz finden die zeit für den finalen akt hat begonnen das ende ihres abenteuers wird den beginn meiner herrschaft einleiten es ist zeit sie zu vernichten und eine neue ära zu beginnen feld sicht er ließ mich einfach alleine zurück ich konnte und wollte es nicht glauben wie konnte es so schief gehen nach allem was geschehen war es die hatte mir alles erzählt was ich wissen musste und mir versichert alles würde gut gehen aber jetzt hatte es die das hier vielleicht nein sollte nicht so über ihn denken es die hätte keinen Grund mich anzulügen es war wohl so wie Fanda es gesagt hatte nicht nur ich sondern auch er kannten Fanda nicht wahrlich ich entschied mich dass es Zeit war zu gehen nichts Gutes würde davon kommen noch zu warten ich würde einfach zurückkehren und versuchen zu schlafen auch wenn mein Herz es mir nicht leicht machen würde ich würde am nächsten Tag noch einmal mit Fanda reden ich so ging ich wieder zurück nach hause doch als ich dort ankam erwartete mich eine überraschung aber keine gute ein kleiner zettel lag auf dem küchentisch es war ein brief fade ich hoffe du wirst es hier bald lesen ich weiß zwar nicht was genau bei euch auf der lichtung abgegangen ist aber es wirkt nicht so als wäre es toll gelaufen wenn du es hier liest bin ich nicht hier und du solltest auch nicht sein ich schreib das weil ich fand er durch die nacht brennen sehen nachdem was ich gesehen habe wusste ich sofort wo er hin wollte zum versteck der sklaven irgendwas an eurem gespräch muss ihn dazu bewegt haben dort hinzugehen wenn du es hier liest bin ich ihm schon gefolgt bitte komm schnell ohne deine Hilfe kann es sein dass Fanda hier nicht mehr gezeichnet sie war von jemand sehr talentierten gezeichnet worden und beinhaltete viele Details markiert war ein Punkt am Strand etwa eine Meile von Metro Village dort versteckten sich also die Sklaven aber wie sollte ich überhaupt eine Hilfe sein schließlich konnte ich kaum kämpfen wie ich schon einmal spüren musste nur auch zwischen diesem einen Kampf und diesem Tag lag ein ganzer Monat ohne jegliche Range Leyen andererseits es konnte kein Zufall sein was fand er sich gerade jetzt an diesem tödlichen Ort begab es musste irgendwie an den Ereignissen an einer Klippe liegen und somit wäre das meine Schuld es die war ihm bereits gefolgt sollte ich jetzt nicht dorthin reisen vielleicht wäre mein bisschen stärke gerade was den beiden fehlen würde sollte ich jetzt nicht einschreiten dann würden sie vielleicht beide als ich dies realisierte war die Entscheidung schnell getroffen ich nahm mir SD's Karte und machte mich auf zum Strand ich brauchte wirklich nicht lang um die Küste zu erreichen an sich sah der Strand sehr normal aus es waren kilometerweise Sand und das endlose Meer direkt vor mir und eine kleine Höhle in den Klippen genau an dem Ort den SD auf der Karte markiert hatte was musste hier sein irgendetwas was man nicht auf Anhieb findet und tatsächlich unter einem scheinbar normalen Stein befand sich eine Art Hebel als ich ihn betätigte öffnete der Boden sich direkt unter mir ich fiel in eine große Höhle ich merkte schon im Fall mich unauffällig einzuschleichen würde wohl nicht funktionieren wenn ich jetzt mitten in der Basis landen würde als ich auf dem Boden aufkam durchzuckte mich ein kurzer Schmerz verschwand jedoch schnell wieder vor mir war nun ein großes Gebilde äußerlich ähnelte es einem Gefängnis nur war es viel größer es war bei Weitem größer als alles was es in Metro Village gab glücklicherweise schien gerade keine Kriegerwache zu halten all die kleinen Aussichtstürme auf den dicken Mauern waren leer ein letztes Mal durchatmen bevor niemand wache ich wusste dass dies daran lag dass sie alle meine Freunde jagten es gab nun kein zurück mehr fand das Sicht all die endlosen Flure waren noch genauso wie ich sie in Erinnerung hatte ich machte mich sofort auf zu meinem Ziel ich durfte mir keine Ablenkung mehr erlauben mein Schicksal wartete am hinteren Ende des zweiten Stockwerks auf mich der Raum des Anführers es war zu spät um sich um zu entscheiden es musste enden heute egal auf welche Weise ich würde Darkrai bekämpfen meinen lebenslänglichen Erzfeind ich musste ihn einfangen oder am besten umbringen doch trotz meines festen Schrittes wusste ich es würde so gut wie unmöglich werden doch auch wenn ich nicht gewinnen würde meine Reise wäre endlich zu Ende und solange es endlich endet ist mir egal wer dafür sterben muss sterben wäre immer noch besser als so ein Leben weiter zu leben vor allem nachdem was auf der Lichtung geschehen war der Schmerz den ich in ihren Augen sah ich wollte ihr einfach die Wahrheit sagen aber ich wusste selber dass ich es nicht konnte ich wünschte mir ich könnte einfach alles erzählen ich wünschte ich könnte zugeben wie ich für sie fühle dass ich dasselbe fühle wie sie aber es würde sie nur noch mehr verletzen denn eines Tages der Tag an dem die Wahrheit ans Licht kommt wird sie mein wahres ich sehen jeder wird es und sollte ich es schaffen Dacrae heute zu vernichten dann würde ich selber dafür sorgen dass dieser Tag gekommen war doch zunächst musste ich den stärksten aller Feinde niederstrecken Auf meinem Weg zum Büro des Anführers traf ich viele bekannte Gesichter manche von ihnen versuchten mich aufzuhalten andere waren schlau genug es nicht zu tun und endlich nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich betrat den Raum in der Erwartung den Albtraum König anzutreffen jedoch war der Raum leer verwirrt trat ich ein und sah mich um ich suchte nach Hinweisen der Finsternis und als ich die Mitte des Raumes erreichte hörte ich eine Stimme welche aus dem Türrahmen zu mir sprach Felssicht ich wanderte durch die labyrinthartigen und langen Flure dieses Geheimversteckes glücklicherweise an ich schaffte es sogar irgendwie sie zu besiegen meine Angst verlieh mir Stärke andererseits wirkten sie auch nicht sonderlich stark von den Abzeichen her die sie trugen waren es wohl ein Scherge und ein Ganova jedoch fand ich keine Spur von meinen Freunden auf dem zweiten Flur passierte schließlich wieder etwas besonderes doch wieder nichts Gutes ich versuchte so lautlos wie möglich durch die Flure zu schleichen so dass ich nicht von den Kriegern bemerkt werden würde jedoch wurde ich überrascht als ich gerade um eine Ecke spähte warf mich jemand zu Boden ich spürte Krallen in meinem Nacken keine Späße Mädchen keine Bewegung sonst könnte ich mich dazu gezwungen fühlen dir etwas weh zu tun etwas mehr als du überleben kannst da ich auf den Boden gedrückt wurde konnte ich den Angreifer nicht sehen jedoch kam mir die Stimme seltsam bekannt vor da ich keine andere Wahl hatte rührte ich mich nicht so wie die Stimme es mir befohlen hatte brav so und jetzt steh auf aber keine dummheiten ich bringe dich zu deinem besten Freund fand das Sicht lang nicht gesehen alter Freund was tust du in dieser Ruine im Türrahmen stand ein alter Freund meinerseits nicht der Anführer der Sklaven doch trotzdem ein sehr unangenehmer Zeitgenosse er war der unterste von Darkrais Generälen Galven mit dem Fade bereits dieses zweifelhafte Vergnügen hatte Fade ich hoffe sie machte sich nicht so viele Sorgen um mich verpiss dich du Idiot ich kann dich hier nicht gebrauchen wo zur Hölle ist Darkrai du suchst den Boss oh wie traurig dummes Timing erst derzeit auf einer Geschäftsreise es wird wohl ein paar Tage dauern bis er wieder hier ist aber keine Sorge wir haben Zimmer das du beziehen kannst bis er zurück ist unten im Kerker ist noch Platz frei für dich du bist immer noch derselbe arrogante Spinner wie ich sehe geh mir aus dem Weg oder ich räume dich aus dem Weg das Knackrack lachte wie ein Irrer das will ich sehen deine besten Tage sind lang vorbei außerdem können deine lächerlichen Elektroangriffe gar nichts gegen mich ausrichten also lass ich dich entscheiden du gibst freiwillig auf oder unfreiwillig mich zuckte nur gelangweilt mit den Schultern behaupte nachher nicht ich hätte dich nicht gewarnt wenn du so dringend sterben willst und so begann ein kurzer und einseitiger Kampf ich wusste von vornherein dass Gavin kein Gegner für mich war allein dadurch dass er anscheinend blöd genug war zu glauben ich hätte nur Elektroangriffe eigentlich sollte er wissen mich nicht zu unterschätzen jedoch hatten wohl alle Generäle immer noch ein sehr ausgeprägtes Arroganz Problem sie unterschätzten ihre Gegner schnell komm greif mich doch an wenn du es so drauf an legst immer noch wundert wie er tatsächlich dumm genug sein konnte mir einen Treffer zu schenken nahm ich das Angebot an und nutzte meinen Eiszahn gegen ihn ich lernte diese Attacke speziell dafür ihn zu bekämpfen außerdem ist Eiszahn keine schwere Technik also sprach nichts dagegen mein Feind schien unter dem mächtigen Treffer sehr zu leiden ah fuck du kleiner er wirkte sauer als er begann mich mit all seiner Stärke und Intelligenz zu bekämpfen und das war nicht wirklich viel einseitig wie er dachte wollte er den Typen Vorteil nutzen und setzte wieder und wieder Erdbeben ein offenbar erwartete er nicht dass ich einfach ruhig stehen bleiben und ihn weiter attackieren würde wieder traf mein Eiszahn nun benutzte Gavin Sandsturm was ausnahmsweise sogar Sinn machte dies behinderte nämlich meine Sicht nun bemerkte er auch dass Erdbeben gegen mich wenig helfen würde und entschied sich stattdessen Drachenklaue zu nutzen die Wetterbedingungen machten dies effektiver als mir recht wäre und er traf mich ganze vier Mal aber naiv wie er war ließ er seine Verteidigung fallen in dem Glauben gewonnen zu haben mein Eiszahn fand sein Ziel und Gavin krachte in eine Wand der Sandsturm verschwand und der General war kaum bei Bewusstsein hey Pfander du würdest doch bestimmt keinen alten Freund verletzen oder nun wo er sich seine Niederlage eingestehen musste schwand sein Selbstbewusstsein ich lief ruhig zu ihm und bereitete eine weitere Attacke vor dann nenn mir einen Grund wieso ich dich am Leben lassen sollte zu meiner Überraschung übernahm eine neue Stimme die Antwort weil deine Freundin sonst dran glauben muss die Drohung erwischte mich kalt und mein Blick schnellte zur Tür wer wagte es mir so zu drohen was ich jedoch nicht erwartete war Fade dort zu sehen aber nicht alleine die Quelle der Stimme stand bereits bei ihr mit den Krallen positioniert um ihr mit einer Bewegung das Genick brechen zu können Gavin schien in dieser Situation der glücklichste zu sein gutes Timing Kollege das war verdammt knapp der neue Eindringling blickte ihn mit wutentbrannten Augen an nenn mich nicht Kollege du Schwächling und das Timing hätte für dich nicht schlechter sein können wenn Darkrai von dieser Dummheit erfährt wirst du dir wünschen du wärst hier gestorben aber nun zu uns Thunder mein Blick zu ihm war ähnlich wie seiner zu Gavin von Hass geprägt was denn hast du mich etwa nicht erwartet was tust du hier ich habe dich erwartet aber nicht so was soll das du verdammter Verräter mein Gegenüber schien sich an meiner Wut zu erfreuen die bessere Frage ist wie hast du es nicht kommen sehen ist verraten werden nicht gerade dein Ding Kumpel seine hässlichen roten Augen glühten als er mich verhöhnte sieht aus als hätte ich jetzt die Kontrolle nicht Kumpel ich verschwendete meine Stimme nicht für jemanden wie ihn was nur weil ich eine Weile bei dir gelebt habe bist du so angepisst mich hier zu sehen ach und lass mich eine Sache korrigieren du hast Fade ja falsche Informationen vermittelt und das gerade beim Thema bei so einem wichtigen Thema wie den Sklaven Blaze das Logok wurde vor mehreren und die Leute hier brauchten dann neun starken Feuertüben als General tja den Job habe ich bekommen und all das hier war von vornherein geplant wieso wieso musst du das nur tun ich dachte wir wären Freunde erneut lachte er wie der kranke Psycho der anscheinend war das mit dem denken solltest du mal lassen du glaubst zu viel nun jetzt wo wir hier sind wie wär's mit einem Deal ihr beiden folgt mir friedlich in den Kerker und wartet dort bis Darkrai zurück ist und sobald er zurück ist wird er euer Schicksal bestimmen wieso sollte ich das annehmen wenn ich dir folge werden wir beide sterben kämpfen ist die einzige Chance die ich habe damit zumindest Fade oder ich überleben können jetzt warte doch mal ab Kumpel jetzt kommt der interessante Part retten jedoch eine eindeutig höhere Chance dass ihr beide sterbt oder du folgst mir zusammen mit Fate und lässt Darkrai über euch entscheiden solltest du diese Variante wählen dann würde ich bei Darkrai ein gutes Wort einlegen ich würde es auf jeden Fall schaffen dafür zu sorgen dass dein Schwarm mit dem Leben davon kommt du entscheidest und woher weiß ich dass du mich nicht an lügst wie kann ich wissen dass du Darkrai wirklich über reden würdest wieso sollte ich dir nach all dem hier trauen ich kann auch ehrlich sein wenn ich will und ich verspreche dir gerade bin ich mehr Versicherung kann ich ich war zu geschwächt um ihn noch zu bekämpfen ich würde ohnehin sterben wenn ich ihm jetzt folgte bestand zumindest noch eine geringe Chance das Feld überleben würde und das musste ich riskieren ohne mich wäre sie nie in diese Lage geraten und so landeten wir in einer kleinen Zelle im Verlies der Sklaven der Finsternis gefangen von dem den ich noch einen Tag vorher meinen Kapitel 7 Die Legende van das Sicht und so geschah es ich und Feld waren in einer Zelle im Verlies der Sklaven eingesperrt eingesperrt von einem Verräter alles was uns nun blieb war es auf Darkrai zu warten und zu beten dass er zumindest sie verschonen würde doch die Wahrscheinlichkeit wirkte gering was sich nämlich auch bis zu diesem Moment verdrängt hatte der Anführer der Sklaven hatte Fade bereits einmal angegriffen und dies hatte er bestimmt nicht grundlos getan dies bedeutete dass er sie wohl kaum nun verschonen würde Fade selber schien meine Hoffnungslosigkeit nicht zu teilen sie lief die ganze Zeit auf und ab in unserer Zelle und suchte nach irgendwas was uns beim fliehen helfen könnte Lass es gut sein Fade es ist hoffnungslos die Sklaven würden niemals einfach einen Flucht weg ich hab was ihre Unterbrechung überraschte mich hatte sie tatsächlich einen Weg gefunden im ernst sie blickte entschlossen auf einen bestimmten Punkt der Zelle ein Lüftungsschacht einige Meter über unseren Köpfen der Eingang war von festen Metallstäben blockiert nun sah sie mich enttäuscht an vergiss es wir haben keine Chance hier also hat er nicht gelogen nun war es wieder Felszug überrascht zu sein ich erklärte ihr was ich meinte SD weiß selber dass Dark dich nicht verschonen wird deswegen hat er uns hier eingesperrt wenn wir meine Blitze und deine Flammen verbinden können wir das Metall bestimmt schmelzen aber wie kommen wir dann da hoch es zu hoch zum springen und zum klettern sind die wände zu glatt nun würde wohl der komplizierte Part kommen sie wäre nicht glücklich über meinen Plan das war mir bewusst und es gab genau eine Möglichkeit sie zu überzeugen wir schmelzen die Gitter und dann benutzt du als Sprungbrett wenn du von meinen Schultern abspringst kommst du dann nach oben und wie kommst du hoch und jetzt zum schwierigsten Teil gar nicht Fade war schockiert was nein das mache ich nicht ich lass dich nicht einfach ich unterbrach ihre Gedanken lass mich dir eine Legende erzählen Fade was wieso denn jetzt gerade bitte Fade hör mir einfach zu ja sie warf mir einen genervten Blick zu jedoch sah ich auch Mitleid in ihren Augen sie setzte sich hin und ließ mich erzählen in dieser Welt verbreitete sich vor langer Zeit eine Legende die Legende handelt von den Sklaven der Dunkelheit niemand weiß wer diese Legende in die Welt setzte oder wie war sie ist es begann mit der Geburt eines schicksal behafteten Pokémon damals wusste noch niemand was in der Zukunft geschehen würde was dieses kleine Pokémon tun würde es wurde nicht mit Freude und Liebe in dieser Welt aufgenommen dies lag an seinen Eltern als sie erfuhren dass sie ein Kind bekommen würden begann sie viel zu planen sie wollten ein kleines Mädchen von der Spezies ihres Vaters sie sollte eine mächtige entschlossene und angesehene Kriegerin werden die von anderen gefürchtet wird aber das Kind das sie letztlich bekam entsprach überhaupt nicht ihren Erwartungen es war ein kleiner Junge mit der Spezies seiner Mutter deswegen nahmen seine Eltern ihn nicht gut auf sie liebten ihren Sohn nicht wie andere Eltern ihre Kinder liebten als die Zeit verging und klar wurde wie sich die Persönlichkeit des Kleinen entwickeln würde wurde alles nur noch schlimmer ganz guter Junge kurz gesagt er war alles was seine Eltern nicht wollten jedoch blieb er bei ihnen immerhin war er einziges Kind doch als sich nichts änderte gaben sie ihn nach einigen Jahren komplett auf die Mutter des Jungen bekam ein zweites Kind und als die Schwester des Jungen zur Welt kam interessierten seine Eltern sich kein bisschen mehr für ihn seine neue Schwester war alles was seine Eltern sich je gewünscht hatten sie vertrieben ihren eigenen Sohn und er musste seine Familie und seine Heimat verlassen ohne je gewusst zu haben was Liebe überhaupt war und die nächsten Jahre würden für ihn nur schlimmer werden da seine Eltern ihnen nichts über das Leben in der Gesellschaft beigebracht hatten konnte er keine Freunde finden niemand wollte ihm einen Job geben durch den er lebensnotwendiges Geld verdienen könnte und keine Nahrung er lebte auf der Straße im Kampf um jeden Bissen und trotzdem zeigte niemand Mitleid die Pokémon verachteten ihn für sein Benehmen auch andere Obdachlose wollten ihn nicht akzeptieren und so kämpfte er für sich jeden Tag wurde das Leben schlimmer bis zu einem schicksalhaften Tag der Junge hatte jegliche Hoffnung die je Bestand verloren er hasste die Welt und all die Ohne jegliche Nahrung gab er sein Leben auf Alleine in einer einsamen dunklen Gasse wartete er nur noch auf das Ende Er legte sich auf den Boden und wartete bis die Finsternis ihn zu sich nahm Doch er wurde gerettet Zumindest dachte er das Ein anderes Wesen stieg aus dem Schatten Ein Pokémon doch kein normales Es war Darkrai Das mysteriöse Pokémon gab dem Jungen Nahrung und versprach ihn zu trainieren Er versprach ihm Hilfe und ein neues Leben Im Gegenzug für Hilfe in ihrem gemeinsamen Ziel Rache Der Junge nichts als Leid in seinem Gedächtnis nahm an und Darkrai hielt sein Versprechen Die nächsten Jahre lang wurde Darkrai zum Mentor des Jungen Er brachte ihm alles bei was er brauchte und der Junge halb Darkrai einen großen Schritt des Planes zu voll führen Und so kam der große Tag Darkrai wollte all die geschädigten Pokémon der Welt um gemeinsam für Rache zu kämpfen versammeln Doch auch die verzweifeltsten unter ihnen trauten jemandem wie Darkrai nicht Doch wem sie vertrauten war ein gebrochener Junge Dies war der Grund warum Darkrai ihn trainiert hätte damit er die Organisation der Finsternis für ihn erschaffen würde Doch natürlich sagte Darkrai ihm das nicht auf diese Art Zusammen schafften die beiden es genügend Pokémon auf ihre Seite zu ziehen und sie erschufen die Sklaven der Dunkelheit der gebrochener Junge als Begründer der Gruppe wurde ihr Anführer Doch nur auf kurze Zeit Nun wo die Gruppe bestand hatte Darkrai keinen Nutzen mehr für seinen Schüler Er tat dies was es die auch uns angetan hat Als rechte Hand des damaligen Anführers hatte Darkrai das Vertrauen vieler Sklaven gewonnen und im Geheimen sammelte er eine Gruppe um sich die ihm helfen würde den Anführer zu stürzen und so taten sie dies sie griffen aus dem Hinterhalt an und beendeten die Herrschaft des gebrochenen Jungen Darkrai nahm den Platz an sich um ihn nie wieder abzugeben dies ist eine Legende die viele Pokémon sich erzählen diese Legende war ein Begründer vieler Mythen Darkrai war vielleicht nicht der Begründer der Sklaven sondern jemand anderes manche glauben daran manche nicht aber selbst wenn es wahr wäre niemand hörte jemals etwas über den verratenen und gebrochenen Jungen die Verfechter der Geschichte sind sich sicher dass er sich nach all dem Verrat selbst das Leben nahm doch manche vermuten auch dass er den Hinterhalt damals nicht überlebte der einzige Hinterhalt bei dem Darkrai je selbst in den Kampf zog Fates Sicht ich musste die Geschichte erst einmal verarbeiten es wäre durchaus möglich wenn Darkrai wirklich so ist wie ich ihn mir vorstelle er würde so etwas auf jeden Fall machen aber wieso erzählst du mir diese Legende verstehst du es wirklich nicht ich tue es um dich zu überzeugen für die gesamte Zeit seiner Erklärung hatte er die Augen geschlossen gehalten dies tat er um sich besser auf seine Erzählung zu konzentrieren zumindest dachte ich das doch nun öffnete er seine Augen und sah mich an hatte ein kleines Lächeln auf den und seine Augen waren erfüllt von Tränen ich war der jenige der diese Legende verfasste und in die Welt hinaus trug ich war der jenige der sie erzählte denn ich weiß dass sie wahr ist und der Junge der gebrochene und verratene Junge war ich ich bin schuld an allem ich bin schuld an der existenz der Sklaven ich verdiene es hier zu sterben und deswegen ist es gut wenn du diese Flucht Methode nutzt weil ich es ohnehin nicht mehr verdient habe zu leben und so endete Fandas Geschichte als er diese letzten Worte aussprach drehte er sich von mir weg und starrte an die Wand also lass es uns einfach hinter uns bringen okay immer noch musste ich erst verarbeiten was er mir erzählte natürlich wusste ich dass er etwas vor uns versteckte und es war auch relativ klar dass die Sklaven involviert waren aber diese Möglichkeit ging viel weiter als alles was ich mir je hätte vorstellen können aber ich wusste dass er nicht log alles passte einfach so gut selbst der Moment als Gavin mich angriff er griff nicht ein da Gavin uns sonst die Wahrheit offenbart hätte also war vom Anfang bis zum Ende derjenige der mir das Leben rettete und derjenige in den ich mich verliebte er war der Begründer dieser finsteren Armee ich weiß selber dass mein Leben wertlos ist wenn ich nicht noch meine eigenen Fehler hätte wieder gut machen wollen hätte ich es schon lange beendet bitte geh einfach erzähle den Leuten die Wahrheit und flieh damit Dark reit ich niemals finden wird nach dieser Forderung wusste ich genau was sich zu tun hatte nein ich lass dich nicht allein innerhalb eines Augenblicks drehte das Schein und sich zu mir was meinst du glaubst du etwa ich lüge dich an um dich zum gehen zu bewegen oder bist du zu dumm um es zu verstehen weder noch ich weiß dass du die Wahrheit sagst aber ich glaube nicht dass es wirklich deine schuld war er starrte mich an sagte aber kein Wort du hast alles nur getan weil du nichts außer leid und hass kanntest dark rei hat deine lage ausgenutzt weißt du manchmal ist es nicht bedeutend dass wir fehler machen jeder macht fehler solange wir lernen sie einzusehen und zu bereuen kann uns vergeben werden und nach allem was ich in dieser welt erlebte weiß ich du tust mehr als es nur zu bereuen und selbst selbst wenn ich dir nicht vergeben wollen würde meine gefühle für dich sind immer noch dieselben vielleicht sogar noch stärker das wissen dass du die wahrheit versteckt hattest nicht um dir selbst zu helfen sondern um mich nicht zu verletzen all die Zeit in der ich sprach hörte Fanda mir stumm zu ich sah dass ihm wieder Tränen kamen warum ich verstehe dich einfach nicht ich hab dich belogen ich hab mein geheimnis vor allen versteckt nur um meiner strafe zu entgehen ich verdiene deine gnade nicht hör auf dich selbst zu belügen Fanda wir wissen beide dass du die wahl verschwiegen hast um deine fehler selbst wieder gut machen zu können nicht um nutzen daraus zu ziehen und lieber bleibe ich jetzt zusammen mit dir hier als zu fliehen und zu wissen dass ich viele emotionen vermischten sich in seinen augen verwirrung freude verständenslosigkeit und überraschung seine tränen verschwanden du du meinst das wirklich ernst nicht ich lächelte ihn sanft an und nickte dann dann muss ich dir auch noch etwas beichten vorhin an der lichtung gestern nacht als du mir erzählt hast wie du dich mir gegenüber fühlst ich habe dich beleidigt angeschrien ich bin weggerannt als du am meisten an meiner seite sein wolltest ich habe es einfach nicht geschafft dir die wahrheit zu sagen ich hatte nicht die stärke dir von meiner vergangenheit zu erzählen und vor allem nicht um dir meine gefühle zu erklären fade wenn du wirklich noch dasselbe fühlst wenn das hier die letzten tage meines lebens werden sollen dann möchte ich sie zumindest mit dir verbringen ich liebe dich auch alles schien vor mir stehen zu bleiben die welt war wie eingefroren als er mich an der klippe abgewiesen hatte war ich sicher gewesen dass er nie gefühle für mich gehabt hatte und nun gestand er mir seine liebe ich war wie in Trance als sich unsere Lippen begegneten im nächsten Moment fand ich mich in seiner Umarmung wieder ich spürte wie eine Träne meinen Rücken berührte wenn wir nur mehr Zeit miteinander hätten gäbe es nur einen Weg gemeinsam zu fliehen ich ordnete meine Gedanken wieder leider hatte er recht selbst nun wo er seine Liebe gestanden hatte blieb uns wenig Zeit Darkrai würde in wenigen Tagen zurückkehren und sobald dies geschehen würde doch wie oft zählte glauben ist nicht wissen und noch glaubten wir es gäbe keinen Weg gemeinsam zu entkommen ich hörte eine Stimme außerhalb der Zelle sprechen oh wie schön du hast eigentlich eine Freundin gefunden Boss und natürlich gibt es hier einen Weg raus Fanda löste sich überrascht aus meinem Griff sein Gesicht war knallrot was zu even was tust du hier ein Evoli stand vor der Zelltür und grinste amüsiert ich habe gesehen was passiert ist und wollte dich hier rausholen als er sprach bemerkte ich die Kette die er um den Hals trug eine Kette die die Schergen der Sklaven auszeichnete warte wer bist du warum solltest du uns helfen wollen Fanda sah nervös durch die Gegend während er kurz abwirkte das ist even das Evoli er ist nicht wirklich ein Sklave aber mit der Erklärung sollten wir warten bis wir draußen sind nachdem das Evoli das Schloss öffnete schlichen wir uns zum Eingang des Gebäudes als wir diesen erreichten wurden wir bereits erwartet nicht von einem Sklaven jedoch war es trotzdem keine schöne Überraschung am Eingang stand G welcher Fanda mit einem Blick voller Hass und Enttäuschung grüßte als Ivan ihn sah erklärte er uns und vielleicht hätte ich reinzukommen und damit er es versteht musste ich ihm alles erklären Fanda sah zum Officer und wirkte eingeschüchtert du hast ihn gehört Scheinux wir gehen jetzt erst einmal zu dir nach Hause dort werden wir ein nettes kleines Gespräch führen verstanden mein Freund sagt beschämt auf den Boden und nickte kurz es dauerte nicht lange bis wir bei Fandas Haus ankamen die Sklaven hatten unsere Flucht wohl noch nicht bemerkt ansonsten würde es die uns nun wohl bereits hier erwarten wir alle setzten uns und G fuhr fort wobei er Fanda weiterhin mit seinen Blicken durchlöcherte also ich fasse nochmal zusammen was passiert ist Fanda du hast uns alle belogen als du dich bei der Polizei beworben hast um uns beitreten zu können du hast uns teilweise richtige aber auch teilweise falsche Informationen gegeben obwohl du wusstest welche stimmten nur damit du nicht zu sehr auffallen würdest du hast all deine Geheimnisse die ganze Zeit für dich behalten und am wichtigsten du hast diese verdammte Gruppe gegründet bist du wahnsinnig Fanda starrte weiter auf den Boden und nickte nur kurz ich rückte an seine Seite um ihn etwas zu trösten G schien sich etwas zu beruhigen weißt du überhaupt was du getan hast zum ersten mal sprach Fanda selber ja das weiß ich und deshalb habe ich versucht es wieder gut zu machen ich weiß dass man mir nicht verzeihen sollte G fuhr einfach fort als dein Freund fühle ich mich wirklich enttäuscht du bist so viel besser als das und als Officer sehe ich einen der größten Ganoven der Geschichte vor mir sitzen du weißt was mein Job ist du kannst froh sein wenn dein Deal mit Iven dich vor dem Gericht zumindest vor der Todesstrafe rettet er atmete schwer und sah Fanda an morgen 12 Uhr Mittag zum ersten Mal sah Fanda auf als G fort fuhr glaub nicht dass ich das für dich tue aber ich weiß dass du die Sklaven um jeden Preis vernichten willst morgen um 12 Uhr kehre ich hierher zurück wenn du dann noch hier bist werde ich dich festnehmen bis dahin kannst du machen was du willst du könntest von hier verschwinden Fanda seien ungläubig an du meinst du lässt mich gehen für jetzt und offiziell tue ich das nicht klar du bist geflohen okay ich die suche nach dir beginnen bis ich dich gefunden habe ich gebe dir eine faire chance es wirkte als hätte G nichts mehr zu sagen da er aufstand und sich daran machte zu gehen doch Fanda stoppte ihn warte bevor du gehst es könnten viele Dinge passieren und vielleicht sehen wir uns nie wieder lass mich dir zumindest alles erzählen was du gegen die Sklaven wissen musst G drehte sich wieder zu ihm wirkte aber sehr genervt was glaubst du wüsste ich noch nicht wir wissen alles über die Sklaven ihr kennt nicht einmal ihre Ziele doch sie wollen Rache das ist mir klar Fanda und wie wie wollen sie sich denn rächen äh Günther hatte keine Antwort und setzte sich wieder danke lass mich alles erklären weder du noch Fade wissen bisher dass ihre Angriffe und Räubereien nur Scharade sind sie versuchen ein größeres Ziel zu erreichen sie wollen ein lange vergessenes Monstrum aus den Tiefen der Hölle zurückholen sie wollen den Schattendämon in unsere Welt holen G stoppte ihn sofort wieder du bist verrückt das kannst du nicht ernst meinen ich war anscheinend die einzige die nicht verstand wovon sie redeten even erklärte mir worum es ging der Schattendämon ist eine alte Legende angeblich soll vor vielen Jahren ein Wesen kreiert aus Schatten in diese Welt gekommen sein innerhalb weniger Monate riss es an sich was es wollte und zerstörte den Rest tausende Leben endeten es konnte nur durch ein legendäres Pokémon mit einer besonderen Gabe versiegelt werden dieses Pokémon trug den Namen Latias sollte der Dämon je wiederkehren würde diese Welt untergehen da Latias nach dem Kampf gegen ihn auf mysteriöse Weise verschwand bevor ich noch etwas fragen konnte fuhr Fanda fort das stimmt alles sie wollen den Dämon zurück in unsere Welt holen Darkrai behauptet er habe die Macht ihn zu kontrollieren mit seiner Hilfe wollen sie die Rache ausüben G atmete wieder tief durch und sah aus dem Fenster offenbar über das Nachdenken was Fanda gesagt Es gibt ein Artefakt welches der dunkle Kristall genannt wird er beinhaltet die Hälfte der Kraft des Dämons Latias kreierte ihn nach ihrem Sieg als sie ihn verbannte nachdem der Dämon zurückkehrt wird er den Kristall absorbieren müssen um wieder voll zu werden auf einmal wickte Günther viel besorgter und wie wissen wir ob der Dämon zurück ist oder ob er den Kristall absorbiert Even erklärte Sobald es beginnt haben wir noch etwas Zeit Der Kristall wird die Kraft des Dämons etwa zwei Wochen halten können Er wurde extra gegen die dunklen Kräfte konzipiert Diese zwei Wochen können wir nutzen da wir über sein Erscheinen Bescheid wissen werden Die Legende sagt Der Himmel wird ein Zeichen senden G stand auf und rannte aus dem Haus Das letzte was wir hörten war sein Ruf Verschwindet jetzt Neugierig Weshalb er auf einmal so panisch war trat ich ans Fenster aus dem er hinaussah Fanda und Even traten zu mir und wir alle sahen wie die Sonne lila leuchtete Kapitel 8 Schlacht gegen einen wahren Verräter Fandas Sicht Als wir hinauf in den Himmel sahen ablikten wir alle das Symbol des Welt Untergangs Die Sonne schien nicht wie sie sollte sondern in einem dunklen lila Dies war das prophezeite Zeichen des Himmels Der Schattendämon wurde beschworen und absorbierte nun den dunklen Kristall Wir müssen gehen Meine Entscheidung war schnell getroffen Ehrlich gesagt wäre dieses Symbol des Himmels nicht gewesen wäre ich vermutlich einfach geblieben und hätte meine verdiente Strafe erhalten Aber die Welt brauchte mich nun Wir hatten nur eine Chance Wir müssen den Kristall erreichen bevor der Dämon ihn vollkommen absorbiert hat Wenn wir das schaffen könnten wir zumindest eine gewisse Chance haben ihn zu besiegen Nachdem ich den Plan erklärt hatte machten wir uns sofort auf zu der Lichtung die nun nach den neuesten Geschehnissen noch bedeutender für mich war Auf dem Weg erklärte ich Fade die Geschichte hinter unserem Begleiter Even Für diese Niederschrift werde ich es etwas verkürzt erklären Even war ein Polizist aus Metro Village Even war ein Polizist aus Metro Village mit dem Auftrag bei den Sklaven zu spionieren Er sollte G jegliche Info überbringen die er bekommen konnte Jedoch war er nicht zu verbergen Viele Mitglieder hatten schnell den Verdacht Damals war ich noch der Anführer der Sklaven Nachdem jedoch die ersten Unschuldigen ihr Leben durch die Gruppe verloren begann ich bereits zu zweifeln Ich entschied mich die Gruppe selbst zu schwächen was mir letztendlich jedoch zum Verhängnis wurde da Daker etwas von meinen Versuchen mitbekam und somit die Rebellen überzeugte mich zu stürzen Jedoch Wie bereits gesagt wusste ich schon früh wer war doch ich entschied mich einen Deal mit ihm einzugehen Ich half ihm an Information zu kommen und verteidigte ihn gegenüber den Mitgliedern und er gab die Information an die Polizei weiter Im Gegenzug dazu verriet er nichts über meine Identität Dieser Deal hatte lange Bestand gehabt Leider begann er damals mich Boss zu nennen Eine Angewohnheit die ich definitiv nicht so genannt werden wollte Das Ende der Geschichte besteht darin dass Jean gefeuert hat als er von dem Geschäft erfuhr Ich hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen deswegen da er immerhin nur meinetwegen dieses Geschäft einging und nur um mich zu retten die Wahrheit darüber preis gab Als ich mich dafür entschuldigen wollte war er so locker wie meistens Macht dir nix draus Boss Ich wäre mein Job sowieso oder uns Ich hoffe nicht auf die zweite Option Fade war offenbar sehr besorgt Was genau ist jetzt eigentlich der Plan Ich erklärte alles so schnell es ging Ich weiß wo der dunkle Kristall sich befindet Bisher konnte ich mich nicht aufraffen einfach dorthin zu reisen und ihn los zu werden da der Kristall von einem Zauber geschützt wurde Dieser ist nun jedoch definitiv gebrochen Wir werden das Meer durchqueren und reisen dann zur sogenannten Cave of Fate Dieser Zufall fiel mir nun erst auf Trotzdem versuchte ich normal weiter zu erklären Naja auf jeden Fall reisen wir zu dieser Grotte Dort bekämpfen wir den Dämon Es gibt drei Optionen was dort geschehen kann Entweder gewinnen wir und die Welt ist gerettet Wir versagen und die Welt geht unter oder wir kommen zu spät und der Dämon wird bereits unaufhaltsam sein und wir werden sterben aber wir werden nicht verlieren ich muss gewinnen ich muss meine Fehler wieder gut machen und wenn es das letzte ist was ich tue Diese Aussage meinerseits schien Fates Sorgen nicht zu mindern sie sagte jedoch nichts Yvon hingegen wirkte deutlich optimistischer Das wird für niemanden das letzte sein was er tut ging noch eine Weile weiter der Plan hatte ein großes Problem wie sollten wir das Meer überqueren wir entschieden uns an der Klippe einen Weg zu suchen aber als wir dort ankam brauchte ich einen kurzen Moment in meinen Gedanken ich stellte mich an die Kante wie schon oft zuvor vielleicht vielleicht ist das das letzte Mal dass ich diesen Anblick genießen kann meine letzten Momente auf diesem Kontinent Leben verbrachte ich spürte Fade die sich neben mich stellte als ich fort fuhr all die Erinnerungen die ich in mir trage stammen von diesem Ort die meisten von ihnen sind grauenhaft aber es gibt auch ein paar schöne ich schloss die Augen und fühlte mich als wäre ich eins mit der Natur nach wenigen Sekunden blickte ich zu meiner Geliebten und weißt du weißt weshalb ich letztendlich doch noch schöne Erinnerungen in mir trage trotz all meinem Leid weil du in mein Leben gekommen bist Fade wegen dir fühle ich mich endlich glücklich durch dich ist endlich mein Geheimnis ans Licht gekommen vielleicht habe ich damit meinen guten Ruf verloren aber es könnte mir nicht egaler sein ich fühle mich einfach ich fühle mich einfach so frei alles was auf mir lastete ist wie weg geblasen zum ersten mal in meinem Leben fühlt es sich wirklich so an als würde ich jemandem etwas bedeuten und zum ersten mal habe ich auch jemanden der mir etwas bedeutet Fade drückte sich an meine Seite mach dir keine Sorgen du bist nicht mal alleine du musst nie wieder alleine sein ich bin bei dir bitte merck dir das auch hinter uns ertönte eine Stimme ich stehe auch auf deiner Seite Boss deine schlimmsten Zeiten sind vorüber und bald sind sie es für alle aber nun sollten wir uns von diesem Kontinent verabschieden oder nicht als ich gerade begann mich etwas zu entspannen hörte ich noch eine Stimme sprechen ihre Quelle stand direkt neben mir auf der anderen Seite von Fade das stimmt ihr solltet euch verabschieden von diesem Kontinent euren Freunden und eurem Leben ich und Fade sprang beide zur Seite um dem sofortigen Angriff auszuweichen ein Strahl aus lila Feuer verfehlte mich nur um Haares Breite nun wo wir wussten wer uns besuchen kam nahmen wir alle eine Kampfpose ein dort stand oder er schwebte der größte Verräter dieser Geschichte Außer natürlich man schreibt mir diese Stelle zu das neue Pokémon in unseren Reihen war natürlich SD das fehlgeschlagene Wulpix das Pokémon welches ich noch vor kurzem für meinen besten Freund hielt bis zu dem Moment in dem er Preis gab der dritthöchste der Sklaven der zweite General zu sein ihr seid ja anschein ganz gut aus unserem Fall ist raus gekommen was aber natürlich war das kein Problem mit der Hilfe dieses Verräters halt dein Maul und verschwinde wie erlaubst du es dir jemanden als Verräter zu beschimpfen der SD den ich einst kannte existierte nicht mehr an seine Stelle war dieses gewissenlose Monster getreten das von mir eher amüsiert als eingeschüchtert wirkte was hast du denn schlechte Laune weil dein Geheimnis gelüftet wurde du bist selber schuld wenn du mir vertraust in dieser Welt darf man niemandem vertrauen das hast du mir sogar selbst gesagt als wir uns zum ersten mal trafen manchmal sollte man auf sich selber hören lass die scheiße und halt uns nicht auf du kannst nicht alleine gegen uns drei kämpfen erneut lacht er bloß nein nicht er es du hast keine Vorstellung was ich kann und nicht aber sieh doch selbst weißt du was du warst immer ein toller Gastgeber als ich bei dir gewohnt hab und dafür werde ich dich belohnen ich werde dich als letztes umbringen und du darfst mit ansehen wie deine liebste vor deinen Augen getötet wird und weißt du was das beste ist du wirst nichts dagegen machen können wie inzwischen klar sein sollte war ich nie das Pokémon mit dem höchsten Selbstwertgefühl es interessierte mich wenig wie er mir drohte aber wenn jemand es wagt meine Freunde zu bedrohen egal um wen es sich handelt werde ich keine Gnade zeigen weißt du was gut wenn du sterben willst dann komm doch du verdienst dein Leben ohnehin nicht du bist ja nicht einmal ein Pokémon du bist einfach nur eine Art Missbildung eine Fehlgestalt die gestoppt werden muss vielleicht kann man sich denken was er nun tat denn er lachte erneut nur die Hälfte davon ist wahr ich bin kein Pokémon ich bin keine Fehlgestalt ich bin ein Virus du bist was Feld sprach exakt aus was ich auch dachte ein Virus sowas wie Fehlgestalten gibt es in dieser Welt nicht naja weil man dich ausnimmt aber gut da du ohnehin sterben wirst ihr könnt die Wahrheit ja gut erfahren ich bin ein Virus aus einer anderen Dimension ich wurde erschaffen um diesen Weltenbaum zu vernichten ich kam um die Dunkelheit zu verbreiten und den Virus im Herzen aller zu verbreiten ich bin um zu töten und jetzt wird es endlich Zeit mein Job zu machen und euch alle aus zu löschen keine weiteren Worte waren nötig bevor die Schlacht begann die Chancen standen gut für uns wir waren zu dritt Esti war alleine ich konnte alleine Gavin besiegen welcher ebenfalls die Stärke eines Generales hat jedoch zudem viel effektiver gegen mich agieren konnte als der Virus alles stand gut für unseren Sieg zudem fühlte ich mich noch nie zuvor glücklich über eine derartige Gelegenheit eine Gelegenheit jemanden zu töten wenn mir nur noch vor wenigen Tagen jemand erzählt hätte dass ich in einer derartigen Konstellation heute hier kämpfen würde hätte ich sichergestellt ihn nie wieder zu sehen und nun war ich hier Esti wirkte nicht so als hätte er ein Interesse daran uns eine Chance zu lassen sofort bombardierte er uns mit allen möglichen seltsamen Angriffen das große Problem war dass er seine Drohung wahr machte und versuchte zuerst meine Freunde anzugreifen da Feld und Iven beide nie wirklich gelernt hatten zu kämpfen würde dies für ihn auch kein Problem werden sollte ich zulassen dass er sie angreift selbst als ich noch dachte wir wären Freunde fragte ich mich oft wie stark es die wahrlich war Er schwebte auf eine seltsame Art herum und versuchte uns zu verbrennen gegen Feld der sein Feuer nichts ausmachte ging er jedoch direkt hervor glücklicherweise ist sie sehr agil was es ihr ermöglichte den meisten Schlägen zu entrinnen Iven tat genau wie ich sein bestes um unseren Feind zu verletzen auch er schaffte es bei Bedarf sich gut zu verteidigen vor allem da er Schutz Schild beherrschte doch auch wenn es schien als würden wir viel Schaden anrichten schien es die nicht zu schwächeln er kämpfte weiter und weiter eine gewisse zeit später schwebte er auf einmal über unseren Köpfen und hörte kurz auf zu kämpfen ihr seid nerviger als erwartet ich muss euch gratulieren tatsächlich fühle ich die Notwendigkeit meine wahre Macht gegen jämmerliche Sterbliche wie euch zu nutzen fühlt euch geirrt im selben Augenblick in dem er seinen Satz vervollständigte verschwand er bereits im Nichts wir alle wunderten uns warum er nun fliehen würde doch als es bereits zu spät war realisierte Ivan dass er nicht geflohen war Esti war hinter ihm aufgetaucht und sein Flammenwurf traf ihn mit voller Wucht Ivan stand noch war aber offensichtlich stark verwundet in der Sekunde in der der Flammenwurf traf verschwand er bereits erneut dieses mal würde ich ihn nicht einfach so angreifen lassen ich war bereit in dem Moment zuzuschlagen in dem er erschien doch ich konnte es nicht im nächsten Moment schwebte er direkt über Fates Kopf zwischen seinen Pfoten lud er irgendetwas auf es wirkte wie eine Art Materie als ich ihn bemerkte war es bereits zu spät seinen Angriff zu unterbrechen auch wenn ich mein eigenes Leben riskieren würde tat ich was ich als das Beste wusste Fates Sicht ich sah nicht kommen was als nächstes geschah sofort nachdem Ivan ernsthaft verletzt wurde verschwand der Feind wieder ich wollte ihn in dem Moment seines Erscheinens erblicken um seinen Schlag auszuweichen was ich nicht kommen sah war dass er von oben angriff bevor ich reagieren konnte wurde ich zur Seite gestoßen und die Attacke schlug ein dort wo gerade noch ich gewesen war lag nun Pfanda am Boden er versuchte aufzustehen scheiterte jedoch ist das dein ernst seit wann bist du so selbstlos Pfanda ich glaube dafür verdienst du eine Belohnung jetzt lass doch die scheiße Pfanda war offensichtlich sehr angepisst jedoch viel zu verwundet um anzugreifen es die verschwand erneut erschien dieses mal jedoch direkt vor uns warum bist du so gemein Kumpel ich will dir doch nur ein Geschenk machen seine Augen begann rot zu leuchten so wie bei meiner ersten Begegnung mit ihm wieder lud er eine Energie auf dieses Mann scheint deutlich mächtiger als beim letzten Mal für deine Heldenhaftigkeit sollst du belohnt werden und deshalb werde ich euch einfach alle auf einmal ausrotten anstatt deine Freunde vorzuziehen als er seinen Angriff weiter auflud erkannte ich die Situation Ivan und Pfanda waren beide zu verletzt um weiter zu kämpfen wenn irgendjemand uns noch retten könnte dann müsste ich das sein oder direkt bevor der Virus angreifen konnte und bevor ich versuchen konnte ihn zu attackieren schoss eine Art Speer mitten durch den Feind hindurch Für einen Moment sah ich Schock in seinen Augen bevor er wieder verschwand doch anders als zuvor sah ich seine Partikel die vom Wind verstreut wurden der Speer verschwand ebenfalls ich rannte sofort zu Pfanda um den ich mir große Sorgen machte keine Sorge Fade das wird schon wieder ich brauch nur erst mal etwas Ruhe Als Ivan der sich eine relativ große Wunde die er hatte hielt zu uns trat sah ich im Augenwinkel jemanden am Rand der Lichtung stehen hey du hast hast du diesen Speer geworfen eine vermummte Gestalt trat aus den Schatten das Gesicht des Pokémon war unter seinem Umgang nicht zu erkennen ja das tat ich ich bin froh dass ich rechtzeitig kam im nächsten Moment stand der umantelte neben uns alle starrten ihn an Ivan entschied sich letztlich den Dialog fortzuführen danke für die Hilfe das war wirklich knapp aber wer bist du die Gestalt schien kurz nachzudenken während sie weiterhin auf der Stelle schwebte ähnlich wie es die es tut mir leid doch ich kann euch dies nicht verraten doch seid versichert auch ich kämpfe gegen den Schattend so wie ihr Fanda wirkte überrascht du weißt über den Dämon Bescheid ja als ich hörte ihr würdet herkommen entschied ich mich es auch zu tun nun waren wir alle verwirrt wie konntest du wissen dass wir herkommen würden niemand könnte es logisch gesehen wissen ich weiß vieles ich bin hier um euch zur Seite zu stehen zumindest kann ich euch helfen euer Ziel zu erreichen auch wenn ich leider nicht im Kampf selber helfen kann even schien begeistert warte meinst du ich kann euch auf den anderen kontinent bringen es ist nicht viel doch ich hoffe es wird euch helfen ich habe nur eine bitte solltet ihr jemals etwas über die verlorene seele erfahren kommt an diesen ort und erzählt es mir ja das nächste was geschah war dass die gestalt einen arm den ich als blauer kannte bewegte und sich auf einmal alles um mich herum veränderte wir waren auf dem anderen kontinent angekommen kapitel 9 familienkrise fand das sicht in der nächsten sekunde befanden wir uns an einem anderen ort wobei ich immer noch auf dem boden lag das 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 hier ist der andere kontinent oder ja wir haben es geschafft auch wenn der kampf mich sehr verwundet zurückgelassen hatte fühlte ich mich selten so lebendig wie nun trotzdem machte fällt sich natürlich sorgen geht es dir gut vander ich stand auf um mir zu beweisen dass ich mich gut fühlte und scheiterte dabei direkt ich stürzte sofort wieder zu Boden eines meiner beine schmerzte zu sehr um meine last zu tragen bitte übertreib es nicht du musst dich ausruhen ich versuchte ihr zu widersprechen dafür haben wir keine zeit wir müssen sofort zur höhle uns rennt die zeit davon even teilte uns auch seine meinung mit sorry boss aber deine freundin hat recht du bist genauso wenig in der verfassung zu reisen wie ich es bin fett ist die einzige in unserer gruppe die überhaupt reisen könnte aber auch nur dank dir fahnda du wurdest nur wegen mir verwundet ich würde mir nie verzeihen wenn dir etwas passieren würde ihr trauriger bettelnder blick reichte um mich zu überreden na gut aber nur für einen tag mehr zeit haben wir wirklich nicht glücklich wirkte fate zwar nicht doch trotzdem sagte sie nichts sie wusste dass sie mich daher suchten wir uns eine kleine grotte in der nähe in der wir uns ausruhten wobei fate mir helfen musste damit ich überhaupt hinkam wir verbrachten die nächsten tage in dieser höhle ja die nächsten fate fand durch recherche heraus dass unser fußmarsch rund vier tage dauern würde als wir diese grotte fanden blieben uns 13 außerdem schmerzte mein bein am nächsten morgen immer noch wegen all diesen faktoren stimmte ich zu noch länger zu rasten worüber fate natürlich sehr glücklich war auch even wirkte erleichtert im nachhinein bereute ich es auch nicht vor allem durch das was als nächstes kommen würde als wir uns ausruhten verbrachten wir die zeit gemeinsam fate nutzte die zeit um even besser kennenzulernen und ich erzählte beiden einige geschichten aus meiner vergangenheit all die zeit mich fällt nie von meiner seite was sich für mich immer noch relativ seltsam anfühlte auch als ich noch dachte es die wäre mein freund war er nie sonderlich lang bei mir gewesen nun wusste ich wohl auch dass seine häufigen abschiede wohl besuche bei den sklaven gewesen waren erneut spürte ich egal wie dieses abenteuer enden würde zumindest konnte ich einmal in meinem leben wahre freude spüren und auch mein geheimnis wäre endlich gelüftet wäre dies nicht geschehen hätte ich fällt meine gefühle wohl nie gestehen können sechs tage vergingen bevor wir unsere reise fortsetzten wie bereits erwähnt würde die große reise vier tage dauern vier tage bis wir den antiken dämon persönlich bekämpfen und vermutlich das schicksal der welt bestimmen würden wir und vor allem ich von all den pokémon würden die letzte hoffnung für die welt werden endlich könnte ich meine fehler wieder gut machen der untergang des dämons würde auch den sinn aus der existenz der sklaven nehmen am ersten tag der reise geschah nicht wirklich etwas wir reisten durch einen großen wald der gefühlt den gesamten kontinent bedeckte wir redeten über manche dinge zum Beispiel über es die und darüber wie wir uns den dämon vorstellten die paar male die wir pause machten nicht und fällt nicht wirklich pause ich nutze die zeit um sie für die große schlacht zu trainieren erst am abend des zweiten tages geschah etwas besonderes wir machten gerade wieder eine pause und diskutierten ob wir für die nacht hier bleiben sollten als wir plötzlich angegriffen wurden ein durchschnittlich großer Feuerball traf relativ genau in der Mitte von uns auf den Boden niemand wurde verwundet und wir positionierten uns für einen Kampf uns war bereits klar gewesen dass uns auf unserer reise noch gegen wer erwarten würde wir wussten dass es noch einen General gab den wir nicht bekämpft hatten aber heute würde wohl nicht der Tag für ihn werden anstatt sich weiter zu verstecken trat ein Igelava aus dem Schatten der Sklaven genau gesagt das der Krieger endlich ich dachte ich würde euch nie finden ich war ziemlich überrascht dass eine einzelne Kriegerin uns entgegentrat eigentlich müssten sie ja bereits bemerkt haben dass wir es die besiegt hatten also naja eigentlich nicht wir aber das mussten die Sklaven ja nicht wissen Ivans Reaktion zeigte dass ich nicht als einziger überrascht war warte du bist echt alleine zu doof oder so ich versuchte das Pokémon zu erkennen doch ihr Gesicht sagte mir nix offenbar war sie erst nach meiner Herrschaft Teil der Gruppe geworden während ich so nachdachte warf sie even einen gereizten Blick zu klappe du nutzloses Fell knoll vor allem nach so einem langweiligen Verrat so wie ich das mitbekommen ist das doch euer Fach Gebiet oder darum geht es war langweilig keine Action keine Explosion kein Blut nur eine lächerliche Flucht langweilig ich verließ meine Kampfstellung wieder diese Sklavin verwirrte mich wirklich ist deine Mission uns in den Boden zu labern mit deinem Schwachsinn das wird nicht klappen dafür habe ich zu viel Zeit mit G verbracht und jetzt hau ab du wirst deinem Boss hier nicht helfen können ich bin nicht wegen dem schwarzen schwebenden Kehr hier bitte was wenn du nicht für die Sklaven her gekommen warum denn dann fällt hinterfragte die Motive des Feindes für meine Eltern natürlich ihr Idioten diese ganze Sklavensache ist nur eine Nebensache ich bin ihnen nur beigetreten und hierher gereist um zu beweisen dass meine Eltern recht hatten keiner von uns verstand auch nur ein Wort und was haben wir mit deinen Eltern zu tun wieder zeigte das Igelava ihr Temperament und kreifte even an ich rede nicht mit dir du interessierst mich nicht genauso wenig wie das Wulpix ich bin hier um dich zu bekämpfen Fanda warum zur kannst du uns bitte zumindest erklären weshalb ein bösartiges grinsen breitete sich auf ihrem Gesicht aus wirklich ich hätte gedacht dass du es bereits durchschaut hättest aber wenn du wirklich so dumm bist wie sie alle sagen dann helfe ich dir auf die Sprünge vor vielen Jahren hörten meine Eltern zum ersten Mal von den Sklaven und davon dass du ihr Anführer seist zuerst lachten wir alle nur darüber und hackten es als witz ab aber mit der Zeit hörten wir es in unseren bekannten Kreisen öfter und öfter deshalb entschieden sie dass wir den Sklaven beitreten würden um die Wahrheit zu erfahren und was soll ich sagen du warst zwar nicht mehr dort aber trotzdem fanden wir heraus dass alle recht hatten meine Eltern waren ziemlich wütend und konnten es nicht glauben da sie wusste dass du niemals die Kraft für so etwas haben könntest sie trainierten mich um die Wahrheit zu beweisen um zu beweisen dass du nutzlos bist und auch wenn sie inzwischen tot sind will ich ihren Willen weitertragen und beweisen dass sie im Recht waren zwar erklärte dies manches über die Motive der Kriegerin jedoch fragte ich mich nun was ihre Eltern bitte gegen mich hatten weshalb sie mich so sehr hassen sollten aber langsam dämmerte es mir währenddessen nahm sie eine Kampfposition ein mein Name ist Inferno nach dem Feuer das in meiner Seele brennt ich bin hier um die Ehre meiner Eltern wieder herzustellen ich beweise dass die recht damit hatten dich auszusetzen Bruder Felssicht im nächsten Moment griff das Igelava Inferno an sie schoss einen Flammenwurf direkt auf Fanda dieser stoppte ihn mit einer einzelnen Pfote ich versuchte anzugreifen so wie auch Ivenes tat doch bevor wir handeln konnten stoppte uns Fanda bleibt zurück ihr beiden ich kämpfe diese Schlacht alleine es geht hier nicht um die Sklaven das ist nicht euer Kampf das hier ist versöhnlich aber ich wollte argumentieren doch Iven zog mich weg in vollem Bewusstsein dass ich Fanda nicht umstimmen würde als Fanda sich von uns weg drehte und begann ebenfalls zu kämpfen realisierte ich etwas ich hatte ihn schon oft mit schlechter Laune erlebt vor allem nach SDS Verrat aber es war meist eher Trauer als Zorn doch nun als er gegen dieses Igelar war das laut eigener Aussage seine Schwester war die er bereits in der Legende erwähnt hatte kämpfte sah ich zum ersten Mal was wahre Wut in ihm auslösen würde und ich bemerkte weshalb Iven mich so schnell von der Kampffläche geschoben hatte ich wusste schon dass Fanda ein wirklich mächtiger Krieger war doch Wut schien seine Gedankenströme noch einmal stark zu beeinflussen es Schmerzgefühl und sogar Bewusstsein verschwunden erhielt die meisten feindlichen Angriffe mit bloßer Pfote ab obwohl diese Angriffe aussahen als könnten sie schwächere Pokémon mit einem Schlag töten doch Fanda definitiv nicht das war sicher trotz allem schien das Igelar größere Chancen zu haben als ich gedacht hätte in der Mitte der Schlacht begann sie auf einmal zu erzählen wobei sie immer noch kämpfte hielten nie sonderlich viel von dir Pfanda mein Partner unterbrach sie sofort halt dein Maul und gib auf sie schienen sich von seinem Gebrüllen nicht irritieren zu lassen ich glaube dass sie ihre Meinung zumindest etwas geändert haben als sie weit heraus fanden sie wollten es nur nicht zugeben sie konnten sich nicht eingestehen dass du zu so etwas fähig wärst sie trainierten mich mein ganzes Leben lang nur damit ich es beweisen könnte aber ist das nicht schon der Beweis alleine ihr Bewusstsein dass sie mich für diesen Kampf trainieren müssten als wir damals den Sklaven beitraten bewerte ich mich früh inzwischen bin ich fall und erneut wirkte sie unbeeindruckt wenn ich so wertlos bin warum hast du mich dann noch nicht getötet bist du zu schwach also wo war ich ach ja da kreit mich schon eine Weile im Auge er meint er sei begeistert von meinen Leistungen er sagte sollte ich ihm mit einer großen Tat Treue beweisen dann würde er mir helfen mich zu entwickeln und mich zu einer Generälin befördern die erste Generälin die Sklaven hier hätten das heißt ich müsste dich einfach nur töten und ich wäre berühmt aber das nicht das Thema weil es wäre zwar schön und gut aber auch nur eine Nebensache sie schien nun mit ihren Ausführungen fertig zu sein als sie fand all dies erzählte schien seine Wut etwas zu verebben was ihn schwächte er konnte die Angriffe nun nicht mehr so einfach abwehren Inferno schien alles unter Kontrolle zu haben je mehr Zeit verging desto schlimmer war die Situation für Fanda ich wusste ich müsste eingreifen wenn sich nichts änderte auch wenn Fanda es nicht wollte dies war kurz bevor sie begann erneut zu sprechen wie gesagt die Sklaven haben für mich keine Bedeutung ich bin so wie meine Eltern mich erzogen haben ich bin treu denen gegenüber dir es verdienen auf einmal hörte sie auf ihn anzugreifen lass uns aufhören auch Fanda hörte auf zu attackieren und beäugte sie überrascht was warum hörst du jetzt gerade auf gibst du auf Inferno lachte bloß hättest du wohl gern wir beide wissen hätten wir weiter gekämpft dann hätte ich gewonnen aber ich bin hergekommen um zu beweisen dass du unfähig bist um zu zeigen dass unsere Eltern recht hatten sie brachten mir bei eine ehrenhafte Kriegerin zu sein ich kann es zugeben wenn ich im unrecht bin und auch sie waren im unrecht ich kann nicht beweisen was nicht wahr ist das war ein unglaublicher Kampf heißt das du akzeptierst mich dieses mal lächelte sie bloß auf einmal wickte sie schon beinahe freundlich natürlich tue ich das das war der beste Kampf meines Lebens wird da gerade nicht von dir enttäuscht sein even versuchte eindeutig sie etwas zu provozieren ich habe immer noch nicht mit dir geredet aber wenn du von das freund bist dann kannst du nicht so schlecht drauf sein es interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht was vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder sofort bewegte sie sich auf den rand der lichtung zu doch bevor sie ging stoppte sie noch einmal ach und fanda komm mich gern mal besuchen wenn ihr dieses ding fertig gemacht habt nun schien sie wirklich gehen zu wollen doch fanda stoppte sie warte heißt es wir haben einen waffenstillstand kommt drauf an wie du das sie st mir nach kannst auch gleich ein kompletter frieden sein ich mein ich hab dich nie wirklich gehasst ich wollte bloß meine eltern stolz machen aber tja sie haben scheiße geredet hoffentlich bis bald mit diesen worten ging sie endgültig und ließ fanda sprachlos zurück fanda sicht tag drei unserer wanderung wir alle waren gespannt ob der tag ähnliche überraschung bringen würde wie der zuvor nachdem der kampf geendet hatte hatte ich mit feld und even drüber geredet ich war zunächst schlicht sprachlos doch ich realisierte schon bald dass diese ereignisse den krieg innerhalb meiner familie endlich beenden würden ich würde zum ersten mal wirklich eine familie haben aber natürlich nur wenn wir überleben würden zuerst müssten wir die finsternis zerbersten lassen oder um genauer zu werden den Schatten Dämon und nur ein Tag lag noch vor unserer Begegnung mit ihm ein Tag bevor das Schicksal der Welt entschieden werden würde mit diesem Bewusstsein schritten wir voran die Sonne verdunkelte sich schnell und wurde nun von einem heftigen Sturm begleitet der Wind blies uns um die Ohren und der Regen strömte vom Himmel alle paar Sekunden schlug ein Blitz ein mit dem Donner kurz darauf folgend das Zentrum des Sturmes lag eindeutig direkt über der Cave of Fate der Sturm erschwerte unsere Reise doch wir alle wussten wir mussten nun stark bleiben die Höhle kam näher und die Welt zerfiel das Finale näherte sich unabwendbar unbekannte Sicht sie kommen das Ende kommt näher und näher jeder einzelne Schritt meines Planes funktionierte perfekt sie tanzten all die Zeit genau nach meiner Pfeife sie sind alle meine Marionetten und nun laufen sie mir genau in die Falle wenn sie wüssten dass sie mir meine wahre Macht zurückgeben werden Fate du hast deinen kleinen Dialog vor deinem Erwachen wohl schon wieder vergessen zumindest handelst du so die Zeit kommt in der ich mein Versprechen von damals wahr machen werde von Anfang an war alles klar mein Sieg war vorher bestimmt ich war schon immer der Gott dieser Welt und dieses Mal gibt es keinen Drachen um mich zu stoppen dieses Mal werde ich erhalten was mir gehört ich werde vernichten ich bin um zu vernichten niemand kann den Schattend Dämon dieses Mal stoppen Feld Sicht all die Zeit begleitet zu mich ein schlechtes Gefühl welches einfach nicht verschwinden wollte es kam mir vor als hätte ich etwas wichtiges vergessen was kein Wunder wäre wenn man an meinen Gedächtnisverlust denkt doch trotzdem wirkte es gruselig ich fragte sowohl Fanda als auch Even ob auch sie es fühlten doch beide verneinten jeder Schritt den ich tat stärkte das Gefühl bloß jeder Meter den ich mich der Höhle näherte irgendetwas war dort irgendetwas was ich vor langer Zeit vergaß irgendetwas aus meiner Vergangenheit würde zurückkehren und mich quälen bei dem Gedanken lief mir ein Schauer über den Rücken Fanda gab sein Bestes um mich zu beruhigen und so wie er nun einmal war hatte er relativ viel Erfolg damit am vierten Tag sahen wir in der Ferne bereits den Quell der Finsternis am Himmel es lag direkt auf der Spitze eines Berges in den Tiefen dieses Berges wird unser Abenteuer enden egal wie ich hoffe ihr seid bereit wir werden hier noch rasten bis morgen früh es wird morgen enden und unsere Zukunft wird leuchten wir versuchten gar nicht erst ein Lagerfeuer zu machen da der Regen kein bisschen nachgelassen hatte und ich hatte das beunruhigende Gefühl dass er das auch nicht würde bevor der Dämon gefallen war also wie stellt ihr euch den Dämon denn so vor even versuchte die angespannte Stille mit einer Frage zu brechen die wir schon mehrfach diskutiert hatten doch wir alle hatten inzwischen nochmal neue Ideen und vor allem war es eine gute Ablenkung ich kann mir nicht wirklich vorstellen wie so ein Dämon aussehen könnte bloß er muss wohl unfassbar stark sein Fandas Antwort fiel überraschend kaltherzig aus warum sollte mich das interessieren wir haben erst die überstanden schlimmer wird's nicht mehr wieder verflielen wir in Stille die ich mit einer weiteren eigentlich irrelevanten Frage durchbrach jetzt am ende dieser reise glaubt ihr ihr verstehen zwischen was wirklich hinter es die steckte was es mit dem virus auf sich hat und weshalb er hier war even antwortete als erstes ich habe nur eine theorie vielleicht aber nur ganz vielleicht war es die dieselbe Art virus wie Deoxys das alien Pokemon virus der diese welt überfallen hätte über es das klingt doch eigentlich ähnlich wie es die fanda hatte eine sehr eigene idee meine vermutung baut wohl eher auf meinen eigenen emotionen auf als auf fakten aber ich habe schon immer an parallel welten geglaubt die unserer sehr ähneln es die sagte ja auch dass er aus einer anderen dimension stammt und meine theorie ist dass es die der dacra einer parallel welt war jedoch bloß seine albtraum energie ohne den körper dacra als er den namen dacra erwähnte realisierte ich endlich was ich all die zeit verdrängt hatte das ist es fanda ich weiß was ich immer noch nicht weiß wir wissen immer noch nicht weshalb dacra mich angegriffen hatte du hast recht ich hatte es nach all dem schon wieder verdrängt das müssen wir noch unbedingt even unterbrach ihn und wir realisierten was wir sonst noch vergessen hatten nämlich ihm davon zu erzählen was dacra hat dich angegriffen warum weiß ich nichts davon wir nutzten den rest des abends dafür ihm die geschichte zu erklären als die zeit voranschritt entschied ich mich dazu mich endlich schlafen zu legen wir würden alle unsere stärke benötigen es fiel schnell auf dass even sehr schnell eingeschlafen war da er ziemlich laut stark schnarchte ich konnte nicht gut schlafen immer noch blieb mein gefühl etwas wichtiges vergessen zu haben zudem müssten wir morgen das schicksal dieser welt bestimmen ein kleines polizei evoli ein depressives scheinux und ein wohlpix mit amnesie einige minuten später hörte ich fanda der leise sprach fett bist du noch wach ja was ist es denn weißt du morgen morgen werden wir jedermanns zukunft bestimmen ich werde endlich die chance haben meine fehler wieder gut zu machen aber inzwischen fühle ich auch was du meintest irgendetwas schrecklicher als wir es uns je vorstellen könnten wartet in dieser höhle es ist er atmete tief durch fällt danke einfach danke ich war ziemlich aus der bahn geworfen wie wofür denn für für einfach alles du hast mein du hast so viel für mich getan mehr als du es je wissen wirst ich hätte nie erwartet dass Dinge sich so entwickeln würden als ich dich damals im Wald gefunden hatte du warst immer für mich da selbst als ich mich selber aufgegeben hatte hast du an mich geglaubt egal was morgen passiert bitte vergiss nie wie sehr ich dich liebe ich lächelte ihm zu ich würde das niemals vergessen ich liebe dich auch und vergisst du das ja nie selbst wenn du oft das Gegenteil einredest du bist nicht nutzlos du bist wirklich besonders und du wirst nie mehr alleine sein für ein paar Minuten wurden wir beide still ich fühlte wie Fanda sich an mich drückte egal was morgen passiert wir bleiben immer zusammen versprochen versprochen trotz all dem was in meinem Kopf herumkreiste konnte ich nun ruhig schlafen bis der entscheidende Tag beginnen sollte Kapitel 10 Final Anbruch die letzten Feinde in der Cave of Fate Evans Sicht als ich am nächsten Morgen aufwachte schliefen Fanda und Fate beide noch der Sturm am Himmel hatte sich allerdings kein bisschen beruhigt heute war der Tag an dem der Dämon fallen würde auch wenn es sich irgendwie falsch anfühlte hier zu sein vor unfassbar kurzer Zeit rannte ich noch nutzlos durch die Sklaven Basis um zu spionieren ich hatte die beiden eigentlich nur begleitet um Thunder zur Seite zu stehen vielleicht kann ich in einem Kampf nur wenig ausrichten aber ich war 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 mich immer noch seltsam das letzte mal als ich meinen scheinungskumpel vor dieser reise gesehen hatte war ich mir ehrlich gesagt sicher dass er nicht mehr lange die Kraft hätte weiter zu machen und jetzt in diesen momenten wirkte er glücklicher als unseren Rastplatz und machten uns direkt auf zur Höhle unser großes Ziel es dauerte nur etwa eine Stunde bis wir den Eingang zu diesem legendären Monument der Natur erreicht hatten wir sahen uns alle an und nickten entschlossen und schließlich betraten wir die Höhle oder versuchten es zumindest doch bevor wir eintreten konnten schossen scharfe Felsen aus dem Boden sie verfehlten uns nur um Millimeter von seiner erhöhten Position über dem Eingang sprang ein Pokémon herunter es war ein zwei Meter großes grünes Monstrum ihr stoppt sofort ich werde nicht zulassen dass ihr den Dämonen stört ich und Fanda erkannten den Feind beide sofort Tyrant wie konnte ich nur erwarten dass du dich uns nicht mehr in den Weg stellen würdest das Despotat zweithöchster aller Sklaven und ihr stärkster General strahlte seine übliche Selbstsicherheit aus weil du naiv bist Fanda das hast du schon oft genug bewiesen du hast deiner Familie vertraut nur um verraten zu werden du hast Darkrai vertraut nur um verraten zu werden du hast SD vertraut nur um verraten zu werden und nun bist du hier willst den und immer noch vertraust du anderen wirst du es je lernen du wirst wieder verletzt werden ohne weitere Worte nahmen wir alle eine Kampfposition ein doch bevor eine Schlacht beginnen konnte begann die Erde zu beben die Dunkelheit im Himmel schien zu wachsen nun realisierten wir letztendlich was geschah wie genau wussten wir nicht aber wir waren getäuscht worden der Tag an dem der Kristall brechen würde war nicht erst in drei Tagen gekommen sondern heute auch Thunder und Fate schien zu verstehen Tyrant lachte bloß seht ihr es endlich ihr seid zu spät die Macht des Dämonen ist nun fast vollständig er kann nicht mehr besiegt werden trotzdem werde ich es euch gar nicht erst versuchen lassen erneut zeigte er sich kampfbereit mir war sofort klar wir hatten nicht die Zeit ihn und den Dämonen zu bekämpfen ich musste eine Entscheidung treffen zwar könnte sie mir gut und gern das Leben kosten aber das wäre es wert Fanta Fanta Fade geht ich kümmere mich um Tyrant wie oft merkte ich dass Fade sofort streiten wollte doch Fanda packte sie am Genick und zog sie mit sich als sie um Tyrant herum liefen um zum Eingang zu kommen wollte das Despotar sie stoppen doch bevor er irgendwas tun konnte um sie aufzuhalten traf ich sie mit einem Stern Schauer er war abgelenkt während meine Freunde in die Höhle rannten lass sie durch ich bin jetzt dein Gegner der General starte mich hasserfüllt an zuerst befreist du diesen Abfall und verrätst uns dabei und nun stellst dich mir in den Weg nah es gab einen Grund weshalb du nur ein Scherge warst du hast keine Chance gegen mich ich mache dich dem Erdboden gleich und dann folge ich ihnen ich wusste dass er wohl teilweise recht hatte er war definitiv deutlich stärker als ich aber und was ist wenn ich nur den unfähigen Idioten gespielt habe um nicht aufzufallen ich war nicht du unterschätzt mich nur wenn du das tust dann werde ich dich locker besiegen es hat seine Gründe weshalb ich dach kreist treuester Anhänger und oberster General bin ich zeige niemandem gegenüber Gnade der ihm im Weg steht ich gebe immer alles und mit dem was ich zu bieten habe werde ich dich lehren niemals die Sklaven zu verraten fand das Sicht als wir die labyrinthartige Höhle betraten konnten wir Tyrons Kampfscher von draußen hören aber wird es ihm gut gehen es war die erste Frage die Fade mir stellte ich antwortete ihr ehrlich ich weiß es nicht ich denke nicht dass er mehr tun kann als Zeit zu schinden in diesem Fall auch wenn es schmerzt ist es wohl ein Opfer das wir bringen müssen um diese Welt zu retten Fade sah traurig zu Boden ich ich verstehe ich wollte doch auch nicht dass es so kommen muss aber wir dürfen ihn nicht aufgeben vielleicht wird er uns alle überraschen und egal wie wir müssen weiter der Kristall ist nah zumindest das was von ihm bleibt bist du bereit Fade nickte niedergeschlagen wir gingen weiter uns der Gefahr im Voraus bewusst bald erreichten wir den vorletzten Raum des Labyrinths doch gerade als wir in den großen Hauptsaal aufbrechen wollten geschah etwas ein Schatten erschien er materialisierte sich einfach aus der Wand heraus und stellte sich in unseren Weg irgendwo war es für mich nostalgisch aber trotzdem ein riesiges problem schlussendlich traf Fade nun doch den jenigen der mich zu dem machte der ich heute bin mein Lehrer und Verräter Darkrai der Anführer der Sklaven ist das nicht eine tolle Überraschung wenn das nicht mein Lieblings Schüler ist Fanda mein Freund wie sind denn die Dinge für dich gelaufen zu gut will mir scheinen ihr habt erst die besiegt und meine vielversprechendste Kriegerin verließ uns nach ihrem Kampf gegen dich du verscheuchst mein Personal so hab ich dich aber nicht trainiert Darkrai selbstverständlich bist du hier warum solltest du nicht noch einmal versuchen mein Leben zu zerstören das wird nie alt oder warum bist du denn so grob zu mir dein Misstrauen verletzt mich was hab ich getan um das zu verdienen wir beide wissen dass diese Frage nur rhetorisch ist oder erneut bebte die Erde und ich wusste was ich tun musste die Cave of Fate war der Ort der großen Schlacht und wie der Name der Höhle verriet würde Fade diese Schlacht schlagen Fade schnapp dir den Dämon ich kümmere mich um diesen Bastard zuerst sahen sie mich unsicher an rannte jedoch kurz darauf in den finalen Raum Darkrai sah ihr nur zu als sie vorbeilief oh wie selbstlos du geworden bist und noch dazu noch dümmer du hast recht ich bin dumm weil ich lässt du deine Freundin den Kaiser der Schatten alleine bekämpfen obwohl sie nicht sonderlich stark wirkt und außerdem ist es doch genau das was er wollte ich war schockiert was der Dämon wollte dass wir uns aufteilten und wie er das wollte Fanda du hast noch nie etwas Gutes geleistet es ist Zeit für deine letzte Unterrichtsstunde er schwebte höher heute lehre ich dir dass ein Schüler nie seinen Meister übertreffen wird ich tue dir eingefallen und tue was du schon längst selber hättest tun sollen ich beende deine jämmerliche Existenz Fadesicht die Situation war schrecklich ich musste den Dämon ganz alleine bekämpfen und selbst falls ich irgendwie gewinnen sollte was wenn ich Thanda verlieren würde was würde ich tun in diesen Sekunden kämpfte er gegen den der ihn vor so langer Zeit zerstörte mein Partner würde Darkrais letzter Feind werden der Anführer der Sklaven würde einen würdigen letzten Gegner bekommen und und ich betete dass dasselbe für den Dämon galt die zwei Minuten die ich durch den Gang lief führten sich an wie Stunden als ich endlich den Kristallsaal betrat entdeckte ich sofort den dunklen Kristall die Wände waren voller schwarzer und lilaner Partikel die Macht des Kristalls floss mitten in sich hinein Fade du bist also endlich gekommen die Stimme verschafft ihm eine Gänsehaut irgendwie wirkte sie so vertraut doch gleichzeitig auch nicht wo bist du komm raus aber aber Fade ich verstecke mich doch nicht nur weil du mich nicht siehst alle Partikel lösten sich von der Wand und schwirrten durch den Raum langsam begann sie sich in der Mitte des Saales zu sammeln direkt vor mir toll dich hier zu treffen vor allem nach unserem ersten kleinen Gespräch wovon redest du ich kenne dich nicht mal oh doch das tust du von vor und nach deiner Amnesie wir sprachen bereits einmal so in deinem Gedächtnis lüge mich nicht an ich erinnere mich an das Gespräch auch wenn sie enttäuscht von mir war war diese Stimme mein Unterbewusstsein sie war ich und das bist du definitiv nicht du bist bloß ein Dämon oh bin ich das etwa wirklich die Partikel begann etwas zu formen das Wesen sagte noch eine Sache bevor die Schlacht begann und was es sagte ließ mir das Blut in den Adern gefrieren du hast unrecht ich bin kein Dämon ich bin kein Pokémon ich bin keine Fehlgestalt ich bin ein Virus Ivans Sicht ich werde dich lehren die Sklaven nicht zu verraten das war der Auftakt meiner großen Schlacht auf dieser Reise ich war nie geboren um den Schattendämon zu bekämpfen ich musste einfach Zeit für Thunder und Faej schinden um diese Welt zu retten egal was es kostete also musste ich alles geben wenn ich den Vorteil nutzen konnte dass Tyrant meine Stärke nicht kannte könnte ich vielleicht lange genug überleben damit sie gewinnen konnten und ich kämpfte auch um Zeit zu schinden nicht um zu gewinnen bevor Tyrant mich überhaupt angreifen konnte hatte ich bereits mehrere Male Agilität benutzt auch Doppelteam kam zum Einsatz mich zu treffen würde eine Kunst werden doch der General wirkte nicht beeindruckt er beschwor einen Sandsturm damit ich mich nicht mehr orientieren konnte ich nutzte meine Geschwindigkeit um ihn abzulenken aber anstatt zu versuchen mich im Auge zu behalten stand er einfach still dummerweise versuchte ich ihn anzugreifen ich blieb meinem Kampfstil treu und rannte mit Ruckzuck Hieb auf ihn zu nur um komplett abgeblockt zu werden in dem Moment in dem ich getroffen hätte trat er zur Seite und beschwor einen Felsen direkt in meinem Weg ohne mich stoppen zu können stolperte ich darüber bevor ich überhaupt wieder auf dem Boden landen konnte wurde ich von einem fliegenden Stein in die Seite getroffen und sandte mich direkt in Tyrons Richtung so dass er seine mächtige Kombo mit einem zerstörerischen Fokus Stoß beendete als ich endlich auf den Boden prallte schwärzte sich mein Blickfeld kurz bevor ich mein Bewusstsein wieder bekam mein Plan funktionierte überhaupt nicht wir kämpften seit ungefähr einer Minute und ich hatte schon fast verloren Tyron schien meine Hilflosigkeit sehr zu genießen auf einmal bist du nicht mehr so selbstbewusst nicht Evoli hast du wirklich geglaubt dass du irgendetwas ausrichten könntest bloß weil du schnell bist ich dachte du wüsstest es inzwischen besser nachdem du die Ehre hattest ein Sklave zu sein realisierend wie es weitergehen musste nutzt sich die größte Schwäche der Generäle ihre Arroganz wenn du wirklich so stark bist warum benutzt du es dann nicht fürs Gute was bekommst du durch das Ende der Welt er lachte mich nur an selbst nach Monaten bei den Sklaven siehst du es immer noch nicht wir wollen alle unser Ziel erreichen du normales Pokémon könntest es nie verstehen ihr Pokémon brachtet uns wahren Schmerz etwas was ihr nie fühlen musstet und nun werden wir es euch zeigen die Welt hasst uns und nun ist die Zeit gekommen in der wir der Welt diesen Hass zurückgeben Darkrai hat was er braucht um den Dämon zu kontrollieren er wird zerstören was wir wollen aber ich habe oft andere Sklaven getroffen die ein normales Leben lebten wie ich gehofft hatte sprach er weiter das ist eine Lüge wir sind die Gerechtigkeit auch wenn ihr nach euch weigert es zu sehen jeder hat Gründe uns beizutreten selbst wenn ein Sklave verheiratet ist eine Familie hat sie alle wurden vom Leben selbst betrogen deshalb ist Verrat unsere große Stärke wir bekämpfen diese Welt mit ihren eigenen Waffen auch ich wurde vom Leben geschädigt als ich noch ein kleines Kind war wurden meine Eltern ermordet sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort sie kam bei einem Anschlag ums Leben auch wenn zwei Pokémon versuchten die Attentäter zu stoppen kam alle Ziele ums Leben auch meine Eltern dies war der Tag an dem ich realisierte was Planet ist zum ersten Mal erzählt er mir tatsächlich etwas was ich nicht wusste etwas was ich definitiv zu meinem Vorteil nutzen könnte trotzdem ist das kein Grund die Welt zu hassen was denkst du was in meiner Vergangenheit geschehen ist dasselbe wie jedem normalen Pokémon du wurdest vom Schicksal verhitschelt du lagst nie weiter daneben du durftest deine Eltern ja zumindest kennenlernen ich kenne meine nur aus Geschichten zum ersten Mal verstummte der General und weißt was es ist was ich über sie gehört habe mein Vater starb bei dem Versuch einen Anschlag zu verhindern noch vor meiner Geburt und nachdem was du gerade erzählt hast siehst du vielleicht den Zusammenhang immer noch stand der General stumm da meine Mutter lebte das schlimmste Leben sie war depressiv und fand nach dem Tod meines Vaters keine Lebensfreude mehr als ich geboren wurde wurde sie schließlich erlöst sie starb ich wuchs als weise auf aber anders als du entschied ich mich Gutes zu tun damit niemand anderes unter dem selben Schicksal leiden müsste wie ich und vor zwei Jahren traf ich G und konnte mir diesen Wunsch endlich erfüllen Tyrant dachte offenbar über meine Worte nach also starben auch deine Eltern aber du gabst die Hoffnung nicht auf ich nickte er schien endlich zu verstehen dieser Kampf könnte ohne Tote enden oder zumindest dachte ich das im nächsten Moment spürte ich wie eine Steinkante meine Haut zerriss du närrischer Idiot nicht nur hast du uns betrogen obwohl du ein wertvolles Mitglied hättest werden können sondern du lernst nicht einmal aus deinen eigenen Fehlern der einzige Weg dich noch zu erlösen ist der Tod die Welt um mich herum begann langsam zu verschwinden als ich wieder zu Boden fiel diesen kritischen Treffer würde ich nicht überleben können in meinen Gedanken sprach ich meine letzte Entschuldigung Fade Fanda es tut mir so leid ich wünschte ich hätte bleiben können bitte lass mein Opfer nicht umsonst gewesen sein ja und schließlich schwann ein letztes bisschen bewusst sein doch in der Sekunde in der ich dachte ich würde sterben ertönte eine Stimme in meinem Kopf es war Fade da war ich mir sicher Fanda Ewan vergebt mir ich wusste nicht dass ich habe keine Zeit mehr ich habe versagt ich habe euch enttäuscht lebt wohl als als Fades Worte hörte die meinen so sehr ähneten realisierte ich es auch Fade schien zu scheitern doch sollte sie es wirklich tun ich könnte Fanda nicht alleine lassen ich musste stark bleiben ich musste leben für meine Freunde egal ob sie noch unter uns weiten oder nicht ich spürte wie Licht mein Körper durchströmte die Macht der endlosen Nacht füllte jede Zelle die Kraft der Freundschaft heilte meine Wunden ich hörte Tyrants überraschte Geräusche als ich mich wieder erhob war alles anders zwar war ich immer noch deutlich kleiner als Tyrant doch größer als zuvor und nun nun fühlte ich mich als wäre ich wirklich stark mit meinem neuen Körper mit der Kraft eines Nacht Tara konnte ich weiter kämpfen ich müsste weiter kämpfen ich musste Tyrant besiegen und nun könnte ich es auch oder vielleicht auch nicht aber ich konnte auf jeden Fall mehr Zeit für Thunder schinden diese Schlacht würde bald enden egal wie Zeit für Runde 2 Kapitel 11 Die Krieger der Nacht Fandas Sicht ich tue dir einen gefallen und tue was du schon längst hättest selber tun sollen ich beende deine jämmerliche Existenz Spukbälle begann um das Schatten Pokémon zu kreisen die Atmosphäre strahlte Dunkelheit aus meine entscheidende Schlacht war gekommen meine Rolle in diesem Finale war nicht die Vernichtung des Dämons sondern meine langersehnte Rache entweder dies oder der Tod doch im Angesicht des Anführers der Sklaven war zweiteres keine Option Sekunden nach ihrer Beschwörung schoss Darkrai die Spukbälle auf mich los da ich viele seiner Tricks kannte war es nicht schwer vorherzusehen wie er angreifen würde und selbst zuzuschlagen aber wie bereits erwartet verschwand Darkrai im Nichts als ich versuchte ihn zu treffen ausweichen war seine größte Stärke doch ihr Grund war seine größte Schwäche Darkrays Panzerung war schlicht nicht vorhanden ein einziger guter Treffer würde ihn vernichten nur dazu musste ich ihn erst treffen die meisten meiner Angriffe funktionierten nur im Nahkampf und diejenigen mit höherer Reichweite waren Darkrai im Gedächtnis eingebrannt diese Schlacht wäre eine Prüfung der Ausdauer ich musste nur einen Fehler bestrafen doch zunächst musste er einen machen hinter meinem Rücken tauchte er auf als er versuchte mit Dunkelklaue zu treffen bevor er wieder verschwand du weißt dass du uns beiden ja einiges ersparen könntest du weißt selber dass du heute sterben wirst du hast keine Chance gegen mich doch die habe ich und du bist schuld daran du machtest mich zu dem der ich bin du hast mich trainiert während er eine Finsteraura feuerte antwortete er ich habe dich einst trainiert da ich dich brauchte du warst für mich nie mehr als ein werkzeug und jedes werkzeug bricht eines tages und heute wirst du brechen ich wich ihm weiterhin aus ich wusste ein treffer würde nicht nur ihm enorm schaden sondern auch mir vor allem würde die albtraumenergie beginnen zu wirken sie würde eine tickende zeitbombe aus mir machen in diesem kampf da sie mich weiter und weiter schädigen würde bis ich am ende war und so wich ich weiter aus wieso versuchst du es überhaupt siehst du denn die wahrheit nicht du wirst nicht wieder davon kommen dacra ich werde mich selber und meine freunde rächen dacra stöhnte du lernst es nie oder jeder dem du einst vertraut ist verriet dich ich deine eltern es die und mehr können es mangels freunde bei dir auch nicht sein und nun wachst du es mir zu sagen dass du für deine freunde kämpfst du wirst wieder gebrochen werden so wie es immer war dacra 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 versuchte meinen will zu brechen indem er alte wunden erneut aufriss doch ich wusste dass er mich nur manipulieren wollte meine jetzigen meine wahren freunde würden mich niemals verraten tüten verband oder verbanden sich selbst und dies war es was ich tat ich war lange ein mitglied des clans und spürte schon lange die nahende dunkelheit als ich ihre wahre kraft spüren konnte verließ ich den clan und verbündete mich mit der finsternis mit meinem heutigen kaiser als der schatten dämon diese welt erreichte war ich der erste der ihn empfing und preiste von der ersten sekunde an war ich ein teurer anhänger er gab mir macht ich half ihm doch auch ich konnte diesen jämmerlichen drachen nicht stoppen und sie doch zumindest konnte ich sie zusammen mit ihm verbannen seit diesem tag tue ich alles für die rückkehr meines gottes und nun ist er hier und er wird alles vernichten er wird eine verfluchte welt regieren in der die finsternis ein heim findet und nur die jenigen die der dämon erwählt werden in ihr leben und ich werde natürlich zu ihnen gehören dies fasste alles zusammen was ich noch nicht über dark rei gewusst hatte selbst meine albtraum energie war sein geschenk sie ist großartig wie du bereits fühlen solltest erneut lachte er was er sagte bedeutete nichts anderes als dass alle sklaven nur von ihm manipuliert wurden jeder war sein werkzeug und er war bloß ein diener ein diener der bestie die dark reisein kaiser nannte die zeit ist gekommen vanda es wird zeit sich zu verabschieden dies wird unser letztes treffen werden vielleicht werde ich manchmal über deine närrischkeit nachdenken auf dass wir uns nie wieder sehen nach diesen worten fühlte ich wie weitere zacken mich aufspießten und die welt wurde schwarz ich konnte nichts sehen außer dunkelheit doch ich spürte eine erdrückende aura die sich näherte es musste dark rai sein der mir endgültig ein ende setzen wollte in meinem schmerz und wut schloss ich mit meinem leben ab all mein leid war dark rai schuld von der ersten bis zur letzten sekunde er hatte die ganze welt verraten er machte mich zu dem feitling der ich bin er zerstörte nicht nur mein leben sondern auch das von fate er hatte bereits versucht sie zu töten als ich diese gedanken hatte hörte ich eine stimme sprechen sie gehörte nicht dark rai sie gehörte fate thunder even vergebt mich ich wusste nicht dass ich habe keine zeit mehr ich habe versagt ich habe euch enttäuscht lebt lebt wohl es konnte nicht sein auch fate scheiterte hatte die dunkelheit wirklich gewonnen und wichtiger wie ging es ihr war sie wirklich meine seele fühlte sich an als würde sie zerbersten ich wusste dass dark rai gerade dabei war meinem leben ein ende zu setzen als ich eine völlig neue stimme hörte es gibt noch hoffnung fühle deinen zorn fühle deinen schmerz spüre wie der zorn des drachen dein schmerz zu stärke macht du kannst immer noch gewinnen im nächsten moment spürte ich wie etwas in meinen adern pochte kraft erfüllte meinen ganzen körper gerade gerade als ich die Augen öffnete und zur seite rollte schlug dark rai mit voller wucht auf die stelle an der ich eben noch gelegen hatte er wickte überrascht noch am leben warum gibst du nicht einfach auf du hast keine chance gegen ruhe meine stimme heilte durch die ganze höhle schockiert beendete dark seinen hohn ich habe genug von deinem scheiß nun endet oh ja das wird es und nun sterb er bewegte wieder seine hand ich spürte wie eine unsichtbare kraft versuchte mich zu bewegen doch dieses mal blieb ich standhaft dark schien es nicht zu verstehen er bewegte seine hand wieder und wieder weißt du weshalb du immer gewonnen hast du hast nie fair gekämpft du hast andere verraten und für dich schuften lassen ohne betrug kannst du nicht gewinnen und ich habe genug davon du kannst nun nicht mehr unfair kämpfen dir bleibt nur ein fairer kampf wenn du überhaupt in der lage dazu bist dacra schwebte langsam rückwärts mit dem blick auf mich gerichtet wir können über alles reden oder nicht fanda du würdest doch deinen eigenen mentor nicht verletzen oder ich würde und ich werde es genießen ein letzter schlag zerfetzte dark reis komplette front erneut fiel er zu boden und seine neue färbung verließ ihn es kann nicht sein nur eine sache könnte die macht meines kaisers schlagen du kannst nicht den zorn des drachen beherrschen es geht einfach nicht da hast du dich anscheinend verschätzt nicht es ist zu ende dark rei deine ära endet das ist für alle sklaven für metro village für die polizei für meine freunde und für mich selbst dark rei sprach seine letzten worte bevor er hoffentlich auf immer verschwand mein lord ich habe versagt aber niemand kann dich aufhalten besiegle das schicksal dieser welt endlich verschwand er mein nemesis war weg die sklaven hatten ihren sogenannten anführer verloren der zorn des drachen was auch immer er genau war hörte auf zu wirken und ich erinnerte mich an fates botschaft sofort rannte ich zum kristallsaal bereit den dämonen zu bekämpfen fates sicht du hast unrecht ich bin kein dämon ich bin kein pokémon ich bin keine fehlgestalt ich bin ein virus schon bevor die materie vor mir ein vulnona formte welches schwarz wie die nacht war erkannte ich diese worte als das vulnona schließlich geformt war begann seine roten augen zu glühen grellrot so wie immer wie wie kannst du hier sein du bist der schatten dämon wir haben dich doch schon getötet du kannst nicht mehr am leben sein mein feind lachte bloß über mich du bist noch dümmer geworden seit wir uns zuletzt gesehen haben in wenigen sekunden reden hast du vier ganze falsch aussagen gemacht das selbst für dich über durchschnittlich erst einmal ihr habt mich absolut nicht besiegt der typ im hund hier hat euch den hintern gerettet zweitens sehe ich für dich tot aus ich kann nicht einmal sterben drittens selbst mit der hilfe von diesem seltsamen kerl hättet ihr keine chance gegen mich ich hätte euch alle ohne probleme töten können ich wollte dass ihr gewinnt und zwar weil ich nicht der dämon bin naja teils schon aber das verstehst du ohnehin nicht er wollte dass wir gewinnen damals auf van das heimkontinent wirkte er noch nicht so siegessicher warum würde er wollen dass wir gewinnen warum ich das wollen würde nenn mir einen grund warum ich dir das erklären sollte meine angst vor ihm wuchs weiter wie woher wusstest du ich hab das noch nicht einmal laut gesagt kannst du etwa meine gedanken lesen ich weiß alles dies muss dir bewusst sein ich weiß alles über jeden ich bin alles und ich weiß dass deine reise nun enden wird die attacken die er nun für sich nutzte waren keine normalen pokémon attacken er nutzte meist seine finstere energie um zu attackieren meist konnte ich glücklicherweise ausweichen doch leider schienen meine Angriffe wenn sie überhaupt trafen doch noch hatte ich hoffnung der kristall war noch zu sehen somit hatte es die seine wahre macht noch nicht entfaltet als wir kämpften sprach der dunkle kaiser mit dem ich mir vor kurzem noch bequem ein zimmer geteilt hatte weiter du wirst die wahrheit noch verstehen fade ich bin nicht der schatten dämon persönlich erzähl jemand anderem deine lügen ich niemand außer dem dämon könnte die macht des kristalls nutzen lass mich ausreden du kleine pest ich bin nur ein teil des dämons wenn man es genau betrachtet gibt es drei teile aus denen er besteht vor langer zeit war ich eins doch dieser räudige drache spaltete mich zwei drittel der macht meiner seele sperrte sie in den kristall ein ein drittel wurde verbannt doch auch meine hülle beinhaltete ein viertel meiner gesamten macht doch dark rei dieser dumme versager war zu idiotisch um mich wahrlich zu beschwören meine hülle und meine seele wurden getrennt seit damals durfte ich keinesfalls erkannt werden so nutzte ich die initialien des namens den ihr meiner wahren form gebt es war so simpel wir hatten es schon so lange verstehen müssen es dir was dachtest du denn wofür der name steht sehe ich aus wie eine speicherkarte doch nur meine vollständige form hat die erlaubnis sich schattendämon zu nennen ich bin alleine die seele der großteil meiner kraft ich bin der verfluchte virus also gab es wahrlich noch eine chance durch berkreis fehler fehlte es die dem verfluchten virus ein viertel seiner kraft ohne diese wäre und als wäre das nicht schlimm genug musstest du pestig noch ein mischen du warst schon immer eine last was habe ich dir jetzt getan ich habe nur ein einziges mal gegen dich gekämpft ich stand nur meinen Freunden bei und deshalb bist du so angepisst du ernest dich nicht das ist mir bewusst was du meinst doch nicht ich kenne deine Vergangenheit ich weiß alles zum ersten mal wich meine Angst zorn erzähl es mir ruhig bleiben bitte ich sehe keinen grund dir deine Vergangenheit zu verheimlichen weißt du ich kam bereits einen monat vor meinem treffen mit dark rile und fanda in diese welt ich musste dich damals schon bekämpfen und du hast mich in dieser welt willkommen geheißen naja das ist vielleicht falsch ausgedrückt du hast mich einfach ohne grund attackiert wie unhöflich also wusste ich einst über es dies war es ich bescheid ich bekämpfte ihn und als ich endlich gewonnen hatte und dich beseitigen wollte hat dieser lebende abfall den du deinen freund nennst mich unterbrochen dieser verräter ich verstand fanda hatte unrecht gehabt dac kre hat mich nie angegriffen auch wenn wir es glaubten du warst es glückwunsch du hast etwas verstanden warum sollte er das tun das ist mein job um um diese drohung zu untermalen griff er mich erneut an erneut konnte ich ausweichen ich fühlte dass ich diesen kampf gewinnen konnte zwar hatte ich ihn noch nicht erwischt doch er traf mich auch nicht vielleicht mit viel glück würden wenige treffer für meinen sieg genügen doch meine ausdauerschwand also versuch dich etwas neues lass es doch einfach du kannst mich nicht besiegen siehst du wir kämpfen schon seit 20 minuten du kannst mich nicht töten ich hatte es bereits erwartet doch er lachte bloß du könntest nicht weiter von einem sieger entfernt sein und danke dafür dass du mir die Zeit mitgeteilt hast die hatte ich schon ganz aus den Augen verloren Raum und Zeit sind nicht so mein Fall deswegen will ich sie auch auslöschen aber dann hab ich endlich genug Zeit geschindet der Kristall ist bereit ich verstand was er getan hatte er hatte absichtlich defensiv gekämpft so dass der Kristall seine Barriere verlieren würde somit würde es dies macht wachsen und es würde noch schwerer werden zu gewinnen ich stand entschlossen zwischen ihm und den Kristall ich lass dich hier nicht durch lass mich dir alles erzählen alles über dich bevor wir das hier beenden diese Aktion verwirrte mich immens doch er schritt einfach fort also wo fange ich an erinnerst du dich an den beginn dieses kleinen geplänkels als ich dir sagte dass wir bereits einmal in dein Bewusstsein sprachen was erzählte ich dir dort Erinnerung kam hoch ich bin du ich bin dein verstand ich bin dein inneres selbst du wirst mich nicht erkennen du wärst auf der stelle tot all dies war ich verstehst du es nun ehrlich gesagt verstand ich kein wort in Giratinas Namen wie bist du so dumm weißt 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 wohin meine hülle verschwand denn ich tue es zusammen mit mir wurde eine einzelne verlorene seele in eine andere dimension verbannt als ich von meiner hülle getrennt wurde nutzte dieses ekel die gelegenheit und stahl meine hülle um zu fliehen und zu leben diese verrottete seele steuert nun meine hülle und richtet damit nichts als schaden an ich hatte eine vermutung was er meinen könnte doch ich betete dafür dass es nicht wirklich so war hab doch keine angst du hast recht du bist ich du bist meine hülle du bist mein letztes bisschen kraft feld war nur ein name den ich dir gab da du das schicksal dieser welt in stein meißeln wirst weißt du warum ich wollte dass du herkommst nun eigentlich wollte ich dich töten und meine hülle zurück erhalten um diese welt zu zerstören doch als ich noch einmal drüber nachdachte was wäre besser ich oder zweimal ich und wenn du es genau wissen willst hattest du nie den hauch einer chance du bist tatsächlich sehr stark geworden hätte ich es versucht hätte ich ganze 7,3 sekunden benötigt um dich zu töten deshalb sagtest du mir damals in meinem verstand ich soll die finsternis verbreiten vergiss es ich werde dir nie beitreten oh wie falsch Schwächt deine Seele und stärkt deinen Körper. Bevor ich handeln konnte, hörte ich, wie der Kristall zersplitterte. Ein seltsames Gefühl überkam mich. Der Rest der Kraft des Kristalls war nie für mich angedacht. Ich wollte es dir lassen und deinen inneren Dämon erwecken. Bevor mein Körper sich völlig umformte, schaffte ich einen letzten klaren Gedanken. Fanda, Iven, vergebt mir. Ich wusste nicht, dass... Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe versagt. Ich habe euch enttäuscht. Lebt... lebt wohl. Fandas Sicht Als mein Nemesis endlich starb, wusste ich, ich musste mich so schnell wie möglich aufmachen, um den Hauptsaal zu erreichen. Der Dämon musste dort sein. Und irgendetwas war mit Fade geschehen. Wenn ich mich beeilte, könnte ich sie hoffentlich noch retten. Als ich im Kristallsaal ankam, erwartete mich etwas Unerwartetes. Fade stand einfach hier. Sie sah erschöpft aus und atmete laut. Ihr Fell sah merkwürdig aus. Es war irgendwie... Seltsam. Dunkel. Sie starrte nur an den Ort, an dem eigentlich ein Kristall hätte sein sollen. Entweder bemerkte sie meine Ankunft nicht, oder es interessierte sie nicht. Fade, liebstes, bei dir alles in Ordnung. Ich machte mir große Sorgen, als sie nicht antwortete. Doch eine Stimme hinter mir tat es. Eine Stimme, die ich jederzeit erkennen konnte, egal wie verzerrt. Sie kann sich nicht hören, Kumpel. Hinter mir stand ein schwarzes Fulnona mit rotglühenden Augen. Wie? Du Missgeburt! Wie kannst du hier sein? Ich habe gehofft, du würdest bereits in der Hölle brennen. Sorry, Kumpel, aber so leicht wird man mich nicht los. Immerhin bin ich der Richter dieser Welt. Ich hätte erst ahnen sollen, dass du der Dämon bist. Aber ich dachte, dass ein Dämon vermutlich noch sympathischer wäre als du. Du bist unhöflich. Wieso redest du denn so über deinen besten Freund? Wir waren nie Freunde. Was hast du mit Fade gemacht? Oh, keine Sorge, Kumpel. Ich würde nie deine bezaubernde Freundin verletzen. Ich weiß doch, wie sehr du sie magst. Ich habe ihr nur ihre Vergangenheit aufgezeigt. Ohne Warnung umgab mich Dunkelheit. Ich spürte, wie Schmerz meinen ganzen Körper durchzuckte. Im nächsten Moment krachte ich in die Decke, bevor ich auf dem Boden landete und unter Felsen begraben wurde. Sehr schön. Ich hatte gehofft, dass du überleben würdest. Aber da du an Darkrai vorbeikommen konntest, ging ich da einfach davon aus. Bevor dein Leben und mit ihm diese Welt verendet, willst du die Wahrheit erfahren. Und du weißt nicht einmal, was Wahrheit bedeutet. Auch wenn meine Kräfte wieder schwanden, würde ich nicht nachlassen. Darkrai sagte mir, dass der Zorn des Drachen die Kraft des Schattendämon besiegen könnte. Daher hoffte ich, dass es mich wieder retten würde. Oh doch, das tue ich. Und Fade ebenfalls. Was, wenn ich dir sage, dass wieder einmal dein Vertrauen zu deinem Verhängnis wurde? Endlich drehte sich Fade zu mir. Ihre Augen glühten gelb. Was, wenn ich dir sage, dass deine Freundin von vornherein nix anderes als mein rebellischer zweiter Teil war? Du, du lügst. Fade würde mir niemals so etwas verheimlichen. Keine Sorge, Kumpel, das würde sie nicht. Sie wusste es selber bis gerade eben nicht. Doch nun tut sie es. Und hey, sei doch einmal glücklich. Sie wird nicht nur die Zerstörung überleben. Sie wird diese Welt regieren. An meiner Seite natürlich. Ich wollte nicht mehr antworten. Ich hatte nicht mehr die Kraft. Und nicht den Willen. Schau doch nicht so traurig, Kumpel. Du konntest sowieso nicht gewinnen. Aber für deine bescheidenen Möglichkeiten hast du gut gekämpft. Weißt du was? Ich werde dich nicht töten. Ich war nicht überrascht. Ich wusste, dass wieder ein Trick dahinter steckte. Und natürlich behielt ich recht. Ich werde deiner Geliebten die Ehre lassen, es zu beenden. Ohne ein Wort zu sagen, begann Fade eine Energie zu sammeln. Hierbei leuchtete sie grell. Anders als die Zukunft dieser Welt. Das war es also, wie es enden sollte. Die Liebe meines Lebens würde mein Ende werden. Die Welt, die ich retten wollte, zerstört. Fast jeder, der mir etwas bedeutete, tot. Ein letztes Lächeln und der Strahl wurde geschossen. Wahres Finale Leuchtende Finsternis Fandas Sicht Ein letztes Lächeln und der Strahl wurde geschossen. Doch er traf nicht mich. Er sollte es nie. In dem Moment, in dem Fade die Energie losschoss, drehte sie sich um und traf den Dämon mit voller Wucht. Was zu... Warum tu... Was tust du, du nutzloses Wesen? Du musst mir gehorchen. Warum greifst du mich an? Der gelbe Schein in den Augen meiner Freundin schien noch heller zu werden. Niemals werde ich jemandem wie dir gehorchen. Es interessiert mich nicht, was du willst und nicht. Du solltest dich nicht wehren können. Deine innere Finsternis wurde befreit. Dein inneres Ich. Hast du je gehört, dass Pokémon sich ändern können? Du hast diese Kraft unterschätzt. Und die Kraft von Vertrauen und Liebe. Dinge, die du nie kennen wirst. Und deshalb konntest du es nicht wissen. Selbst die Finsternis selber kann zu Licht werden. Zeit für Runde 2. Aber dieses Mal werde ich gewinnen. Alles hat sich geändert. Selbst die Finsternis leuchtet nun hell, damit diese Welt weiterleben kann. Selbst die Finsternis leuchtet hell, nur um dich zu besiegen. Felssicht. Neue Kraft strömte durch meine Adern. Eine Macht, von der ich nichts wusste, half mir in meinem finalen Kampf. Die zweite Runde der Schlacht begann. Doch dieses Mal hatte ich eine realistische Chance. Wo diese geheimnisvolle Kraft herkam? Ich wusste es nicht genau. Nur diese Stimme, die zu mir gesprochen hatte. Es griff mich wieder an. Als ich hinter mich blickte, sah ich, dass Funder nicht im Zustand für einen Kampf war. Falls er überhaupt etwas hätte tun können, wenn er unverletzt gewesen wäre. Zum ersten Mal war ich es, die für meine Freunde kämpfte. Ich war nicht bloß eine nutzlose Last. Vielleicht war ein derart wichtiges Duell nicht der beste Zeitpunkt für eine erste solche Erfahrung. Doch es war mir vollkommen egal. Mir war bewusst, auch wenn ich nun eine Chance hatte, würde der Kampf wohl nicht leicht werden. Der Dämon wirkte unfassbar angepisst. Zum ersten Mal schien er mit voller Kraft zu kämpfen. Als ich ihn so sah, merkte ich, dass er wahrscheinlich bereits wieder gelogen hatte. Hätte er vorher versucht, mich zu töten, hätte er schwerlich mehr als fünf Sekunden benötigt. Ich fühlte mich mit meinen neuen Kräften wirklich seltsam. Meist fühlte es sich nicht so an, als würde ich selber kämpfen, sondern eher, als würde etwas anderes in mir die Kontrolle übernehmen. Jeder Treffer, den es die machen wollte, scheiterte kläglich, da ich mich irgendwie herumteleportierte. Ich konnte seine Attacken nicht einmal sehen, so schnell waren sie. Und doch wich ich ihn irgendwie aus. Nie wurde ich getroffen. Immer war ich auf einmal an einem anderen Ort in der Höhle. Auch andersherum waren Dinge nun anders. Ich schaffte es durchaus manchmal zu treffen. Ähnlich wie beim Ausweichen bemerkte ich nicht einmal, dass ich angriff. Was zur Hölle ist mit dir geschehen? Wie hast du halt diese Macht erhalten? Du hast sie mir gegeben, denke. Es ist deine Dunkelheit. Der Albtraum-Virus in mir, der zum Licht wurde. Red nicht so einen Schwachsinn. Das ist nicht meine Kraft. Egal ob Licht oder Dunkelheit, diese Macht stammt nicht von mir. Woher hast du sie? Ohne eine Idee oder den Willen zu antworten, griff ich erneut an. Es wirkte, als würde die dämonische Kraft langsam schwinden. Ich prüfte nebenbei auch, ob Thunder noch bei Bewusstsein war. Es stellte sich heraus, dass er es war und er wirkte wirklich aufgeregt. Und auch wirkte er stolz. Offensichtlich denkend, dass sein Training mich so stark gemacht hatte. Auch wenn ich durch ihn stärker wurde, diese Kraft, die mich nun leitete, hätte er mir nie lehren können. Sorry, Thunder. Als mehr Zeit verging, merkte ich, wie ich offensiver kämpfte. Ich teleportierte mich seltener und nutzte dafür stärkere Attacken. Die meisten von ihnen bestanden aus reinem Licht und schienen dem Kaiser der Dunkelheit stark zu schaden. Durch diese Angriffe realisierte es die irgendetwas. Diese Kraft! Nein! Woher hast du sie? Warum interessiert dich das? Du wirst ohnehin sterben. Das ist alles, was du wissen musst. Die Stimme! Was sagte sie dir? Erst war ich überrascht, was es die nutzen wollte, um mich anzugreifen. Jedoch verfehlte er erneut. Was sagte sie? Nenne mir nur einen Grund, weshalb ich dir das verraten sollte. Ich habe dir deine Wahl offenbart. Nun bist du an der Reihe. Ohne Anzeichen hörte ich erneut die Stimme. Doch offenbar konnte dieses Mal nicht nur ich sie hören, sondern auch der Dämon und Phanther. Der Schmerz wurde zur Kraft. Hass wurde zur Liebe. Und das Licht zur Dunkelheit. Dies ist die Macht der Veränderung. Dies ist das Erbe des Drachen. Phanther schien die Stimme zu erkennen. Du bist das wieder. Was ist diese Kraft? Erbe des Drachen. Zorn des Drachen. Esti wirkte weniger glücklich als Phanther. Nein! Stopp! Du kannst es nicht wieder sein! Der Zorn des Drachen wird mich nicht wieder niederstrecken! Wieder? Die Stimme antwortete sofort. Ich wusste, dass du bereit sein würdest. Der Zorn des Drachen bezwang dich einst. Dieses Mal bezwang er Darkrai, deinen treuen Diener. Und für dich habe ich etwas Neues vorbereitet. Ich musste die Welt verlassen. Doch ich hinterließ etwas. Ich hinterließ ein Erbe. Mein Erbe. Geschaffen, um dich endgültig auszurotten. Wir mögen uns lange nicht gesehen haben. Doch ich habe dich schon einmal besiegt, Dämon. Mit dem Bewusstsein, dass du eines Tages wiederkehren würdest, machte ich Vorbereitung. Im Bewusstsein, dass ich vermutlich nicht noch einmal selber hier wäre, um dich zu begrüßen, entschied ich mich. So wie ich es tat. Der dunkle Kristall. Das Erbe des Drachen. Lange überlegte ich, wer es erhalten sollte. Und doch war die Entscheidung so offensichtlich. Alles war bereitet, damit wir uns heute hier begegnen. Und es wird unser letztes Treffen. Fade. Es ist Zeit, es zu beenden. Ein für allemal. Egal, was es kosten mag. Es tut mir leid. Als die Stimme ihren Monolog beendete, schien es, als wäre es dies Zorn wahrlich entfesselt worden. Du kannst das nicht tun. Du hast meinen Namen schon einmal beschmutzt, Drache. Darkrai sollte sicher gehen, dass du nie wiederkehren würdest. Ich kann dich nicht unterschätzt haben. Du kannst nicht für alles vorbereitet sein. Selbst Fander, dieser Nutzlose. Weißt du was? Es interessiert mich nicht. Komm doch her, Latias. Deine Arbeit war vergebens. Ich werde nicht wieder scheitern. Ich werde nicht wieder gegen dich fallen. Der Zorn des Drachen ist eine längst vergessene Kraft. Es ist die Macht, die einst den Schattendämon niederstreckte. Ihr Name stammt von ihrer Entdeckerin Latias. Die Legende, die einst die Welt rettete, nur um anschließend zu verschwinden. Seit damals war sie eine Legende und eine Heldin. Als sie die Vorbereitungen für die Rückkehr des Dämonen traf, durchsuchte sie Raum und Zeit, um eine Seele würdig ihrer Kraft zu finden, so dass sie freigesetzt werden würde, sobald die Zeit gekommen war. Das Erbe des Drachen ist eine noch mächtigere Kraft als der Zorn des Drachen. Es ist der wichtigste Part der Vorbereitungen durch Latias. Wie Fett an diese Macht kam, Niemand weiß es. Es gibt nur ein Grund für die Existenz des Erbe. Latias wahre Kraft zu entfalten und den Dämon ein für allemal zu bezwingen. Und nun wartete das wahre Finale. Fett musste nun zeigen, dass Latias Vorbereitungen nicht umsonst gewesen waren. Nun, mit dem Wissen über meine unfassbare Macht, ging die Schlacht weiter. Auch wenn ich es nie gewusst hatte, hatte Latias mich irgendwie dazu erwählt, in ihrem Namen diese Welt zu retten. Und wenn ich alles richtig verstanden hatte, dann war auch Phan da auserwählt worden. Ihm wurde die Kraft des Zorns des Drachen gegeben, sodass er Darkrai niederstrecken konnte. So wie einst der Dämonen besiegt worden war. Und nun würde er erneut durch Latias Kraft besiegt werden. Ich kämpfte weiterhin offensiv wie zuvor. So schaffte ich es, die Virus-Essenz weiter zu beschaden. Doch er wollte nicht aufgeben. Sag mir, Fett, bist du wirklich blind für die Wahrheit? Siehst du nicht, dass du verlieren wirst? Jeder wird es! Nein, nur du wirst es! Du kannst nicht mit dem Erbe des Drachen mithalten. Du bist der Blinde hier. Nein, bin ich nicht! Ich kann dich nicht bezwingen. Und ich weiß das. Aber siehst du nicht, dass du dich auf die falsche Seite schlägst? Der Untergang dieses Weltenbaumes ist der einzige Weg, um das Leben zu schützen. Wenn du mich tötest, dann wirst du auch verlieren. Nur wenn du mir beitrittst, kannst du siegen. Mit seinem Monolog lenkt er sich selber ab. Geschwächt wie er war, sah ich, dass die Zeit gekommen war. Ich sammelte all die Kraft des Lichtes, die ich hatte, für einen finalen Schlag. Wenn du so denkst, dann beweise es! Licht blendete mich. Der gesamte Raum wurde von ihm erfüllt. Ich konnte nicht sehen, was geschah. Doch als das Licht noch leuchtete, sah ich eine deformierte Silhouette. Jede Sekunde veränderte sie sich, wie eine Art Flüssigkeit. Finsternis floss aus ihr heraus. Erneut, erneut versagte ich. Erneut wurde ich besiegt. Erneut wurde der Gerechtigkeit Unrecht getan. Der Virus wurde geschlagen von seiner eigenen Macht und Latias Kraft. Ich kann es nicht glauben. Doch zumindest werdet auch ihr den Schmerz fühlen, den ihr angerichtet habt. Auch für mich bleibt Befriedigung. Ich werde wiederkehren. Ich werde regieren, was ich verdiene. Ich werde endlich Gott und keiner wird mir im Weg stehen. Nie mehr. Ich schwöre es. Eines Tages wird der Weltenbaum brennen. Mein Reich wird geboren. Alles Leben wird gerettet. Eure Herrschaft des Bösen wird enden. Was ihr Dämonen nennt, wird der Engel, den die Welten brauchen werden. Sobald ich wiederkehre, sobald ich wiederkehre, die Zukunft auf einmal verschwand die Silhouette im Nichts. Der verfluchte Virus war besiegt worden und das Licht begann zu schwinden. Nur zwei Pokémon blieben. Ich und Phanther, der immer noch unter einigen Felsen begraben lag. Sofort half ich ihm freizukommen und wir teilten einen kurzen, aber leidenschaftlichen Kuss. Du, Fate, du hast es geschafft. Du hast den Dämon besiegt. Du hast es geschafft. Er war unfassbar glücklich, was mich etwas amüsierte. Es war selten genug, ihn glücklich zu sehen. Doch ich hoffte, dass sich dies nun ändern würde. Nun, wo die Sklaven und der Dämon besiegt waren, könnten wir ein glückliches Leben leben. Zusammen. Doch zwei Dinge, die es dir gesagt hatte, geisterten mir noch im Kopf herum. Durch die Decke der Höhle schien der Mond am nunsternklaren Himmel. Wenn du mich tötest, dann wirst auch du verlieren. Auch für mich bleibt Befriedigung. Irgendetwas sagte mir, dass es noch nicht ganz zu Ende war. Als ich diese Gedanken hatte, fiel mir eine Sache ein, die der Dämon gesagt hatte. Ich starrte auf den Mond, der durch das Loch in der Decke fiel. Wir... Wir sollten schlafen gehen. Fanda wirkte etwas verwirrt. Schlafen? Aber... Was ist mit Even? Seine Schlacht wird bereits geschlagen sein. Wenn er es geschafft hat, dann wird er fürs Erste auch alleine klarkommen. Wir beide brauchen Ruhe. Wie um meine Aussage zu untermalen, gehnte Fanda. Und du... Hast wohl recht. Das Ganze war für uns sehr anstrengend. Er legte sich an einem Felsen auf den Boden. Komm, leg dich zu mir. Ich tat, was er sagte. Schon bald bemerkte ich, dass er eingeschlafen war. Es war genau, worauf ich gewartet hatte. Es war besser so. Es würde zu sehr schmerzen. Vorsichtig stand ich auf, darauf bedacht Fanda nicht aufzuwecken. Der Mond strahlte nun mitten in die Höhle und bildete ein Lichtstrahl, der in die Mitte des Raumes fiel. Langsam stellte ich mich in das Licht und sah in den Himmel. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Das war es, wovon der Dämon geredet hatte. Und auch Latias. Sie hatte sich bei mir entschuldigt. Auch sie wusste, was mein Sieg bedeuten würde. Auch wenn es mir mein Herz brach, ich musste Abschied nehmen. Wenn Fanda zumindest nicht mit ansehen müsste, wie ich ging, dann würde es leichter für uns werden. Und ich betete zu den Sternen. Auch wenn ich aus dieser Welt verschwunden bin, o Sterne am Himmel, wacht an meiner Stelle über ihn. Ich bitte euch. Gerade jetzt, wo das Glück zum Greifen nahe schien. Gerade jetzt, wovon er endlich die Chance hatte, glücklich zu sein. Die Zeit war gekommen. Ich spürte, wie mein Körper langsam begann, sich aufzulösen. Doch auf einmal hörte ich ein Geräusch aus der Richtung des Felsens. Hm, Fade. Fanda öffnete verschlafen die Augen. Nicht jetzt. Bitte, nicht jetzt. Als er mich in der Mitte des Raumes stehen sah, war er auf einmal hellwach. Fade, was ist los? Was ist mit dir? Fanda, bitte, leg dich wieder schlafen. Er wollte nicht auf mich hören. Nicht, wenn du mir nicht sagst, was los ist. Du kannst mir alles erzählen, das weißt du. Fanda, bitte, ich, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Tränen füllt meine Augen. Ich will nicht gehen, Fanda. Ich, ich will bleiben bei dir. Für, für immer. Aber, aber du musst doch nicht gehen. Ich bleibe bei dir. Versprochen. Nein, du, du verstehst es nicht. Ich, ich kann nicht bleiben. Es geht nicht. Ich will dich nicht verlassen. Fanda. Ich sei genau, dass er die Situation auch nicht verarbeiten konnte. Doch auch, weil er sie nicht verstand. Wieso musst du gehen? Du kannst jetzt nicht gehen. nicht jetzt, wenn wir endlich Frieden haben. Wenn wir beide ein glückliches Leben fühlen könnten. Bleib bei mir. Fanda, Latias wusste es. Es die auch. Ich, bin nur eine verlorene Seele in der Hülle des Dämons. Nun, wo der Dämon fort ist, muss auch der Rest von ihm gehen. Alles, was vom Dämon bleibt, muss gehen. um, um den Frieden zu garantieren. Ich habe gehofft, du würdest nicht aufwachen. Ich habe gehofft, es würde leichter für uns beide werden, wenn, ich will nicht gehen. Ich will es nicht. Fanda. Er rannte sofort zu mir und umarmte mich. Ich spürte, wie seine Tränen meinen Fell nesten. Es ist so ungerecht. Warum jetzt? Du hast nichts falsch gemacht. Wieso, wieso solltest du den Weltfrieden stören? Du bist der Grund, warum er wiederhergestellt ist. Und, und die Wiederherstellung des Weltfriedens war der Grund für mich. Das Schicksal will nicht, dass wir glücklich werden. Fanda, egal was passiert, auch wenn ich, auch wenn ich weg bin, ich werde dich immer lieben. Für immer. Ich verspreche es dir. Ich werde dich nie vergessen. Ich merkte, wie die Welt sich um mich herum auflöste. Ich, ich werde dich auch nie vergessen. Ich, ich liebe dich mehr als alles andere. Wie soll ich denn weitermachen, wenn du weg bist? Wie soll ich ohne dich weiterleben? Fanda, werde glücklich für mich. Eines Tages, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Lebe wohl. Und schließlich verschwand alles um mich herum. Fandas Sicht. Das Leben ist nie gerecht. Es kann nur nehmen, nicht geben. Die Reise war endlich zu Ende. Das Ziel erreicht. Und doch. Das Leben nimmt alles von mir. Wie immer. Der Lohn für die Rettung der Welt war der Verlust des einzigen Pokémon, das mir je wahrlich etwas bedeutet hatte. Das einzige Pokémon, das ich je liebte. Warum? Kraftlos verließ ich den Kristallsaal. Ich hatte keine Energie, keine Motivation. Ich konnte mich kaum kontrollieren. Ich wollte schreien, weinen. Ich wollte, dass der Schmerz endete. Doch ich musste sicher gehen, dass die Leute sich erinnern würden an Fate. Ihr Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Doch eine Sache hatte ich bereits völlig verdrängt. als ich die Höhle verließ, stand dort Tyrant. Er atmete schwer und kniete auf dem Boden. Er sprach jedoch eher mit sich selber als mit mir. Endlich ist er fort. Ich habe gewonnen. Ich fiel regungslos zu Boden. Er war in einem schlechten Zustand. Als er fiel, gab er die Sicht auf einen Nachtara frei, das regungslos am Boden lag. Um es herum war eine Lache aus Blut. Es bewegte sich nicht und atmete nicht. Es war eindeutig tot. Ich brauchte einen Moment, um zu realisieren. Even, bist das wirklich du? Ich erwartete keine Antwort. Ich stand bloß stumm da. Wenige Minuten später ging ich, wissend, dass ich jemanden verloren hatte, dem ich vertrauen konnte. wieder, wieder und immer wieder. Der Rest meiner Heimreise war geprägt von Trauer und Verzweiflung. Ich spürte nichts als Schmerzen. Ich brauchte drei Tage und die Hilfe eines Lapras für die Reise nach Metro Village. Und alles, worüber ich nachdachte, waren die Verluste. Warum kehrte ich überhaupt zurück? Ich musste den Pokémon berichten, was vorgefallen war. So, dass man sich an die Gefallenen erinnerte und ich würde endlich meine verdiente Strafe erhalten. Ich würde mich G stellen. Als ich im Dorf ankam, bemerkte ich, dass ich nicht viel erzählen musste. Die Pokémon wussten bereits Bescheid über das, was geschehen war. Von dem, was ich mitbekam, hatte ein ummanteltes Pokémon ihnen alles erzählt, was vorgefallen war. Somit konnte ich diesen Schritt überspringen und ging sofort zu G. Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, an die Tür seines Büros zu klopfen. Ich wollte es nur noch hinter mich bringen. Ich würde die nächsten paar Jahre im Knast verbringen und dann... Keine Ahnung. Nicht, dass es mich noch interessiert hätte. Wie immer war G. gerade am Telefon. Ja, das ist mein letztes Wort. Du verdienst eine Pause. Du hast den Rest des Monats frei. Er drehte sich um und erblickte mich. Sorry, ich muss auflegen. Genieß deine Ferien. Ohne zu zögern legte er auf. Fanda, du bist zurück? Ich hätte dich hier nicht erwartet. Ich sagte kein Wort. Ich wir alle haben gehört, was passiert ist. es tut mir so leid. Immer noch sagte ich kein Wort. Weshalb bist du hergekommen? Um zu bekommen, was ich verdiene. Es ist alles meine Schuld. Ich stelle mich dir. Er sah mich für einen Moment an. Es gibt keinen Grund. hast Fehler in deiner Vergangenheit gemacht. Nachdem du deinen Teil zur Rettung der Welt beigetragen und Dark ausgeschaltet hast, habe ich entschieden dich gehen zu lassen. Du verdienst deine Freiheit. Ich war überrascht, aber ließ es mir nicht anmerken. Ich verließ bloß kalt den Raum. Ich verstehe. Danke, schätze ich. Zwei Wochen später. Ich war zurück auf der Lichtung, an der alles begann. Ich starrte hinaus, auf die See, das Cliff vor meinen Pfoten. Leben ist die Hölle. Das Leben ist eine Folter. Es war mir egal, wie lange der Sieg über den Dämon her war. Es hätten Tage sein können, doch es fühlte sich an wie Jahre. Alles, was ich noch tat, war es zu leiden. Ich hatte nie damit gerechnet, dass G mich gehen ließe. Ich wusste nicht, was ich noch mit dem Leben anfangen sollte. Gab es jemanden, mit dem ich meine Zeit verbringen könnte? G war vermutlich immer noch enttäuscht von mir. Meine Schwester war weit weg in einer Stadt, die ich einst Heimat nannte. Aber sorgte sie sich überhaupt oder hatte sie nur so getan, damit ich sie im Kampf verschonte? Ich wusste es nicht. Ich wusste nichts. Ich war so einsam, bevor ich Estir und Fett begegnet war. Doch nun fühlte ich mich noch einsamer. Warum machte ich noch weiter? Warum wurde ich nicht bestraft? Womit verdiente ich es überhaupt zu leben? Trotz allem wäre all dies nie geschehen. Wäre ich damals in der dunklen Gasse einfach gestorben, so wie es hätte sein sollen. Hunderte Leben wären verschont geblieben, die Sklaven hätten nie existiert, der Dämon wäre nie wieder gekehrt. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn ich nur nie geboren worden wäre. Meine Eltern hatten Recht gehabt, all die Zeit hatten sie Recht. Ich bin nutzlos und ich verdiene mein Leben nicht. Die einzigen, die sich je um mich gesorgt hatten, waren tot. Meinetwegen. Und dies war der Moment, in dem ich mich entschied. Ich würde meine Strafe erhalten. Ich würde mein Versprechen gegenüber Feld halten. Damals am Hügel. Am Tag vor der Schlacht gegen den Dämon. Wir bleiben immer zusammen. Versprochen, es war nicht ihre Schuld, dass sie gehen musste. Es war meine Schuld, dass ich dieses Versprechen gebrochen hatte. Wir würden wieder vereint sein. Wir würden wahrlich wieder vereint sein. Für immer. Dies waren meine letzten Gedanken. Nur ein Schritt nach vorne. Und als der Ozean sich schnell näherte, wusste ich, dass es dies war. Dies war wahrlich mein Ende. Bevor ihr abschaltet, Leute, bevor ihr jetzt abschaltet, es kommen gleich noch kurze Credits, aber zuerst das wichtigste. Denn es wird noch ein Epilog geben und ihr als Zuschauer habt die Wahl. Ihr könnt entscheiden, wie dieser Epilog verlaufen wird. Und zwar entscheidet euch in den Kommentaren, soll Fanda leben und vielleicht weiterhin leiden? Soll er diesen Selbstmordversuch am Ende des Kapitels überleben? Dann stimmt für den ersten Epilog. Oder soll seine Qual endlich enden und er soll wieder mit Fade vereint sein? Epilog 2 Ich kann euch bereits sagen, zumindest in meinen Augen gibt es keinen Epilog, der eindeutig der bessere oder schlechtere von den beiden ist. Beide haben große Vorteile aber auch ein paar Nachteile für die Charaktere. Ich werde als nächstes, weshalb ich nicht versprechen kann, dass das Video bereits am Samstag kommt, ein Video mit drei verschiedenen alternativen Epilogen hochladen. Und zwar die beiden, zwischen denen ihr abstimmen könnt und der Epilog den Never Alone in der englischen Version. ursprünglich hatte und der auch Kanon für die Walrus Edition ist. Was er sein muss, da ohne ihn die Ereignisse von Never Alone 2 und der Walrus Edition nie passiert werden. Aber der Epilog, für den ihr als Community stimmt, wird der sein, der sozusagen offiziell für dieses Hörspiel gelten wird. Im Kanon wird es den eigenen Epilog geben, doch ihr bestimmt den Community Epilog dieser Geschichte. Alle drei Epiloge bauen auf dem selben Anfang auf und werden danach aufgeteilt und alle in der nächsten Folge vorgestellt. Danke fürs Zuhören bei Never Alone und wenn ihr die Crates noch guckt, ehrenhaft, ansonsten stimmt für einen Epilog ab und wir sehen uns hoffentlich wieder. ein oder ein oder wie oder das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Community Epilog Eine neue Zukunft Fandas Sicht Ich war verwirrt darüber, wo ich war Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, war mein Sturz Im nächsten Moment war ich hier Wo... wo bin ich? Du, mein Junge, bist an einem Ort jenseits der Welten Hier gibt es weder Raum noch Zeit Es ist der Ort, den ein Pokémon bei seinem Tod erreicht Also, war ich erfolgreich, dachte ich Irgendwie ist es ironisch Einmal in meinem Leben habe ich Erfolg Das Einzige, was ich schaffte, war es, mein Leben zu beenden Was mich angeht, mein Name ist Arzeus Ich bin der Erschaffer und der Wächter über das Tor des Jenseits Ich will ehrlich sein Ich hatte nie an Arzeus geglaubt Nach allem, was in meinem Leben geschehen war Konnte es unmöglich einen Gott geben So dachte ich Wenn du wirklich ein Gott und Wächter bist Wieso hast du nichts getan? Wenn du der Erschaffer bist Wieso geschehen dann solche Dinge? Lüg mich nicht an Wenn es ein Gott gäbe Wäre mein Leben ganz anders verlaufen Manche würden wohl denken, ich wäre verrückt Ein einziges Mal hatte ich die Chance, mit Gott selbst zu reden Und ich beschimpfte ihn Doch er wirkte nicht zornig Es tut mir leid, was geschehen ist, mein Junge Doch leider bin ich nicht mehr als der Wächter des Jenseits Ich kann nicht tun, was ich möchte Und außerdem Stelle dir eine Welt ohne Schmerz und ohne Böses vor Wie könnten wir das Glück schätzen, wenn es nichts anderes gäbe? Doch ich versichere dir Manche haben mehr Glück, manche weniger Doch niemand hat nur Pech Niemand wird nur verletzt Das stimmt Ich hatte das Glück, jemand ganz Besonderen zu treffen Und trotzdem hast du Unrecht Das Leben wollte mir nur Hoffnung geben Um mir am Ende wieder alles zu nehmen Das Leben half mir nur, um mich erneut zu verletzen Esti hatte recht Ich habe einen Fehler gemacht, als ich vertraute Doch nicht anderen Pokémon, sondern dem Schicksal Ich kann nur wiederholen, wie leid es mir tut Doch auch du hast Fehler gemacht Weißt du, weshalb jeder an diesen Ort gelangt? Woher sollte ich? Das war tatsächlich mein erstes Mal Trotz meiner Genervtheit und meiner Wut blieb Arceus weiterhin ruhig Nach dem Tod wird über jedes Pokémon gerichtet Alles, was sie taten Alles, was sie taten Wie geglaubt hatte Das Gericht am Ende des Lebens Ich wusste bereits, was geschehen musste Ich wollte die Welt für immer verlassen Doch nun würde ich sie für immer beobachten müssen Arceus spürte diese Angst sofort Fürchte dich nicht, mein Junge Ich sehe keinen Grund, dich zu bestrafen Ich war überrascht Wirklich Trotz allem, was ich getan habe Du hast dies bereits einmal gehört Jedes Pokémon macht Fehler Was wirklich wichtig ist Ist, dass wir lernen, sie zu bereuen Natürlich erinnerte ich mich an diese Aussage Es war, was Fate mir gesagt hatte Nachdem sie die Wahrheit über mich herausgefunden hatte Du wurdest vom Leben verletzt Und du hast Fehler gemacht Doch wie dieses weise Mädchen dir einst sagte Es geht nicht immer um die Fehler, die man macht Und du hast mehr erreicht, als du dir selber zugestehst Ohne dich wäre die Welt nun zerstört Ich werde dich nicht bestrafen Im Gegenteil Du bist nicht der Erste, den ich hier so treffe Hier durch derartige Gründe Und diejenigen, die sich von Verzweiflung haben steuern lassen Ich kann ihnen eine zweite Chance geben Wenn ich sehe, dass sie gute Pokémon sind Dann lasse ich ihnen eine Wahl Auch du wirst diese Wahl treffen können Tritt durch dieses Tor Und lasse die Sterblichkeit ein für allemal hinter dir Tritt ein in die Ewigkeit Oder kehre zurück ins Leben Wieso? Wieso sollte ich nun zurückkehren? Wenn ich mein Leben wollen würde, dann wäre ich jetzt nicht hier Lass mich dir etwas erzählen, mein Junge Du warst blind in deinem Zorn In deiner Trauer In deinem Schmerz Denke noch einmal über dein Leben nach Gibt es wirklich niemanden, der sich sorgt? Vor meinen Augen begann ich Bilder zu sehen Bilder meines Lebens Ich sah mich und Inferno Als wäre endlich Frieden schlossen Ich sah G an dem Tag, als ich zurückkehrte Er saß nur dort Lächelte und erklärte mir, dass ich frei sei Ich sah selbst Leute, die ich nur selten gesehen hatte Metro Village's Ladenbesitzer Meine Nachbarn Ich hatte mit keinem von ihnen je viel gesprochen Doch war ich nicht irgendwo auch Teil ihres Lebens Und denke auch an diejenigen, die du verloren hast Was denkst du? Würden sie wollen, dass du stirbst? Ich drehte mich um, um etwas Elementares zu sehen Hinter mir standen zwei transparente Figuren Sie sahen aus wie Geister Und schienen mich beide nicht zu bemerken Sie sprachen miteinander, wobei beide todtraurig wirkten Sie waren ein Wulpix und ein Nachtara Das Wulpix sah schrecklich aus Als könnte es nicht fassen, was ihm zugestoßen war Das Nachtara sah körperlich schwerer verletzt aus als innerlich Sein Körper war voller Kratzer und Verletzungen Was? Was? Wenn es zu spät ist? Das Wulpix war Fade Wir können nicht mehr tun, als zu hoffen Vielleicht Nur vielleicht gibt es doch noch Hoffnung Even Ich ging an die Stelle, an der die beiden standen Als ich ihnen sehr nahe kam Konnte ich schwören, dass Even mich sah Er drehte sich um Sah mir in den Augen Er drehte sich um Sah mir in die Augen Und schüttelte den Kopf Nein, nein Das muss ich mir eingebildet haben Es gab immer noch Pokémon, die sich um mich sorgten Auch Fade und Even Auch wenn sie fort waren Sie wollten, dass es mir gut ginge Doch wenn ich mein Leben nun hinter mir lassen würde Mein Leid würde endlich enden Vom Leben kam nie etwas Gutes Und wenn ich nun das Tor durchschreiten würde Wäre ich wieder mit ihnen vereint Wir wären wieder vereint Ich würde mein Versprechen an Fade halten Selbst der Tod würde uns nicht trennen Bitte triff deine Entscheidung, mein Junge Es war Zeit für eine letzte finale Entscheidung Ein letzter Gedanke Und es war entschieden Seltsame Geräusche drangen mir in die Ohren Sie waren das erste, was ich bemerkte Als mein Bewusstsein langsam zurückkehrte Die Schmerzen kehrten alle zurück Doch dieses Mal eher in physischer als in psychischer Form Ein letztes Mal hörte ich Arceus Stimme So soll es sein Ob diese Entscheidung die richtige war Wirst du nur selbst dir beantworten können Doch manchmal lohnt es sich Auf das Schicksal zu vertrauen Und du wirst Überraschungen erleben Es zehrte bereits sehr an meinen Kräften Meine Augen zu öffnen Ich lag in einer Art Krankenhausbett Eine merkwürdige Maschine stand neben mir Die eindeutig die Quelle des Piepens war Niemand sonst war hier Ohne etwas anderes tun zu können Blieb ich liegen Schon bald hörte ich Wie sich eine Tür öffnete Eine Stimme ertönte Die ich bereits einmal gehört hatte Damals Als wir nach Gavins Angriff hier waren Damit Feld versorgt werden konnte Sie gehörte der Krankenschwester Sharnera Als sie den Ausschlag der Maschine betrachtete Wirkte sie überrascht Wie? Ist es möglich? Sie setzte sich an die Bettkante Und versuchte mit mir zu sprechen Bist du wirklich wach Fanda? Ich versuchte zu antworten Doch es kam nur ein trockenes Husten Aus meiner Kehle Diese Antwort reichte jedoch vollkommen Unfassbar Ich dachte wir hätten dich verloren Es sei ein Wunder Also du hast es vielleicht bemerkt Aber du bist gerade im Metro Village Krankenhaus Du bist seit drei Wochen hier gewesen Ich weiß zwar nicht was passiert ist aber Du solltest dich ausruhen In ein paar Tagen wird es dir besser gehen Die nächsten Tage waren ziemlich langweilig Ich tat nichts außer herumzulegen Ich sah niemanden außer Sharnera Aber es ging mir besser Ich war schwer verletzt Hatte aber schnell die nötige Energie zum Sprechen eingesammelt Mental war ich wieder voll im Leben Sechs oder sieben Tage später Stellte Sharnera mir eine Frage Ich sehe dass es dir bereits deutlich besser geht Glaubst du dass du ein paar Besucher empfangen kannst? Es gibt ein paar Leute die dich sehen wollen Vor allem natürlich dein Retter Ich wurde gerettet Ja er hat dich hierher gebracht Wenn das nicht geschehen wäre Wärst du längst tot gewesen Bevor wir dir hätten helfen können Und auch ein paar andere Freunde wollen dich besuchen Andere Freunde Ein seltsamer Gedanke für mich Aber noch wichtiger war Wer hatte mir mein Leben gerettet? Es gab nur eine Möglichkeit Diese Frage zu beantworten Ja ich denke ich fühle mich dazu in der Lage Das ist doch gut Ich werde dem Retter Bescheid geben Sodass er morgen hier zu Besuch kommen wird Der nächste Tag kam schnell Ich war wirklich gespannt zu sehen Wer mich gerettet hatte Eine Idee hatte ich nicht Wenn ich hätte raten müssen Hätte ich am ersten auf G getippt Vermutlich hatte er mich am Strand gefunden Oder etwas ähnliches Aber wer es wirklich war Hätte ich nie erwartet Und ich verstand nun Was Arzois mit Überraschungen meinte Gegen 11 Uhr vormittags Öffnete sich vorsichtig die Tür Fanda darf ich reinkommen? Die Stimme war tiefer als ich sie gewohnt war Aber trotzdem erkannte ich sie sofort Eben? Bist das wirklich du? Das prächtige Nachtara schritt in den Raum Natürlich Wer sollte ich sonst sein? Du hast mir wirklich einen Schrecken eingejagt Ich dachte schon du wärst tot Ja Was soll ich dir denn sagen? Dasselbe dachte ich über dich Ich habe deinen toten Körper gesehen Mit meinen eigenen Augen Nein Du hast gesehen was Tyrant sehen sollte Fanda ich habe alles gegeben Aber Ich bin nicht lebensmüde Ich habe nach meiner Entwicklung weiter angekämpft Bis auf einmal die Finsternis am Himmel verschwand Ich wusste Ich hatte euch genug Zeit verschafft Und deshalb nutze ich einen Delegator Damit ich fliehen konnte Tyrant hatte mir einige Andenken verpasst Weshalb ich relativ bald zusammenbrach Ein Pokémon aus einem nahen Dorf fand mich und half mir Als ich wieder gesund war reiste ich wieder nach Metro Village Und kaum traf ich am Strand ein Sah ich dich dort liegen Ivan War nie tot gewesen Mein Freund war am Leben Und ich war es auch Eine sehr lange Zeit später Und so war es damals Ich konnte mich selber entscheiden Ob ich ins Leben zurückkehren würde oder nicht Ivan und ich saßen gemeinsam am großen Hügel im Dorf Im Verlauf der Jahre waren wir beide ins kleine und idyllische Dorf Silberdorf gezogen Zum ersten Mal erzählte ich ihm nun Wie ich damals wirklich überlebt hatte Arzoy selbst gab dir also eine neue Chance Glaubst du, dass du damals die richtige Entscheidung getroffen hast? Ich blickte hinauf in den Sternenhimmel Ein Stern leuchtete besonders hell Ich war mir immer sicher gewesen Dieser Stern war Fade Ich hatte sie nie vergessen können Und häufig plagten mich meine Erinnerungen Regelmäßig hatte ich mentale Zusammenbrüche Was damals geschehen war Konnte nicht mehr heilen Meine Psyche war für immer geschädigt Aber Es war okay Ich hatte Pokémon, die mir zur Seite standen Ich konnte ein neues Leben beginnen Umkrempeln Was damals falsch gelaufen war Ich hörte kleine Pfoten, die den Hügel hinter uns hochtappten Ein kleines Evoli Das ich mehr als genug kannte Kannst du mir noch eine Geschichte zum Einschlafen erzählen? Die von dem Dämon? Ihr könnt euch vielleicht denken Dass dieses Evoli Ivans Tochter war Und es wäre falsch Ivan hatte zwar eine Freundin gefunden War jedoch nicht verheiratet und hatte keine Kinder In Silberdorf hatte auch ich es geschafft, wieder zu lieben Auch meine Lebenspartnerin folgte unserer kleinen Tochter Sie will die Geschichte schon wieder hören Tust du dir den Gefallen, Schatz? Unsere kleine Tochter sah mich mit großen Hundeaugen an Bereits mehr als 20 Mal hatte ich ihr von meinen Abenteuern erzählt Doch sie bekam nie genug davon Gib mir noch ein paar Minuten, ja Ich bin gleich bei dir, Prim Prim, kurz für Primrose War der Name meiner Tochter Freude küpfte sie den Hügel hinab Zu unserem Haus Ich kam noch einmal auf Evins Frage zu sprechen Ich denke nicht, dass es damals die falsche Entscheidung gewesen wäre Das Leben hinter mir zu lassen Doch auch nicht die richtige Ich habe das Leben gewählt und Glück gefunden Ich spürte, wie sich jemand an meiner Seite schmiegte Amy, meine Geliebte Wir hatten uns bei meiner ersten Reise nach Silberdorf kennengelernt Traten in Kontakt Bald darauf zog ich hierher Und irgendwann heirateten wir Ich bin auf jeden Fall froh, dass du dich so entschieden hast Wir sind alle für dich da, das weißt du Nie war sie eifersüchtig oder wütend geworden, wenn ich von Fate redete Sie verstand mich wirklich Sie stand mir immer zur Seite Mit meinen Fehlern und meinen guten Seiten Ich war wirklich glücklich, dass ich sie kennenlernen durfte Mein Leben hatte sich gut entwickelt Seit meiner Rückkehr fühlte ich Dass meine Tage der ewigen Trauer gezählt waren Und ich bin froh, dich gefunden zu haben Ich stand auf Ich sollte mich aufmachen Ich will Prim nicht warten lassen Wir sehen uns morgen, Even Ich ging den Hügel hinunter Zu einer kleinen Hütte Sie war nicht groß, aber gemütlich Und sie bot genug Platz für unsere kleine Familie Meine Tochter wartete schon in ihrem Kinderzimmer auf mich Sie war noch sehr jung Vor rund zwei Jahren war sie geschlüpft Es war ein wunderschöner Tag Und seitdem war sie jeden Tag aufs Neue ein Sonnenschein in meinem Leben Ein Leben, in dem die Sonne nun nichts Ungewohntes mehr war Ich wusste nun, wie sich Glück wirklich anfühlte Fade hatte mir vieles beigebracht Sie zeigte mir, was Liebe ist Sie zeigte mir, was ich erreichen könnte Ich würde sie immer im Herzen bei mir tragen Nun, dann lass uns anfangen, Kleine Also, es begann alles an einem sonnigen Tag Vor mehr als zehn Jahren Ende Alternativer Epilog Vereint in der Unendlichkeit Das Licht erfüllte alles um mich herum Ich hatte meine Entscheidung getroffen Es hatte keinen Zweck noch zu leben Das Leben hatte mir nie etwas gebracht Nur Schmerz Nun, in der Ewigkeit des Jenseits Könnte ich für immer mit meiner Liebsten zusammen sein Ein letztes Mal hörte ich Arzals Stimme So soll es sein Ob diese Entscheidung die richtige war Wirst nur du selber dir beantworten können Du wirst nie vergessen werden, tapferer Krieger So scheide dahin in Frieden Und verbringe die Ewigkeit mit der, die dir am meisten bedeutet Langsam begannen Sterne um mich herum zu scheinen Die gesamte Umgebung schien von ihnen erfüllt In einem Raum aus einem beruhigenden Blau füllten sie alles Langsam begannen sich Strukturen gemacht aus dieser Masse der Ewigkeit zu bilden Und eine Welt jenseits alles Lebenden erschuf sich vor meinen Augen Als all die Gebilde und Gegenstände sich langsam gebildet hatten Begann ich auch andere Pokémon zu sehen Anders als die gesamte Welt sahen sie sehr real aus Zunächst schien mich niemand wirklich zu bemerken Die Umgebung an dieser Stelle sah aus wie eine kleine Stadt In der jeder dem nachging, was er tun wollte Und langsam spürte ich, wie auch ich mich materialisierte Ich war angekommen An dem Ort, an dem man das Leben hinter sich lässt Eine Stimme, ähnlich wie die von Arceus ertönte Ein weiterer Stern erhält nun den Himmel der Nacht Eine weitere tapfere Seele weiht nun unter uns Auf dass du nie wieder Schmerz spüren musst Und schließlich schienen mich auch andere Pokémon zu bemerken Von denjenigen, die sich in der Stadt befanden, grüßten mich viele Niemand von ihnen kam mir bekannt vor Doch sie alle schienen etwas zu wissen, das ich nicht wusste Auf meine Nachfrage antwortete mir einen Divir Xeners hat deine Ankunft ausgerufen Und am Sternenhimmel der Welt der Lebenden Scheint nun ein Sternengedenken an dich Daher wissen wir alle, dass du Besonderes geleistet hast Nicht viel wird so eine Ehre zuteil Auch wenn es in letzter Zeit außergewöhnlich viele waren Ist irgendwas auf der Welt geschehen? Ja Der Schattendämon ist zurückgekehrt Und eine Organisation, die ihn beschwören wollte, hat viel Unheil angerichtet Aber der Dämon wurde wieder vernichtet Mir war bereits klar gewesen, dass viele der Pokémon hier mit dem Begriff Schattendämon etwas anfangen könnten Viele derjenigen, die hier waren Kamen vermutlich durch das erste Auftauchen des Dämonen erst ums Leben Der Dämon? Und er wurde besiegt? Das ist unglaublich, wie denn? Latias war doch verschwunden Niemand sonst könnte den Dämon besiegen Sie ist zurückgekehrt Irgendwie zumindest Sie hatte einem anderen Pokémon ihre Macht durch Raum und Zeit überlassen Und sie konnte den Dämon dann besiegen Ich stand im Kampf an ihrer Seite Und ich habe Darkrai, den Anführer der Organisation und den obersten Diener des Dämonen besiegt Eine Weile lang erzählte ich den Pokémon, was geschehen war Als ich am Ende meiner Erzählung war, gab mir das Endivio noch einen Tipp Vor kurzem ist hier im Ort ein Pokémon erschienen Sie sitzt Tag und Nacht nur auf dem Hügel dort hinten und startet in die Sterne Sie wirkt sehr weise, auch wenn sie eher jung ist Die meisten haben schon einmal mit ihr geredet Und sie konnte jedem etwas Bedeutendes mitgeben Keiner weiß, weshalb sie tut, was sie tut Vielleicht solltest du einmal mit ihr sprechen Ich machte mich sofort auf zu dem Hügel Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, was jemand mir beibringen sollte Doch ich hatte andere Gründe Und als ich auf den Sternenhügel trat, bestätigte sich meine Vermutung Diese junge Weise, von der alle redeten War Fade Also, hatte ich recht Fanda, du bist wirklich hergekommen Sie löste ihren Blick vom Sternenhimmel Ich hörte überraschtes Murmeln vom Fuß des Hügels An dem einige Pokémon standen, die hören wollten Was für eine Weisheit ich empfangen würde Von ihrer Reaktion aus zu schließen Hatte Endivio nicht gelogen Als sie sagte, das Pokémon habe ihren Blick nie von den Sternen gelassen Ja, ich bin hier Ich habe dir versprochen, dass wir immer zusammenbleiben werden Und ich halte dieses Versprechen Sie wirkte sehr traurig Ich Ich habe gehofft, dass du vielleicht endlich Glück im Leben findest Dass, auch wenn ich weg bin, du einen Sinn im Leben siehst Aber Es musste wohl so kommen Nach allem, was du durchgemacht hast Ich hatte es zwar nicht gehofft Aber gedacht, dass dies der Tropfen wäre Der das Fass wirklich zum Überlaufen brachte Ein schwaches Lächeln mischte sich in ihre Trauer Die, als sie mir in die Augen sah Mach dir keine Sorgen mehr Hier wird niemand dir mehr Leid zufügen Deine Schmerzen haben ein Ende Hier wirst du endlich Frieden finden Ich verspreche es dir Einige Stunden vergingen Die Pokémon gingen wieder ihren Beschäftigung nach Ich und Faith lagen zusammen an der Spitze des Hügels Und blickten in die Sterne Ich verstand, weshalb sie dies tat Die Sterne in der Welt des Jenseits waren noch einmal etwas anderes als in unserer Welt Sie strahlten wahrlich etwas Besonderes aus Wir lagen einfach still da, aneinander gekuschelt Ich spürte den Zwiespalt in Faiths Herz Ich wusste, sie war glücklich, dass mein Leiden ein Ende hatte Und wir wahrlich vereint sein konnten Doch gleichzeitig merkte ich Dass sie gehofft hatte Dass ich leben würde Dass sich etwas ändern würde Doch für mich hätte sich im Leben nie etwas geändert Nach langer Zeit stellte ich Faith eine Frage Faith, was ist eigentlich mit Even? Hast du ihn schon getroffen? Sie sah mich mit fragenden Augen an Was? Wieso sollte ich? Er Er ist im Kampf gegen Tyrant gestorben Kaum hattest du mich verlassen Und ich die Höhle Musste ich mit ansehen, wie sein toter Körper regungslos am Boden lag Er ist aber nie hier angekommen Even war nie in der Welt des Jenseits Er kann nicht tot sein Wir wissen beide, in Svoid kann er nicht geschickt worden sein Er muss am Leben sein Aber Das kann nicht sein, ich habe doch Eine Stimme unterbrach mich Eine Stimme, die ich bereits einmal gehört hatte Endivir hatte von Xerneas gesprochen Also musste die Quelle dieser Stimme diesen Namen tragen Sie hat recht, Thunder Even lebt Was du gesehen hast, war eine Täuschung, die er aufgestellt hatte Um Tyrant zu entkommen Ein Delegator Euer Freund ist am Leben Hinter uns beiden stand ein prächtiges, großes Pokémon Xerneas, Wächterin des Jenseits Xerneas, du bist wieder hier Natürlich Als Arzars mir mitteilte, dass ein weiterer Held in diese Welt treten würde Eilte ich herbei Du bist also Thunder, junger Freund Fate hat mir vieles von dir erzählt Ich war eingeschüchtert von der Präsenz des Pokémon Hab keine Angst Ich wache seit ewigen Zeiten über diesen Ort Ich sorge für die Sicherheit der Dahingeschiedenen Du musst dich nicht fürchten Ich bin eine Freundin Jeder an diesem Ort ist ein Freund Jeder an diesem Ort Ein Ort der Unendlichkeit Ein Ort der Ewigkeit Ein Ort ohne Schmerz Zwar hatte ich Even zurückgelassen, ohne es überhaupt zu wissen Doch ich war mir sicher Er käme auch ohne uns klar Und nun war ich wahrlich an einem besseren Ort Ein kurzer Blick zur Seite reichte mir Hatte ich die richtige Entscheidung getroffen? Wahrscheinlich schon Ich war frei Und auf immer zusammen mit meiner Geliebten Zusammen In der Ewigkeit Ende Seltsame Geräusche drangen mir in die Ohren Sie waren das erste, was ich bemerkte, als mein Bewusstsein langsam zurückkehrte Die Schmerzen kehrten alle zurück Doch dieses Mal eher in physischer als in psychischer Form Ein letztes Mal hörte ich Arceus Stimme So soll es sein Ich versichere dir Du wirst diese Entscheidung nicht bereuen Es war die richtige Wahl Lasse die Vergangenheit nun hinter dir Beginne ein neues Leben Lebe wohl und lange, mein Freund Es zehrte bereits sehr an meinen Kräften Meine Augen zu öffnen Ich lag in einer Art Krankenhausbett Eine merkwürdige Maschine stand neben mir Die eindeutig die Quelle der Geräusche war Niemand sonst war hier Ohne etwas anderes tun zu können, blieb ich liegen Schon bald hörte ich, wie sich eine Tür öffnete Eine Stimme ertönte, die ich bereits einmal gehört hatte Damals, als wir nach Gavins Angriff hier waren Damit Feld versorgt werden konnte Sie gehörte der Krankenschwester Shanera Als sie den Ausschlag der Maschine sah, wirkte sie überrascht Wie? Ist es möglich? Sie setzte sich an die Bettkante und versuchte mit mir zu sprechen Bist du wirklich wach, Pfander? Ich versuchte zu antworten Doch es kam nur ein trockenes Husten aus meiner Kehle Diese Antwort reichte jedoch völlig Unfassbar! Ich dachte, wir hätten dich verloren Es ist ein Wunder Also, du hast es vielleicht bemerkt Aber du bist gerade im Metro Village Krankenhaus Du bist bestimmt seit drei Wochen hier Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Du solltest dich ausruhen In ein paar Tagen wird es dir besser gehen Die nächsten Tage waren ziemlich langweilig Ich tat nichts außer herumzuliegen Ich sah nie jemanden außer Shanera Aber es ging mir besser Ich war schwer verletzt Hatte aber schnell die nötige Energie zum Sprechen angesammelt Mental war ich wieder voll im Leben Sechs oder sieben Tage später stellte Shanera mir eine Frage Ich sehe, dass es dir bereits deutlich besser geht Glaubst du, dass du ein paar Besucher empfangen kannst? Es gibt ein paar Leute, die dich gerne sehen wollen Vor allem natürlich deine Retterin Ich? Wurde gerettet? Ja, sie hat dich hergebracht Wenn das nicht geschehen wäre, wärst du längst tot gewesen Bevor wir dir hätten helfen können Und auch ein paar andere Freunde wollen dich besuchen Andere Freunde Ein seltsamer Gedanke für mich Aber noch wichtiger war Wer hatte mir das Leben gerettet? Es gab nur eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten Ja, ich denke, ich fühle mich dazu in der Lage Das ist doch gut Ich werde deiner Retterin Bescheid geben So dass sie morgen hier zu Besuch kommen wird Meine Retterin Es war irgendwie ironisch Diese Reise hatte damit begonnen Dass ich zu Fates Retter wurde Und nun, am Ende dieses Abenteuers War ich es, der gerettet wurde Der nächste Tag kam schnell Ich war wirklich gespannt herauszufinden Wer mich gerettet hatte Ich hatte absolut gar keine Idee Hätte Sharnera nicht explizit von einer Retterin gesprochen Hätte ich auf Jill tippt Aber sonst? Eigentlich Musste es Inferno sein Oder jemand, den ich nicht persönlich kannte Doch als sie kam Verstand ich die Wahrheit Ich verstand, was Arceus meinte Weshalb ich meine Entscheidung für eine lange Zeit bereut hätte Hätte ich sie anders getroffen Es war elf Uhr vormittags, als sie ankam Ich hörte bloß, wie die Tür sich öffnete Bevor ich mich umdrehen und sehen konnte, wer es war Fühlte ich, wie mich jemand tacklte Ich weiß, dass es kein Tackle, sondern eine Umarmung sein sollte Aber in meinem Zustand schmerzte es ziemlich Aber als ich sah, wer mich umschlungen hatte Änderte sich dies Fält, bist du das? Bitte, tu sowas nie wieder Ich verstand absolut nicht, was geschah Was, was ist passiert? Bin ich etwa doch gestorben? Eine andere Stimme antwortete aus dem Türrahmen Nein, du bist genauso im Leben wie ich und Fält Die Quelle dieser Stimme weint nach Tara Iven Iven, du auch? Das, das kann nicht sein Was ist passiert? Ihr seid beide gestorben Und ich hatte Angst, du weißt es auch Ich hatte so eine Angst um dich Aber Einfach Wie? Wie seid ihr beiden hier? Sie begann mir zu erklären, was geschehen war Also ich meinerseits bin nie gestorben Jetzt warte doch mal Ich hab doch deinen toten Körper gesehen Wie kann es sein, dass du nicht gestorben bist? Du hast nur meinen Delegator gesehen Ein Delegator? Ich wusste nicht einmal, dass Iven diese Attacke beherrschte Trotz allem bin ich nicht dumm Als ich Tyrant bekämpft habe, habe ich versucht Zeit zu schinden Womit ich nach meiner Entwicklung auch viel Erfolg hatte Als auf einmal Licht überall aufblitzte, entschied ich mich zu fliehen Ich war mir sicher, dass ihr es geschafft hattet Also nutzte ich bei nächster Gelegenheit Delegator Ich versteckte mich in den Büschen und floh Da ich einiges abbekommen hatte, reiste ich in ein nahegelegenes Dorf Und hoffte, dass ihr beiden in Ordnung wart Als ich ein oder zwei Wochen später gehört hatte, was hier los war Kam ich so schnell ich konnte Als ich ankam, warst du bereits hier Wenn ich da schon hier war Hast du mich gerettet, Fate? Ja, als ich zurückkehrte, fand ich mich am Strand wieder Ich war ziemlich verwirrt, aber ich realisierte, dass ich wieder hier war Und als ich dem Strand folgte, fand ich dich Du warst unfassbar schwer verletzt Ich dachte, du... mach das nie wieder Sie klammerte sich noch fester an mich Ich ignorierte meine Schwertmerzen und erwiderte ihre Zuneigung Das... das werde ich nicht Ich verspreche es Ich habe die Wahrheit verstanden Ich werde nicht wieder gehen Azois hat mir die Wahrheit gezeigt Azois? Du meinst... den Azois? Du weißt schon... Gott? Auch Fates Griff wurde in ihrer Überraschung etwas lockerer Bist du ihm etwa nicht begegnet, Fate? Nein? Wieso sollte ich Gott treffen? Aber... wenn... dann... wie... Naja, auf jeden Fall... ja... Ich habe ihn getroffen Er sagte mir, dass er über alle Pokémon, die sterben, richtet Er kannte mich Er zeigte mir, was ich zu blind war zu sehen Ich habe auch euch beide gesehen Dann... habe ich mir das nicht eingebildet? Was eingebildet? Als ich... als ich versuchte, Fate zu beruhigen, als du ohne Bewusstsein warst Und Sharnera sagte, dass sie nicht mit deinem Leben rechnete Da hatte ich mir eingebildet, dich kurz zu sehen Vielleicht habe ich das ja wirklich... Er wirkte sehr gedankenversunken Ich beendete einfach meine Erklärung Arzois gab mir die Wahl ins Leben zurückzukehren So wie jedem, der... Der versucht, Selbstmord zu begehen? Ja... aber... Fate, was ist mit dir passiert? Wenn Arzois dich nicht zurückgebracht hat? Wer dann? Ich... ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich erinnere mich nur daran, in einer Art endlosen Nichts zu schweben Irgendwann ertönte eine Stimme Sie sagte mir, dass ich diese Existenz nicht verdient hätte Und dass es Pokémon gäbe, die mich bräuchten Und dann bin ich am Strand erwacht Niemand verstand es wirklich Aber es war egal Es gab nun Wichtigeres Nach allem, was geschehen war, hatte unser Abenteuer doch noch ein gutes Ende genommen Wir alle waren am Leben Wir alle waren vereint Ich hatte die Wahrheit über mich selbst herausgefunden Diese Reise war eine abenteuerliche Ich überkam meine Depression Fand Freunde, Vertrauen und Liebe Die Welt war wieder ein sicherer Ort Eine lange Zeit später Vieles ist in den vergangenen Monaten und Jahren geschehen G war nur noch selten in Metro Village Für seine großartige Arbeit gegen die Sklaven War er zu einem Mitglied der Kontinentalen Polizei befördert worden Ivan hatte eine Freundin gefunden Mit der zusammen er anscheinend glücklich war Wir sahen ihn seit seinem Umzug nur noch sehr selten Er hatte sich einen neuen Job gesucht Und war glücklich in seinem Leben Zusammen mit seiner Freundin Die beiden passten zusammen wie die Faust aufs Auge Nach Tara und Tiana Ein Traumpaar Meine Schwester lebte ein ruhiges Leben In unserem Geburtsdorf Silberdorf Ich und Feld waren gemeinsam glücklich Heute, wenn ich dies schreibe War wieder ein besonderer Tag für uns Den ganzen Tag über verbrachte ich meine Zeit mit meiner Liebsten Wir machten einen Ausflug Und gingen am Abend in ein gutes Restaurant zu essen Bei Sonnenuntergang kamen wir bei unserem Cliff an Hattest du einen schönen Tag, Feld? Es war wunderschön, nur... Hat es irgendeinen besonderen Grund, dass wir heute all dies gemacht haben? Ich war ziemlich amüsiert Ich hatte nicht erwartet, dass du dich erinnerst Heute, vor genau drei Jahren War der Tag, an dem ich dich gefunden habe Da du nichts derartiges wie einen Geburtstag hast Dachte ich mir, dass es den ergeben würde, ihn heute zu feiern Sie sah mich überrascht an Wirklich? Ich hatte keinen Plan? Und du hast dich wirklich daran erinnert? Sie drückte sich an meine Seite Natürlich habe ich das Und dass sie... Ich habe auch noch etwas für dich Sie wirkte etwas beschämt Oh, wirklich? Das wäre doch nicht nötig Natürlich ist es das Ich wurde etwas nervös Ich blickte noch einmal in den Sonnenuntergang Wir... Kennen uns inzwischen schon eine ganze Weile nicht Drei Jahre Der Tag, an dem ich dich damals fand Änderte mein Leben Von Grund auf Zum Positiven Langsam drehte ich mich zu meiner Geliebten und sah ihr in die Augen Wenn du nicht gewesen wärst Dann hätte ich nie gewusst, wie sich Freude anfühlt Ich hätte niemals Liebe gekannt Ich hätte meine Fehler nie wieder gut machen können Wenn du nicht gewesen wärst Ich hätte nicht gedacht, dass irgendetwas hiervon je möglich wäre Ich hätte nie gedacht, dass mir jemals irgendjemand so viel bedeuten würde Ein letztes Mal atmete ich tief durch Als ich mein Geschenk herauskramte Und deswegen Will ich dich fragen Fade Willst du mich heiraten? Für einen Moment Schien die Zeit wie eingefroren Wir sahen einander in die Augen Bis Fade mich in einen leidenschaftlichen Kuss zog Ja, ja, es gibt nichts, was ich lieber täte Was wird die Zukunft uns bringen? Wer weiß Aber ich bin mir sicher Egal was passiert Gemeinsam werden wir es durchstehen Gemeinsam So, wie wir es sein sollen Zusammen Für immer Möchtest du mich in den nächsten Mal So, órg